Hallo. Danke, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der Wind erzählt von Waldemar dae und seinen Töchtern. Von Hans Christian Andersen. Wenn der Wind über das niedere Gras weht, dann kräuselt es sich wie ein ruhiges Wasser. Bläst er aber über das Korn, dann wogt es wie die hohe See. Das ist des Windes Tanz. Höre ihm einmal zu. Er singt alles laut hinaus. Und zwischen den Bäumen des Waldes klingt es ganz anders als durch die Schalllöcher, Risse und Sprünge der Mauern. Siehst du, wie der Wind dort oben die Wolken jagt, als seien sie eine Schafherde? Hörst du, wie der Sturm durch das offene Tor heult, als sei es der Wächter und stieße ins Horn? Wunderbar saust er zum Schornstein herab und in den Kamin hinein, dass die Flamme lustiger lodert und knistert und heller ins Zimmer hereinscheint. Es ist so warm und gemütlich am Kamin, dass man gern dort sitzt und dem Winde zuhört. Lass nun den Wind erzählen. Er weiß Märchen und Geschichten mehr als wir alle zusammen. Höre, wie er erzählt. U, U, Uth, fahre hin. So lautet der Kehrreim seines Liedes. Am großen Welt liegt ein altes Schloss mit dicken, roten Mauern. Erzählt der Wind. Ich kenne dort alle Steine. Ich kannte sie schon früher, als sie noch in Marsk-Stiegsburg eingefügt waren. Die Burg wurde zerstört, aber die Steine wurden wieder benutzt. Man baute andere Mauern daraus, ein neues Schloss an einer anderen Stelle. Nämlich das Schloss Borreby, das noch heute steht. Ich habe die hochadeligen Männer und Frauen, die wechselnden Geschlechter, die darin wohnten, gekannt und gesehen und will nun von Waldemar da eh und seinen Töchtern erzählen. Hoch erhoben im Hauptes ging er einher, denn er war von königlichem Stamme. Er verstand mehr als einen Hirsch zu jagen und einen Krug zu leeren. Das werde sich bald zeigen, sagte er selbst. Steif schritt seine Frau in Gewändern von Goldbrokat über den blanken, getäfelten Fußboden. Prachtvolle Tapeten bekleideten die Wände und die künstlich geschnitzten Möbel waren teuer und wertvoll. Silberne und goldene Geräte hatte die Frau ins Haus gebracht. Deutsches Bier lag im Keller, schwarze, feurige Rosse wirrten im Stalle. Großer Reichtum zeigte sich überall im Schloss Borreby. Auch Kinder gab es auf dem Schloss. Drei kleine Jungfräulein, Ida, Johanna und Anna Dorothea. Ich erinnere mich noch ganz genau an ihre Namen. Es waren reiche Leute, es waren vornehme Leute, in Herrlichkeit geboren und aufgewachsen. U, U, Uth, fahre hin! Sang der Wind und dann erzählte er wieder. Hier sah ich nicht wie in den anderen alten Schlössern die hochgeborene Frau mit ihren Mägden in der Halle sitzen und den Spinnrocken drehen. Sie spielte auf der klingenden Laute und sang dazu. Aber nicht immer die alten väterlichen Lieder, sondern auch solche in fremder Sprache. Es herrschte fröhliches Leben und Geselligkeit auf dem Schlosser. Vornehme Fremde kamen von nah und fern. Musik ertönte und die Becher klangen. Ich konnte sie nicht übertäuben, sagte der Wind. Hier war Hochmut und Prunk und Pracht, Herrschaft wohl, aber Gott herrschte hier nicht. Gerade am 1. Mai war es, als ich am Abend von Westen gezogen kam. Ich hatte die Schiffe an der Westküste von Jütland in Wracke verwandelt, war über die Heide und die weitbewachsene Küste weitergejagt, hinüber nach Fühnen und sauste nun atemlos über den Bett. An der Küste von Seeland legte ich mich zur Ruh, in der Nähe des Schlosses Borreby, wo damals noch der herrliche Eichenwald stand. Die jungen Burschen aus der Umgegend kamen heraus und sammelten Reiser und Zweiger, die größten und trockensten, die sie finden konnten. Sie trugen sie ins Dorf, legten sie auf Haufen, zündeten sie an und dann tanzten die Burschen und Mädchen unter Gesang um sie herum. Ich lag beinahe still, sagte der Wind, aber ich blies doch leise auf einen Zweig, den der schönste der Burschen hingelegt hatte. Er loderte hell auf, loderte am höchsten von allen. Da wurde der schönste Bursche, der Auserwählte. Er wurde der König des Festes und durfte sich unter den Mädchen seine Königin wählen. Es war eine Freude und eine Lust, größer als die auf dem Schlosse Borreby. Und hin nach dem Schlosse fuhren mit sechs Pferden in goldenen Kutschen die hohe Frau und ihre drei Töchter. Sie waren so fein, so jung, so reizende Blumen. Eine Rose, eine Lilie und eine bleiche Hyazinthe. Die Mutter selbst war eine prunkende Tulpe. Sie grüßte niemand aus der ganzen versammelten Schar, die im Spiele anhielt, knickte und Kratzfüße machte. Man hätte glauben können, die Frau fürchte, bei einer Verbeugung abzuknicken. Rose, Lilie und die bleiche Hyazinthe. Ja, ich sah sie alle drei. Wessen Königin werden sie wohl einmal werden, dachte ich. Ihr Auserwählter wird ein stolzer Ritter, vielleicht gar ein Prinz sein. Hu, hu, ut, fahre hin, fahre hin. Die Kutsche fuhr mit ihnen weiter und die Bauersleute fuhren in ihrem Tanze fort. Aber des Nachts, als ich mich erhob, berichtete der Wind weiter, legte sich die hochadlige Frau nieder, um nie wieder aufzustehen. Es kam über sie, wie es einmal über alle Menschen kommt. Das ist der Weltlauf. Waldemar Daeh stand einen Augenblick ernst und gedankenvoll da. Auch ein stolzer Baum kann gebeugt, aber er kann nicht gebrochen werden, sprach eine Stimme in seinem Herzen. Die Töchter weinten und alle auf dem Herrenhofe wischten sich die Augen. Aber Frau Daeh war dahin gefahren und ich fuhr ebenfalls weiter. Hu, hu, ut, sagte der Wind. Ich kam wieder, ich kam oft über die Insel Fühnen und über das Wasser des Belts und legte mich am Ufer in der Nähe von Borreby, neben dem prächtigen Eichenwalde, zur Ruhe. Hier nisteten die Fischadler, die Waldtauben, die blau-schwarzen Raben und selbst der schwarze Storch. Es war noch früh im Jahre. Einige hatten Eier, andere schon Junge. Nein, wie sie flogen, wie sie schrien. Axtschläge ließen sich hören, Schlag auf Schlag. Der Wald wurde gefällt. Baldemar Daeh wollte ein kostbares Schiff bauen, ein Kriegsschiff, einen Dreidecker, den dann gewiss der König kaufen würde. Deshalb musste der Wald fallen. Der schöne Wald, das Wahrzeichen der Seeleute, die Heimat der Vögel. Erschrocken flog der Neuntöter umher, denn sein Nest war zerstört worden. Der Fischadler und alle Waldvögel mussten fortziehen. Planlos flogen sie umher und schrien vor Angst und Zorn. Ich konnte sie wohl verstehen und mit ihnen fühlen. Die Krähen und Dohlen aber riefen laut und spöttisch. Aus dem Neste! Aus dem Neste! Hinaus! Hinaus! Aber mitten im Walde bei einer Schar Arbeiter stand Waldemar Daeh mit seinen drei Töchtern und alle lachten über das Angstgeschrei der Vögel. Nur die jüngste Tochter, Anna Dorothea, fühlte Mitleid in ihrem Herzen und als nun auch ein halbverdorrter Baum gefällt werden sollte, auf dessen kahlen Zweigen der schwarze Storch gebaut hatte, dessen Jungen neugierig aus dem Nest herausguckten, da bat sie mit Tränen in den Augen und deshalb durfte der Baum mit dem Neste des schwarzen Storchs stehen bleiben. Das war allerdings nur eine geringfügige Sache. Es wurde gehauen und es wurde gesägt. Und es wurde ein Dreidecker gebaut. Wohl stammte der Baumeister aus einem einfachen Hause, aber er hatte ein feines Benehmen und ein angenehmes Wesen. Seine Augen und Stirne verrieten Klugheit und Scharfsinn, und Waldemar Daeh hörte ihn gerne erzählen. Auch Klein Ida, die älteste, fünfzehnjährige Tochter, hörte ihm gerne zu. Und während er dem Vater ein Schiff baute, erbaute er sich selbst ein Luftschloss, worin er und Klein Ida als Mann und Frau wohnten. Ja, es wäre auch so gekommen, wenn das Schloss aus Stein gemauert und mit Wall und Graben, Gärten und Wäldern umgeben gewesen wäre. Aber trotz all seiner Klugheit war der Meister eben doch nur ein armer Vogel, und was soll der Spatz im Reigen der Kranicher? Uh, uh, ut! Ich flog fort, und er flog auch fort, denn er durfte nicht bleiben. Und Klein Ida verschmerzte es, denn sie musste es verschmerzen. Im Stalle wirrten die schwarzen Rosse, die der höchsten Bewunderung wert waren, und auch von allen sehr bewundert wurden. Vom König selbst war ein Admiral abgesondt worden, um das neue Kriegsschiff zu besichtigen und über den Ankauf zu verhandeln. Er brach in lauter Bewunderung über die feurigen Rosse aus, ich hörte es wohl, sagte der Wind, denn ich folgte den Herrn durch die offene Tür und wehte die Strohhalme wie Goldfäden vor ihre Füße hin. Gold wollte Waldemar da eh haben, der Admiral aber wollte die Pferde haben, deshalb rühmte er sie so. Es wurde jedoch nicht verstanden, und deshalb wurde auch das Schiff nicht gekauft. Es stand mit Bohlen bedeckt am Ufer, eine Arche Noah, die nie ins Wasser kam. Uh, uh, ut! Fahre hin, fahre hin! Und das war sehr zu bedauern. Zur Winterzeit, als eine Schneedecke auf dem Felde lag, das Treibeis im Belt schwamm und gegen die Küste trieb, erzählte der Wind weiter, kamen Raben und Krähen, die einen immer schwärzer als die anderen, in großen Scharen herbei. Sie setzten sich auf das öde, tote, einsame Schiff am Ufer, schrien mit heiserer Stimme und klagten über den verschwundenen Wald und die vielen herrlichen Vogelnester, die zerstört worden waren, über die obdachlosen Alten und die obdachlosen Jungen, und dass dies alles um des alten Gerümpels willen, das doch niemals fortschwimmen würde, geschehen sei. Ich blies in den Schnee hinein, dass er lustig umherwirbelte. Hoch turmte er sich um das Schiff und lagerte sich auf ihm. Ich ließ es meine Stimme hören, damit es merken konnte, was ein Sturm heißen will. Ich kann wohl sagen, ich trug das meinige dazu bei, dass es Erfahrung sammelte. Uh, uh, ut, fahre hin! Und der Winter fuhr dahin. Winter und Sommer fuhren dahin, wie ich dahin fahre, wenn der Schnee dahin fegt, wie die Apfelblüte verweht und das Laub fällt. Fahre hin, fahre hin! Auch die Menschen fahren dahin. Aber noch waren die Töchter jung. Klein Ida war eine Rose, schön anzusehen wie damals, als der Schiffsbauer sie sah. Oft spielte ich mit ihrem langen, braunen Haar, wenn sie gedankenvoll unter dem Apfelbaum im Garten stand und es nicht merkte, dass ich ihr Blüten ins Haar streute, das ich gelöst hatte, wenn sie die goldene Sonne und den leuchtenden Himmel zwischen den dunklen Gesträuchern und Bäumen des Gartens hindurch betrachtete. Ihre Schwester Johanna war eine Lilie, glänzend und steif. Erhobenen Hauptes ging sie einher und vermied es, wie einst die Mutter, einen freundlichen Gruß zu erwidern, aus Furcht bei einer Verbeugung abzuknicken. Sie ging in den großen Saal, wo die Ahnenbilder hingen. Die Frauen auf den Gemälden trugen Samt und Seide und kleine Hütchen mit reicher Perlenstickerei auf den geflochtenen Haaren. Es waren schöne Frauen. Die Männer sah man in Stahl gekleidet oder in kostbaren Mänteln mit Eichenhornfällen gefüttert und mit bläulich-weißer Halskrauser. Das Schwert hatten sie um den Schenkel gegürtet und nicht um die Hüfte. Wo würde wohl Johannas Bild an der Wand hängen und wie würde ihr adliger Gatte aussehen? Ja, daran dachte sie. Davon flüsterte sie. Ich hörte es wohl, wenn ich durch den Gang in den Saal hinauf fuhr und dann wieder umdrehte. Anna Dorothea, die bleiche Hyazinthe, ein 14-jähriges Kind, war still und in sich gekehrt. Die großen wasserblauen Augen blickten gedankenvoll, aber ein kindliches Lächeln spielte um ihren Mund. Ich konnte es nicht fortblasen und ich wollte es auch nicht. Ich traf sie im Garten und auf den Feldern, wo sie Kräuter und Blumen sammelte, von denen sie wusste, dass ihr Vater sie zu Getränken und Tropfen, die er zu braun verstand, gebrauchen konnte. Waldemar da E. war zwar hochmütig und stolz, aber auch kenntnisreich und erfahren. Man merkte es wohl und man munkelte in der Gegend allerlei über ihn. Das Feuer brannte selbst zur Sommerzeit in seinem Kamin und seine Kammertür war stets verschlossen. Tag und Nacht arbeitete er unverdrossen in seinem Laboratorium, aber er sprach nicht viel davon, denn die Kräfte der Natur muss man im Geheimen beherrschen. Und er hoffte, bald die beste Kunst erlernt zu haben, nämlich die Kunst, Gold zu machen. Deshalb rauchte sein Kamin unaufhörlich. Deshalb knisterte und flammte es stets darin. Ja, ich war auch dabei, sagte der Wind. Lass fahren, lass fahren, sang ich durch den Schornstein. Es wird nur Rauch, Dampf, Qualm und Asche. Du verbrennst dein Hab und Gut dabei. Hu, hu, ut, fahre hin, fahre hin. Aber er ließ sein Vorhaben nicht fahren. Die prächtigen Rosse im Stalle. Was wurde aus ihnen? Was aus den goldenen und silbernen Geräten in Kisten und Kasten? Was aus den Kühen auf dem Felder? Was aus dem Gute und dem Schlosser? Ach, sie schmolzen, schmolzen im Goldtiegel. Und es fand sich doch kein Gold darin. Leer wurde es in der Scheune und Speisekammer. Leer im Keller und auf dem Bodenraum. Je weniger Leute, desto mehr Mäuser. Eine Scheibe zersprang. Eine andere zerbrach. Ich brauchte nicht mehr zur Türe hineinzugehen, sagte der Wind. Wo der Schornstein raucht, da kocht das Essen, heißt es. Jawohl, hier rauchte der Schornstein. Aber es verschlang alle Mittagessen um des roten Goldes willen. Ich blies durch das Schlosstor, wie ein Wächter, der in das Horn stößt. Allein es war kein Wächter da, sagte der Wind. Ich drehte den Wetterhahn auf der Turmspitze, dass es knarrte, als ob der Wächter da oben schnarchte. Aber kein Wächter war da. Ratten und Mäuse waren da. Armut deckte den Tisch. Armut saß im Kleiderspind und im Esskorb. Die Türe wich aus den Angeln und bekam Risse und Sprünge. Ich ging ungehindert aus und ein. Deshalb weiß ich so gut Bescheid. In Rauch und in Asche, in Sorgen und schlaflosen Nächten, ergraute das Haar im Bart und an den Schläfen. Waldemar Daes Haut wurde runzlig und gelb. Seine Augen funkelten gierig nach Gold, dem erwarteten Golder. Ich blies ihm Rauch und Asche ins Gesicht und in den Bart. Schulden zeigten sich anstatt des Goldes. Ich sang durch die zerbrochenen Scheiben und offenen Risse. Blies bis in die Schlafkammer der Töchter hinein, wo deren Kleider verschossen und fadenscheinig dalagen. Denn sie mussten immer länger aushalten. Das war den Kindern nicht an der Wiege gesungen worden. Das alte Herrenleben hatte sich in ein kümmerliches Dasein verwandelt. Ich allein sang nun noch laut im Schlosser, sagte der Wind. Ich sorgte dafür, dass sie einschneiden. Das wärmt. Brennholz hatten sie nicht. Der Wald war gefällt. Wo sollten sie es hernehmen? Es war bitter kalt. Der Schnee knirschte unter den Füßen und ich schwang mich durch Schalllöcher und Gänge, über Giebel und Mauern, um mich frisch und munter zu erhalten. Drinnen lagen die adeligen Töchter der Kälte wegen im Bett. Und der Vater kroch unter die Pelzdecke, mit der er sich zudeckte. Nichts zu nagen und nichts zu beißen. Ist das ein Herrenleben? Hu, hu, ut. Lass fahren. Aber dazu konnte sich Hedai nicht entschließen. Auf den Winter folgt der Frühling, und auf magere Zeiten folgen auch wieder Gute, sagte er. Aber sie lassen auf sich warten, warten. Jetzt ist das Gut verpfändet. Jetzt ist die allerhöchste Zeit. Jetzt kommt gewiss das Gold. Zu Ostern. Ich hörte ihn auch einer Spinne in ihrem Gewebe zuflüstern. Du flinker, kleiner Weber, du lärst mich aushalten. Wird dein Gewebe zerrissen, dann beginnst du wieder von vorne und vollendest es. Wieder in zwei, aber unverdrossen gehst du wieder ans Werk. Von vorne, von vorne. Ja, so soll man es machen, und solch eine Ausdauer wird belohnt. Es war am Ostermorgen. Die Glocken läuteten. Die Sonne glänzte am Himmel. In Fieberhitze hatte er gewacht, gekocht und gekühlt. Gemischt und destilliert. Ich hörte ihn wie eine verzweifelte Seele seufzen. Ich hörte ihn beten. Ich merkte, dass er den Atem anhielt. Die Lampe ging aus, aber er bemerkte es nicht. Ich blies in die glühenden Kohlen. Sie beleuchteten sein kreideweißes Gesicht, das dadurch rötlich angehaucht wurde. Seine Augen waren tief eingesunken. Aber jetzt wurden sie größer und größer, dass sie förmlich aus ihren Höhlen heraustraten. Sieh, das alchemistische Glas. Es glänzt darin. Es ist glühend, rein und schwer. Mit zitternder Hand hob er es auf und mit zitternder Stimme rief er Gold, Gold. Ihm schwindelte dabei. Ich hätte ihn mit Leichtigkeit umblasen können, sagte der Wind. Aber ich blies nur auf die glühenden Kohlen und folgte ihm durch die Türe und in das Zimmer, wo die Töchter lagen und froren. Sein Wams war mit Asche bedeckt. Asche hing in seinem Barter und in seinem verworrenen Haar. Er richtete sich hoch auf. Er hob seinen reichen Schatz in dem zerbrechlichen Glase und rief, strahlend vor Freude, gefunden, gewonnen, Gold. Er zeigte das Glas, das es im Sonnenlicht glänzte. Aber seine Hand zitterte. Das alchemistische Glas fiel auf den Boden und zersprang in tausend Stücke und zersprungen war seines Glückes letzte Blaser. Hu, hu, ut, fahre hin. Und ich fuhr aus dem Schlosse des Goldmachers. Spät im Jahre, in den kurzen Tagen der nördlichen Gegend, wenn der Nebel mit seinen Schleiern kommt und nasse Tropfen aus ihnen auf die roten Beeren und kahlen Zweige fallen, kam ich in bester Laune daher, wehte ein wenig, blies den Himmel rein und brach die verdorrten Zweige ab. Das ist zwar keine große Arbeit, aber sie will doch getan sein. Auch auf andere Weise wurde auf Schloss Borabee bei Baldemadae reiner Tisch gemacht. Sein Feind, O.W. Ramel, aus Basnes, kam mit den aufgekauften Schuldscheinen und erstand Schloss und Hausgerät bei der Versteigerung. Ich trommelte auf die zersprungenen Scheiben, schlug mit den verfallenen Türen, pfiff durch die Risse und Sprünge. Ui, ii. Herrn O.W. sollte die Lust vergehen, hier zu bleiben. Ida und Anna Dorothea weinten blutige Tränen. Johanna aber stand steif und bleich da und biss sich in den Daumen, dass er blutete. Aber was konnte das helfen? O.W. Ramel wollte zwar Herrn Daegestatten, lebenslänglich auf dem Schlosse zu bleiben, erntete aber keinen Dank für sein Anerbieten. Ich hörte wohl, was dieser erwiderte. Sagte der Wind. Ich sah den besetzlosen Mann sein Haupt stolzer erheben und sich in die Brust werfen. Ich aber richtete einen Windstoß gegen das Schloss und die alten Lindenbäume, dass der dickste Ast abbrach. Nun lag er vor der Türe, wie ein Kehrbesen, falls jemand ausfegen wollte. Und ausgefegt wurde. Ich hatte es mir wohl gedacht. Es war ein harter, schwerer Tag. Ein böser Augenblick, um sich aufrecht darin zu erhalten. Aber der Sinn war hart, der Nacken steif. Sie besaßen nichts mehr als die Kleider, die sie auf dem Leibe trugen. Doch ja, sie hatten ja auch noch das alchemistische Glas, das erst vor kurzem gekauft worden und mit den aufgelesenen Scherben des zertrümmerten Schatzes angefüllt war. Des Schatzes, der so viel versprochen, aber so wenig gehalten hatte. Waldemar da eh, barg es auf seiner Brust, nahm dann seinen Stock in die Hand und nun ging der einst so reiche Herr mit seinen drei Töchtern zum Schlosse Borreby hinaus. Ich fühlte seine heißen Wangen. Ich streichelte seinen grauen Bart und sein langes, weißes Haar. Ich sang, wie ich nur irgend konnte. U, U, Uth, fahre hin, fahre hin. Das war das Ende der Herrlichkeit. Ida und Anna Dorothea gingen zu seiner Rechten und seiner Linken. Johanna aber wandte sich unter dem Tor noch einmal um. Doch wozu sollte das dienen? Das Glück wandte sich darum doch nicht zu ihr um. Sie betrachtete die roten Steine des Mauerwerks, die noch von Marsk-Stiegsburg herstammten. Dachte sie wohl an dessen Töchter, von denen es heißt? Die Älteste ergriff der jüngsten Hand. So wanderten sie in das fremde Land. Gedachte sie etwa dieses Lieds? Hier waren ihr drei. Der Vater war auch dabei. Sie gingen die Straße entlang, auf der sie oftmals in der Kutsche gefahren waren. Nun gingen sie mit dem Vater betteln, gingen mit ihm auf das Smithstrop-Feld in die Lehmhütte, die der Vater für zehn Mark jährlich gemietet hatte. Das war ihr neuer Herrensitz, mit leeren Wänden und leeren Schüsseln. Krähen und Dohlen flogen über sie hin und schrien wie zum Spott. Aus dem Nest! Aus dem Nest! Hinaus! Hinaus! Gerade so, wie die Vögel damals geschrien hatten, als der Wald gefällt wurde. Erdai und seine Töchter vernahmen es wohl, aber ich blies ihnen um die Ohren. Es war wirklich nicht der Mühe wert, darauf zu hören. So zogen sie denn in die Lehmhütte, und ich fuhr dahin über Moor und Feld, durch kahle Hecken und entlaubte Wälder, nach dem offenen Meere, nach fremden Ländern. U, U, Uth! Fahre hin, fahre hin! Alle Jahre, alle Jahre! Wie ging es mit Weidemar Dai weiter? Und wie erging es seinen Töchtern? Der Wind erzählt. Die letzte von den dreien, die ich sah, ja, zu allerletzt sah, das war Anna Dorothea, die bleiche Hyazinther. Alt und gebeugt war sie nun, denn es war ein halbes Jahrhundert später. Sie lebte am längsten, sie kannte das Schicksal aller der ihrigen. Drüben auf der Heide, in der Nähe der Stadt Biborg, lag das neue stattliche Haus des Dompropstes, aus rotem Backstein aufgeführt und mit zackigem Giebe. Ein dicker Rauch stieg aus dem Schornstein empor. Die sanfte Hausfrau und die lieblichen Töchter saßen im Erker und schauten über den Garten hinweg, hinaus auf die braune Heide. Wonach sahen sie? Sie blickten nach dem Storchennest draußen auf dem baufälligen Hauser. Die spärlichen Reste des einstigen Daches waren mit Moos und Hauslauch bedeckt. Den hauptsächlichsten Schutz aber verlieh das Nest des Storches, das, während alles Übrige im Verfall preisgegeben war, von dem Storch instand gehalten wurde. Es war ein Haus nur zum Ansehen, nicht zum Anrühren. Es musste behutsam damit verfahren, sagte der Wind. Um des Storchennests willen durfte das Haus stehen bleiben. Eigentlich sah es wie eine Vogelscheuche auf der Heide aus, aber den Storch wollten Dompromstens nicht verjagen. Deshalb blieb die baufällige Hütte stehen und die arme Bewohnerin durfte das elende Obdach ungestört weiter benutzen. Sie konnte sich dafür bei dem ägyptischen Vogel bedanken. Oder war es vielleicht sein Dank dafür, dass sie einst für das Nest seiner schwarzen, wilden Brüder im Borrebyer Wald gebeten hatte? Damals war sie ein junges Kind, eine feine, bleiche Hyazinthe, in dem adeligen Garten gewesen. Sie erinnerte sich dessen noch genau. Sie, Anna Dorothea. Oh, oh, ja, die Menschen können seufzen, wie der Wind durch Schilf und Rohr seufzt. Oh, keine Glocken läuteten über dein Grab, Waldemar Daeh. Die armen Schulknaben sangen nicht, als der frühere Besitzer von Borreby in das Grab gelegt wurde. Oh, alles nimmt ein Ende, auch das Elend. Schwester Ida wurde die Frau eines Bauern, und das war unserem Vater die härteste Prüfung. Sein Tochtermann, ein elender Leibeigner, dem der Herr die entehrendsten Strafen auferlegen kann. Nun ist ihm wohl unter der Erde, und dir auch, Schwester Ida. Mit mir jedoch ist es noch nicht vorbei, mit mir, der unglücklichen, elenden Greisen. Erlöse mich doch, du mächtiger Heiland. So lautete Anna Dorotheas Gebet in der jämmerlichen Hütte, die um des Storchenwillens stehenbleiben durfte. Der mutigsten und kräftigsten der Schwestern hatte ich mich angenommen, sagte der Wind. Wie ihr Sinn war auch ihr Tun. In der Tracht eines armen Bootsknechts verdingte sie sich bei einem Schiffer. Sie war kurz angebunden und verdrießlich, in ihrem Beruf aber willig und fleißig. Jedoch klettern konnte sie nicht. Da wehte ich sie über Bord, ehe jemand erfuhr, dass sie ein Frauenzimmer war. Und das war von mir gewiss sehr wohlgetan, sagte der Wind. Es war ein Ostermorgen, gerade wie damals, als Waldemar da eh meinte, er habe die Goldmacherkunst erfunden. Da hörte ich zwischen den baufälligen Wänden unter dem Storchenneste leise ein Kirchenlied anstimmen. Es war Anna Dorotheas letzter Gesang. Es war zwar kein Fenster, sondern nur noch ein Loch in der Wand. Die Sonne kam wie ein feuriger Ball und lugte durch die Öffnung, welch einen Glanz verbreitete sie. Anna Dorotheas Augen brachen, ihr Herz brach. Es wäre doch so gekommen, wenn die Sonne auch an diesem Morgen die Ärmste nicht beschienen hätte. Der Storch hatte ihr bis zu ihrem Tode Schutz und Schirm gegeben. Ich sang an ihrem Graber, sagte der Wind. Ich sang auch am Grabe ihres Vaters. Ich weiß, wo die Gräber sind. Außer mir weiß es niemand. Neue Zeiten, andere Zeiten. Alte Landstraßen verwandeln sich in Ackerland. Eingefriedigte Gräber in öffentliche Fahrstraßen. Und halb kommt der Dampf mit seiner langen Wagenreihe und braust über die Gräber hin, die ebenso vergessen sind wie die Namen derer, die darin schlafen. Hu, hu, ut. Fahre hin. Das ist die Geschichte von Waldemar Daeh und seinen Töchtern. Erzählet sie besser, ihr Andern, wenn ihr es könnt. Sagte der Wind und drehte sich um. Weg war er. Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen Von den Gebrüdern Grimm Ein Vater hatte zwei Söhne. Davon war der Älteste klug und gescheit und wusste sich in alles wohl zu schicken. Der Jüngste aber war dumm, konnte nichts begreifen und lernen und wenn ihn die Leute sahen, sprachen sie, Mit dem wird der Vater noch seine Last haben. Wenn nun etwas zu tun war, so musste es der Älteste allzeit ausrichten. Hieß ihn aber der Vater noch spät oder gar in der Nacht etwas holen und der Weg ging dabei über den Kirchhof oder sonst einen schaurigen Ort, so antwortete er wohl, Ach nein, Vater, ich gehe nicht dahin, es gruselt mir. Denn er fürchtete sich. Oder wenn abends beim Feuer Geschichten erzählt wurden, wobei einem die Haut schaudert, so sprachen die Zuhörer manchmal, Ach, es gruselt mir. Der Jüngste saß in einer Ecke und hörte das mit an und konnte nicht begreifen, was es heißen sollte. Immer sagen sie, es gruselt mir, es gruselt mir. Mir gruselt's nicht. Das wird wohl eine Kunst sein, von der ich auch nichts verstehe. Nun geschah es, dass der Vater einmal zu ihm sprach. Hör du, in der Ecke dort, du wirst groß und stark, du musst auch etwas lernen, womit du dein Brot verdienst. Siehst du, wie dein Bruder sich Mühe gibt, aber an dir ist Topfen und Malz verloren. Ei, Vater, antwortete er. Ich will gerne was lernen. Ja, wenn's anginge, so möchte ich lernen, dass mir's gruselte. Davon verstehe ich noch gar nichts. Der Älteste lachte, als er das hörte und dachte bei sich, Du lieber Gott, was ist mein Bruder ein Dummbart, aus dem wird sein Lebtag nichts. Was ein Häkchen werden will, muss sich bei Zeiten krümmen. Der Vater seufzte und antwortete ihm, Das Gruseln, das sollst du schon lernen, aber dein Brot wirst du damit nicht verdienen. Bald danach kam der Küster zu Besuch ins Haus. Da klagte ihm der Vater seine Not und erzählte, wie sein jüngster Sohn in allen Dingen so schlecht beschlagen wäre. Er wüsste nichts und lernte nichts. Denkt euch, als ich ihn fragte, womit er sein Brot verdienen wollte, hat er gar verlangt, das Gruseln zu lernen. Wenn's weiter nichts ist, antwortete der Küster, das kann er bei mir lernen, tut ihn nur zu mir, ich werde ihn schon abhobeln. Der Vater war es zufrieden, weil er dachte, der Junge wird doch ein wenig zugestutzt. Der Küster nahm ihn also ins Haus und er musste die Glocken läuten. Nach ein paar Tagen weckte er ihn um Mitternacht, hieß ihn aufstehen, in den Kirchturm steigen und läuten. Du sollst schon lernen, was Gruseln ist, dachte er, ging heimlich voraus und als der Junge oben war und sich umdrehte und das Glockenseil fassen wollte, so sah er auf der Treppe, dem Schallloch gegenüber, eine weiße Gestalt stehen. Wer da? rief er, aber die Gestalt gab keine Antwort, regte und bewegte sich nicht. Gib Antwort, rief der Junge. Oder mach, dass du fortkommst, du hast hier in der Nacht nichts zu schaffen. Der Küster aber blieb unbeweglich stehen, damit der Junge glauben sollte, es wäre ein Gespenst. Der Junge rief zum zweiten Mal, »Was willst du hier? Sprich, wenn du ein ehrlicher Kerl bist oder ich werfe dich die Treppe hinab.« Der Küster dachte, »Das wird so schlimm nicht gemeint sein.« Gab keinen Laut von sich und stand, als wenn er von Stein wäre. Da rief ihn der Junge zum dritten Maler an und als auch das vergeblich war, nahm er einen Anlauf und stieß das Gespenst die Treppe hinab, dass es zehn Stufen hinabfiel und in einer Ecke liegen blieb. Darauf läutete er die Glocke, ging heim, legte sich, ohne ein Wort zu sagen, ins Bett und schlief fort. Die Küstenfrau wartete eine Zeit lang auf ihren Mann, aber er wollte nicht wiederkommen. Da ward ihr endlich Angst. Sie weckte den Jungen und fragte, »Weißt du nicht, wo mein Mann geblieben ist? Er ist vor dir auf den Turm gestiegen.« »Nein,« antwortete der Junge. »Aber da hat einer dem Schallloch gegenüber auf der Treppe gestanden und weil er keine Antwort gegeben und auch nicht weggehen wollte, so habe ich ihn für einen Spitzbuben gehalten und hinuntergestoßen. Geht nur hin, so werdet ihr sehen, ob er's gewesen ist. Es sollte mir leid tun.« Die Frau sprang fort und fand ihren Mann, der in einer Ecke lag und jammerte und ein Bein gebrochen hatte. Sie trug ihn herab und eilte dann mit lautem Geschrei zu dem Vater des Jungen. »Euer Junge,« rief sie, »hat ein großes Unglück angerichtet. Mein Mann hat er die Treppe hinabgeworfen, dass er ein Bein gebrochen hat. Schafft den Taugenichts aus unserem Hause!« Der Vater erschrak, kam herbeigelaufen und schallte den Jungen aus. »Was sind das für gottlose Streicher? Die muss dir der Böse eingegeben haben.« »Vater!« antwortete er. »Hört nur an, ich bin ganz unschuldig. Er stand da in der Nacht wie einer, der Böses im Sinne hat. Ich wusste nicht, wer's war und hab ihn dreimal ermahnt, zu reden oder wegzugehen. »Ach!« sprach der Vater. »Mit dir erleb ich nur Unglück. Geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr ansehen.« »Ja, Vater, recht gerne. Wartet nur, bis es Tag ist, da will ich ausgehen und das Gruseln lernen. So verstehe ich doch eine Kunst, die mich ernähren kann.« »Lerne, was du willst«, sprach der Vater. »Mir ist alles einerlei. Da hast du 50 Thaler. Damit geh in die weite Welt und sage keinem Menschen, wo du her bist und wer dein Vater ist, denn ich muss mich deiner schämen.« »Ja, Vater, wie ihr es haben wollt, wenn ihr nicht mehr verlangt, das kann ich leicht in Acht behalten.« Als nun der Tag anbrach, steckte der Junge seine 50 Thaler in die Tasche, ging hinaus auf die große Landstraße und sprach immer vor sich hin. »Wenn's mir nur gruselte! Wenn's mir nur gruselte!« Da kam ein Mann heran, der hörte das Gespräch, das der Junge mit sich selber führte, und als sie ein Stück weiter waren, dass man den Galgen sehen konnte, sagte der Mann zu ihm, »Siehst du, dort ist der Baum, wo sieben mit des Seilers Tochter Hochzeit gehalten haben und jetzt das Fliegen lernen. Setz dich da runter und warte, bis die Nacht kommt, so wirst du schon das Gruseln lernen.« »Wenn weiter nichts dazu gehört?« antwortete der Junge. »Das ist leicht getan. Lerne ich aber so geschwind das Gruseln, so sollst du meine 50 Thaler haben. Komm nur morgen früh wieder zu mir.« Da ging der Junge zu dem Galgen, setzte sich darunter und wartete, bis der Abend kam. Und weil ihn fror, machte er sich ein Feuer an. Aber um Mitternacht ging der Wald so kalt, dass er trotz des Feuers nicht warm werden wollte. Und als der Wind die Gehängten gegeneinander stieß, dass sie sich hin und her bewegten, so dachte er, »Du frierst unten bei dem Feuer, was mögen die da oben erst frieren und zappeln?« Und weil er mitleidig war, legte er die Leiter an, stieg hinauf, knüpfte einen nach dem anderen los und holte sie alle sieben herab. Darauf schürte er das Feuer, blies es an und setzte sie ringsherum, dass sie sich wärmen sollten. Aber sie saßen da und regten sich nicht und das Feuer ergriff ihre Kleider. Da sprach er, »Nehmt euch in Acht, sonst hänge ich euch wieder hinauf!« Die Toten aber hörten nicht, schwiegen und ließen ihre Lumpen fortbrennen. Da ward er bös und sprach, »Wenn ihr nicht Acht geben wollt, so kann ich euch nicht helfen, ich will nicht mit euch verbrennen!« Und hing sie nach der Reihe wieder hinauf. Nun setzte er sich zu seinem Feuer und schlief ein. Und am anderen Morgen, da kam der Mann zu ihm, wollte die fünfzig Thale haben und sprach, »Nun, weißt du, was das Gruseln ist?« »Nein,« antwortete er. »Woher sollte ich's wissen? Die da droben haben das Maul nicht aufgetan und waren so dumm, dass sie die paar alten Lappen, die sie am Leibe haben, brennen ließen.« Da sah der Mann, dass er die fünfzig Thaler heute nicht davontragen würde, ging fort und sprach, »So einer ist mir noch nicht vorgekommen.« Der Junge ging auch seines Weges und fing wieder an, vor sich hin zu reden. »Ach, wenn's mir nur gruselte!« Das hörte ein Fuhrmann, der hinter ihm herschritt und fragte, »Wer bist du?« »Ich weiß nicht,« antwortete der Junge. Der Fuhrmann fragte weiter, »Wo bist du her?« »Ich weiß nicht.« »Wer ist dein Vater?« »Das darf ich nicht sagen.« »Was brummst du beständig in deinen Bart hinein?« »Ei!« antwortete der Junge. »Ich wollte, dass mir's gruselte, aber niemand kann mir's lehren.« »Lass dein dummes Geschwätz!« sprach der Fuhrmann. »Komm, geh mit mir, ich will sehen, dass ich dich unterbringe.« Der Junge ging mit dem Fuhrmann und abends gelangten sie zu einem Wirtshaus, wo sie übernachten wollten. Da sprach er beim Eintritt in die Stube wieder ganz laut, »Wenn mir's nur gruselte, wenn mir's nur gruselte!« Der Wirt, der das hörte, lachte und sprach, »Wenn dich danach lüstet, dazu sollte hier wohl Gelegenheit sein.« »Ach, schweig stille!« sprach die Wirtsfrau. »So mancher Vorwitziger hat schon sein Leben eingebüßt. Es wäre Jammer und Schade um die schönen Augen, wenn sie das Tageslicht nicht wiedersehen sollten.« Der Junge aber sagte, »Wenn's noch so schwer wäre, ich will's einmal lernen, deshalb bin ich ja ausgezogen!« Er ließ dem Wirt auch keine Ruhe, bis dieser erzählte, nicht weit davon stände ein verwünschtes Schloss, wo einer wohl lernen könnte, was gruseln wäre, wenn er nur drei Nächte darin wachen wollte. Der König hätte dem, der's wagen wollte, seine Tochter zur Frau versprochen, und die wäre die schönste Jungfrau, welche die Sonne beschien. In dem Schlosse steckten auch große Schätze, von bösen Geistern bewacht. Die würden dann frei und könnten einen Armen reich genug machen. Schon viele wären wohl hinein, aber noch keiner wieder herausgekommen. Da ging der Junge am anderen Morgen vor den König und sprach, »Wenn's erlaubt wäre, so wollte ich wohl drei Nächte in dem verwünschten Schlosse wachen.« Der König sah ihn an und weil er ihm gefiel, sprach er, »Du darfst dir noch dreierlei ausbitten, aber es müssen leblose Dinge sein und das darfst du mit ins Schloss nehmen.« Da antwortete er, »So bitte ich um ein Feuer, eine Drehbank und eine Schnitzbank mit dem Messer.« Der König ließ ihm alles bei Tage in das Schloss tragen. Als es Nacht werden wollte, ging der Junge hinauf, machte sich in einer Kammer ein helles Feuer an, stellte die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzte sich auf die Drehbank. »Ach, wenn's mir nur gruselte!« sprach er, »Aber hier werde ich's auch nicht lernen!« Gegen Mitternacht wollte er sich sein Feuer einmal aufschüren. Wie er so hineinblies, da schrie's plötzlich aus einer Ecke, »Au, Miau, was uns friert!« »Ihr Narren!« rief er, »Was schreit ihr? Wenn euch friert, kommt, setzt euch ans Feuer und wärmt euch!« Und wie er das gesagt hatte, kamen zwei große schwarze Katzen in einem gewaltigen Sprunge herbei, setzten sich ihm zu beiden Seiten und sahen ihn mit feurigen Augen ganz wild an. Über ein Weilchen, als sie sich gewärmt hatten, sprachen sie, »Kamerad, wollen wir eins in die Karte spielen?« »Warum nicht?« antwortete er. »Aber zeigt mal eure Pfoten her!« Da streckten sie die Krallen aus. »Ei!« sagte er. »Was habt ihr lange Nägel?« »Wartet, die muss ich euch erst abschneiden!« Damit packte er sie beim Kragen, hob sie auf die Schnitzbank und schraubte ihnen die Pfoten fest. »Euch habe ich auf die Finger gesehen!« sprach er. »Da vergeht mir die Lust zum Kartenspiel!« schlug sie tot und warf sie hinaus ins Wasser. Als er aber die zweite zur Ruhe gebracht hatte und sich wieder zu seinem Feuer setzen wollte, da kamen aus allen Ecken und Enden schwarze Katzen und schwarze Hunde an glühenden Ketten. Immer mehr und mehr, dass er sich nicht mehr bergen konnte. Die schrien gräulich, traten ihm auf sein Feuer, zerrten es auseinander und wollten es ausmachen. Das sah er ein Weilchen ruhig mit an. Als es ihm aber zu arg ward, fasste er sein Schnitzmesser und rief »Fort mit dir, du Gesände!« und haute auf sie los. Ein Teil sprang weg, die anderen schlug er tot und warf sie hinaus in den Teich. Als er wiedergekommen war, blies er aus den Funken sein Feuer frisch an und wärmte sich. Und als er so saß, wollten ihm die Augen nicht länger offen bleiben und er bekam Lust zu schlafen. Da blickte er um sich und sah in der Ecke ein großes Bett. »Das ist mir eben recht.« sprach er und legte sich hinein. Als er aber die Augen zutun wollte, so fing das Bett von selbst an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. »Recht so!« sprach er. »Nur besser zu!« Da rollte das Bett fort, als wären sechs Pferde vorgespannt, über Schwellen und Treppen, auf und ab. Auf einmal, hopp, hopp, warf es um, das unterste zu oberst, dass es wie ein Berg auf ihm lag. Aber er schleuderte Decken und Kissen in die Höhe, stieg heraus und sagte, »Nun mag fahren, wer Lust hat!«, legte sich an sein Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König und als er ihn da auf der Erde liegen sah, meinte er, die Gespenster hätten ihn umgebracht und er wäre tot. Da sprach er, »Es ist doch schade um den schönen Menschen!« Das hörte der Junge, richtete sich auf und sprach, »Soweit ist's noch nicht!« Da verwunderte sich der König, freute sich aber und fragte, wie es ihm gegangen wäre. »Recht gut!«, antwortete er. »Eine Nacht wäre herum, die zwei anderen werden auch herumgehen.« Als er zum Wirt kam, da machte der große Augen. »Ich dachte nicht«, sprach er, »dass ich dich wieder lebendig sehen würde. Hast du nun gelernt, was Gruseln ist?« »Nein«, sagte er. »Es ist alles vergeblich, wenn mir's nur einer sagen könnte!« Die zweite Nacht ging er abermals hinaus ins alte Schloss, setzte sich zum Feuer und fing sein altes Lied wieder an. »Wenn's mir nur gruselte!« Wie Mitternacht herankam, ließ sich ein Lärm und Gepolter hören. Erst sachte, dann immer stärker. Dann war's ein bisschen still. Endlich kam mit lautem Geschrei ein halber Mensch den Schornstein herab und fiel vor ihm hin. »Heda!«, rief er. »Noch ein halber gehört dazu!« »Das ist zu wenig!«, da ging der Lärm von Frischem an. Es tobte und heulte und fiel die andere Hälfte auch herab. »Wart!«, sprach er. »Ich will dir erst das Feuer ein wenig anblasen!« Wie er das getan hatte und sich wieder umsah, da waren die beiden Stücken zusammengefahren und saß da ein gräulicher Mann auf seinem Platz. »So haben wir nicht gewettet!«, sprach der Junge. »Die Bank ist mein!« Der Mann wollte ihn wegdrängen, aber der Junge ließ es nicht gefallen, schob ihn mit Gewalt weg und setzte sich wieder auf seinen Platz. Da fielen noch mehr Männer herab, einer nach dem anderen. Die holten neun Totenbeine und zwei Totenköpfe, setzten auf und spielten Kegel. Der Junge bekam auch Lust und fragte, »Hört ihr, kann ich mit sein?« »Ja, wenn du Geld hast.« »Geld genug,« antwortete er. »Aber eure Kugeln sind nicht recht rund.« Da nahm er die Totenköpfe, setzte sie in die Drehbank und drehte sie rund. »So, jetzt werden sie besser schüppeln,« sprach er. »Heider, nun geht's lustig.« Er spielte mit und verlor etwas von seinem Geld. Als es aber zwölf schlug, war alles vor seinen Augen verschwunden. Er legte sich nieder und schlief ruhig ein. Am anderen Morgen kam der König und wollte sich erkundigen. »Wie ist dir's diesmal gegangen?« fragte er. »Ich habe gekegelt,« antwortete er, »und ein paar heller verloren.« »Hatt ihr denn nicht gegruselt?« »Ei, was!« sprach er. »Lustig habe ich mich gemacht, wenn ich nur wüsste, was gruseln wäre!« In der dritten Nacht setzte er sich wieder auf seine Bank und sprach ganz verdrießlich, »wenn es mir nur gruselte!« Als es spät ward, kamen sechs große Männer und brachten eine Totenlade hereingetragen. Da sprach er, »Das ist gewiss mein Vetterchen, das ist erst vor ein paar Tagen gestorben!« winkte mit dem Finger und rief, »Komm, Vetterchen, komm!« Sie stellten den Sarg auf die Erde. Er aber ging hinzu und nahm den Deckel ab. Da lag ein toter Mann darin. Er fühlte ihm ans Gesicht, aber es war kalt wie Eis. »Wart!« sprach er. »Ich will dich ein bisschen wärmen!« Ging ans Feuer, wärmte seine Hand und legte sie ihm aufs Gesicht, aber der Tote blieb kalt. Nun nahm er ihn heraus, setzte sich ans Feuer und legte ihn auf seinen Schoß und rieb ihm die Arme, damit das Blut wieder in Bewegung kommen sollte. Als auch das nichts helfen wollte, fiel ihm ein. »Wenn zwei zusammen im Bett liegen, so wärmen sie sich!« brachte ihn ins Bett, deckte ihn zu und legte sich neben ihn. Über ein Weilchen ward auch der Tote warm und fing an, sich zu regen. Da sprach der Junge, »Siehst du, Vetterchen, hätt' ich dich nicht gewärmt!« Der Tote aber hob an und rief, »Jetzt will ich dich erwürgen!« »Was?« sagte er. »Das ist mein Dank? Gleich sollst du wieder in deinen Sarg!« hub ihn auf, warf ihn hinein und machte den Deckel zu. Da kamen die sechs Männer und trugen ihn wieder fort. »Es will mir nicht gruseln!« sagte er. »Hier lerne ich's mein Lebtag nicht!« Da trat ein Mann herein, der war größer als alle anderen und sah fürchterlich aus. Er war aber alt und hatte einen langen weißen Bart. »Oh, du Wicht!« rief er. »Nun sollst du bald lernen, was Gruseln ist, denn du sollst sterben!« »Nicht so schnell!« antwortete der Junge. »Soll ich sterben, so muss ich auch dabei sein!« »Dich will ich schon packen!« sprach der Unhold. »Sachte, sachte! Mach dich nicht so breit! So stark wie du bin ich auch und wohl noch stärker!« »Das wollen wir sehen!« sprach der Alter. »Bist du stärker als ich, so will ich dich gehen lassen! komm, wir wollen's versuchen!« Da führte er ihn durch dunkle Gänge zu einem Schmiedefeuer, nahm eine Axt und schlug den einen Amboss mit einem Schlag in die Erde. »Das kann ich noch besser!« sprach der Junge und ging zu dem anderen Amboss. Der Alte stellte sich daneben hin und wollte zusehen, und sein weißer Bart hing herab. Da fasste der Junge die Axt, spaltete den Amboss auf einen Hieb und klemmte den Bart des Alten mit hinein. »Nun hab ich dich!« sprach der Junge. »Jetzt ist das Sterben an dir!« Dann fasste er eine Eisenstange und schlug auf den Alten los, bis er wimmerte und bat, er möchte aufhören. Er wollte ihm große Reichtümer geben. Der Junge zog die Axt raus und ließ ihn los. Der Alte führte ihn wieder ins Schloss zurück und zeigte ihm in einem Keller drei Kasten voll Gold. »Davon«, sprach er, »ist ein Teil den Armen, der andere dem König, der dritte dein.« In dem schlug es zwölf und der Geist verschwand, also dass der Junge im Finstern stand. »Ich werde mir doch heute heraushelfen können!« sprach er, tappte herum, fand den Weg in die Kammer und schlief dort bei seinem Feuer ein. Am anderen Morgen kam der König und sagte, »Nun wirst du gelernt haben, was Gruseln ist.« »Nein«, antwortete er, »was ist's nur? Mein toter Vetter war da und ein bärtiger Mann ist gekommen, der hat mir da unten viel Geld gezeigt, aber was Gruseln ist, hat mir keiner gesagt.« Da sprach der König, »Du hast das Schloss erlöst und sollst meine Tochter heiraten.« »Das ist alles recht gut,« antwortete er, »aber ich weiß noch immer nicht, was Gruseln ist.« Da war das Gold herausgebracht und die Hochzeit gefeiert, aber der junge König, so lieb er seine Gemahlin hatte und so vergnügt er war, sagte doch immer, »Wenn mir nur gruselte!« »Wenn mir nur gruselte!« Da verdross sie endlich. Ihr Kammermädchen sprach, »Ich will Hilfe schaffen, das Gruseln soll er schon lernen.« Sie ging hinaus zum Bach, der durch den Garten floss und ließ sich einen ganzen Eimer voll Gründlinge holen. Nachts, als der junge König schlief, musste seine Gemahlin ihm die Decke wegziehen und den Eimer voll kaltes Wasser mit den Gründlingen über ihn herschütten, dass die kleinen Fische um ihn herumzappelten. Da wachte er auf und rief, »Ach, was gruselt mir, was gruselt mir, liebe Frau!« »Ja, nun weiß ich, was Gruseln ist!« Die Prinzessin von Tiefental Von Johann Wilhelm Wolf Zur Zeit, als es noch schöner in der Welt war wie heutzutage, geschah es, dass ein Wachtmeister des Soldatenlebens müde wurde und desertierte. Im ersten Wirtshaus über der Grenze machte er Halt, denn er war scharf geritten und müde. Das war sein Pferd auch. Er saß nicht lange im Zimmer. Da trabte etwas über die Landstraße daher und hielt vor dem Wirtshaus. Als er herausschaute, waren es zwei Husaren. Nun war guter Rat teuer, denn er glaubte, die kämen, ihn einzufangen. Er sagte rasch dem Wirt, dass er Deserteur sei, und der gute Wirt versteckte ihn in der Nebenkammer. Die zwei Husaren traten herein und frugen, Ist nicht ein Wachtmeister von den Husaren hier eingekehrt? Dass ich nicht wüsste, erwiderte der Wirt. Ihr hilft kein Leugnen, sprachen die Husaren. Wir haben sein Pferd im Stalle gesehen, und er muss hier sein, aber er mag nur hervorkommen, denn wir sind auch desertiert. Als der Wachtmeister das hörte, sprang er aus der Kammer heraus und rief, Dann seid willkommen, ihr Brüder! Und sie waren alle drei lustig und guter Dinge. Endlich sprach der Wachtmeister, Es ist nicht gut, dass wir drei zusammen weiterreiten. Geht ihr voraus, ich komme nach. Das geschah. Die Husaren machten sich auf den Weg, und eine Viertelstunde nachher folgte der Wachtmeister. Er war schon eine Stunde weit geritten, da traf er auf zwei Holzhacker und frug sie, ob nicht zwei Husaren vorbeigeritten wären. Jawohl, vor einer Stunde, war die Antwort. Der Wachtmeister ritt noch schärfer zu und als er wiederum eine gute Strecke weiter war, fand er ein paar Leute am Wege, welche Steine klopften. Sind nicht zwei Husaren hier vorbeigeritten? rug er. Jawohl, vor etwa zwei Stunden, sprachen die Leute. Da ritt er noch besser zu und sah bald einen Dreiweg vor sich. Was nun machen? Ich will mein Pferd gehen lassen, dachte er. Vielleicht weiß das besser den rechten Weg wie ich. Das Pferd lenkte eben nach rechts in den Wald ein und ging immer und immer zu und es wurde immer dunkler und dunkler, sodass man keine Hand vor den Augen sah. Plötzlich stutzte das Pferd und wollte nicht weiter. Der Wachtmeister stieg ab und untersuchte den Boden. Da fand er, dass er am Rande eines tiefen Grabens stand. Er ging zurück, band den Gaul an den nächsten Baum und legte sich nieder, um den Tag abzuwarten und dann zu sehen, was das sei. Nach einiger Zeit ging der Mond hinter den schweren schwarzen Wolken hervor. Und siehe, da lag ein großes, schwarzes Schloss vor ihm und an einem Fenster brannte ein helles Licht. Er setzte sich wieder zu Ross und ritt um das Schloss herum. Als er an die Brücke kam, wurde dieselbe niedergelassen und er trabte in den Schlosshof hinein. Also bald traten viele schwarze Diener auf ihn zu, nahmen sein Ross und führten es in den Stall. Ihn aber führten sie in das Schloss und in einen Saal. Der war ganz schwarz ausgeschlagen. Da war eine prächtige Tafel gedeckt und Speisen aller Art standen darauf. Nun waren die Schüsseln und Teller, Gabeln und Messer alle schwarz. Das kümmerte den Wachtmeister nicht, denn er war müd und hatte argen Hunger und so ließ er es sich ganz vortrefflich schmecken. Gegen elf Uhr ging die Türe auf und hereintrat eine schöne Jungfrau in königlichen Kleidern. Sie war aber ganz schwarz und hatte zwei Kammerjungfern zu ihrer Seite. Eine zur rechten, die andere zur linken. Sie grüßte ihn freundlich und sprach, Auf dich habe ich schon viele hundert Jahre gewartet, denn du sollst mein Erlöser sein. Willst du drei Nächte hier schlafen und schweigen und dich nicht fürchten, was auch um dich vorgehen mag, dann hast du das Schwerste vollbracht und wir werden glücklich sein auf ewige Zeit. Ei, das will ich schon, sprach der Wachtmeister. Wer so lange gedient und so viel Pulver gerochen hat wie ich, der hat verlernt, was fürchten heißt. Rühme dich nicht zu früh, sprach die Prinzessin, lächelte ihm holtselig zu und ging mit ihren Kammerjungfern fort. Der Wachtmeister war aber im neunten Himmel, denn die Prinzessin war gar zu schön und sein Herz in heller Liebe zu ihr entbrannt. Er warf sich ganz glückselig auf das schwarze Bett, welches nebenan in einer prächtigen schwarzen Schlafkammer stand. An Schlafen aber dachte er nicht. Als es zwölf Uhr schlug, tat es einen Schlag, als wollte die Welt untergehen. Zugleich flog die Türe auf und drei schwarze Männer traten herein und setzten sich an den Tisch. Einer von ihnen zog Karten aus dem Sack, mischte sie und sprach, drei sind wir, aber zum Spiel gehören vier. Der vierte ist der Wachtmeister, der dort in der Kammer auf dem Bette liegt, sprach der andere. Ich will ihn holen, er muss mitspielen, sagte der dritte, ging zu dem Bette und lud den Wachtmeister zum Spiele ein. Der stand auf, setzte sich zu ihnen und spielte mit, schlug kräftig mit der Faust auf den Tisch, wenn er auftrumpfte, gewann und verlor, aber er sprach kein Wort. Die anderen gaben sich zwar alle Mühe, ihn zum Sprechen zu bringen, sie frugen ihn allerhand, schimpften ihn, taten, als ob sie ihn schlagen wollten. Er aber hielt sich ganz ruhig und schwieg. Da schlug es ein Uhr, die drei Männer rafften in aller Eil ihre Karten zusammen und fort waren sie. Der Wachtmeister legte sich aber zu Bett und schlief bis zum hellen Tage. Die Diener brachten ihm, sobald er aufstand, sein Frühstück. Sie hatten jetzt alle Gesichter weiß und rot, wie andere Menschen, die Schüsseln und Tassen weiße Ränder und die Messer und Löffel weiße Stiele. Auch die Decke seines Zimmers war weiß geworden und die Laken und Kissen auf seinem Bette. Da öffnete sich die Tür und die Prinzessin trat ein, grüßte ihn noch viel freundlicher als das erste Mal und er bemerkte, dass auch sie einen weißen Schleier trug. Der wollte ihr bis auf die Brust herab. Nun halt noch zwei Nächte aus, mein Erlöser, sprach sie. Und alles ist gut. Lass dich nichts anfechten, was auch um dich herum vorgehen mag. Es geschieht dir nichts zu leider. Alsdann reichte sie ihm holzselig lächelnd ihre Hand und verschwand wieder mit ihren beiden Kammerjungfern. Dem Wachtmeister hüpfte das Herz im Leibe wie ein Eichhörnchen und er vergaß Himmel und Erde über die wunderschöne Prinzessin. Wo mag die nur ihren Aufenthalt haben, dachte er, und da ihm ohne dies nichts als das Sprechen bei der Nacht verboten war, so ging er einmal im Schlosse herum, von einem Zimmer ins andere. Nein, was das eine Pracht und Herrlichkeit war. Gold und Silber und Samt und Seide überall, wohin man blickte, sodass man sich gar nicht satt genug daran sehen konnte. Wenn der Wachtmeister mit dem letzten Zimmer fertig war, fing er wieder mit dem ersten an und tat nichts anderes als sehen und sehen. Mittags stand sein köstliches Mahl auf dem Tisch und abends wiederum. Gegen zwölf Uhr tat es wiederum einen Schlag, dass die Schindeln auf dem Dach rasselten und die Fenster und Türen fast aus den Angeln flogen. Der Wachtmeister, welcher sich schon zu Bette gelegt hatte, richtete sich auf und schaute auf die Türe hin. Da kam einer der Männer vom vorigen Abend und brachte eine lange, blutrote Tischplatte. Die beiden anderen hatten Messer, Hackmesser und Schlachtbeiler und waren wie auch der erste über und über mit Blut bespritzt. Sie legten die Platte über ein paar Tische und fingen an, ihre Messer zu wetzen und die Hackmesser und Beile zu schleifen. Dazwischen unterredeten sie sich, wie sie den Wachtmeister schlachten wollten. Der eine sollte ihn mit dem Beil vor die Stirn schlagen, wie einen Ochsen. Der andere ihn mit dem Schlachtmesser zerschneiden und der dritte das Fleisch zerhacken. Da wurde es dem Wachtmeister zwar ein wenig schwül, aber er biss sich die Zunge und hielt aus. Er gab auch keinen Laut von sich, als sie kamen, ihn zu packen. Ehe sie aber noch an seinem Bett waren, schlug es eins. Und da liefen sie, was gibst du, was hast du, packten ihre sieben Sachen zusammen und waren weg, ehe man eine Hand umdreht. Der Wachtmeister atmete frisch auf und schlief auf den ausgestandenen Schrecken wie ein Prinz. Als er wieder aufwachte, da war es gar freundlich und hell um ihn her. Das ganze Zimmer war weiß geworden und nur das Schloss an der Tür noch schwarz. Als die Diener ihm das Frühstück brachten, trugen sie weiße Kleider und hatten nur noch schwarze Krägen und Handschuhe. Ebenso die Prinzessin und ihre Kammerjungfern. Wie war die jetzt so schön und wie war sie erst jetzt so freundlich? Sie sprang ordentlich ins Zimmer herein vor lauter Freude und drückte dem Wachtmeister die Hand und sprach. Jetzt halte nur noch eine Nacht aus, mein Erlöser, und fürchte dich nicht. Dir kann nichts geschehen. Dann ist das Schwerste überstanden und wir sind glücklich auf ewig. Der Wachtmeister war ganz außer sich vor Glück und schwur ihr hoch und teuer, er wolle sie erlösen und sollte er auch in Stücke zerhackt werden. Nachdem die Prinzessin fort war, ging der Wachtmeister wiederum durch die Zimmer des Schlosses und betrachtete sie eins nach dem anderen. Er wusste die Zeit nicht besser totzuschlagen, als dass er sie alle abmalte, denn sein Vater war ein Kunstmaler gewesen und hatte ihn in der Malerei gehörig unterrichtet, so dass er alles malen konnte, was er nur sah. Als es kaum zwölf Uhr in der Nacht geschlagen hatte, da krachte es wieder, dass ihm fast Hören und Sehen verging. Zugleich sprang die Tür auf und einer von den Männern kam herein und trug einen ungeheuren Kessel auf den Schultern. Der andere rollte ein Fass Öl herein und der dritte trug eine schwere Last Holz. Sie hingen den Kessel in der Mitte des Zimmers auf, gossen das Öl hinein und machten Feuer darunter an. Währenddessen sprachen sie zueinander, heute würden sie ernst machen und den Wachtmeister lebendig in dem Öl sieden. Bis jetzt hätten sie ihn nur erschrecken wollen und sie schürten das Feuer immer Ärger, so dass es ihm in seinem Bette heiß wurde und er meinte, das ganze Schloss müsse in Flammen aufgehen. Er dachte aber bei sich, Bange machen gilt nicht. Und lag ruhig da und schwieg, wie der Fuchs, wenn er den Geist aufgegeben hat. Als das Öl nun recht kochte und große Blasen warf, da streiften die drei Kerle die Hemdsärmel in die Höhe, rieben die Hände und riefen, jetzt muss er hinein. Also liefen sie auf ihn zu, aber da schlug es ein Uhr und es tat einen Donnerschlag, dass die Fenster und Türen aus den Angeln fuhren. Die drei Kerle, das Feuer und der Ölkessel, verschwanden in einem Augenblick, dagegen entzündeten sich tausend Lichter wie von selbst in dem Saal und war da eine Pracht, dass es nicht zu sagen ist. Draußen erscholl eine fröhliche Musik. Die Tür flog auf und eine ganze Reihe von hohen Herren und Damen kam herein. Zuletzt die Prinzessin und alle waren Schneeschlossen weiß und in Gold und Silber gekleidet. Sie aber flog auf den Wachtmeister zu, küßte ihn und schloss ihn in ihre Arme und rief, Sei willkommen, mein Herzliebster Erlöser und Gemahl. Und als sie das gesagt hatte, steckte sie ihm ihren goldenen Ring an den Finger und hing ihm ihre goldene Kette um den Hals. Da neigten sich die hohen Herren und Damen dreimal vor ihm und alles war Jubel und Freude. Sprach die Prinzessin, Jetzt bleibt nur noch eins übrig, wir müssen aus dem Schloss und in meines Vaters Königreich, wir dürfen aber nicht zusammen herausgehen, auch musst du es in deiner alten Kleidung verlassen. Reite voraus, ich folge dir mit meinem Hofgesinde nach, aber lass dich durch nichts aufhalten und lass niemand dich mit Händen berühren, es würde uns beiden großen Kummer bringen. Hab ich bis jetzt alles fertig gebracht, dann kann ich es auch ferner, sprach der Wachtmeister, schwang sich auf sein Ross und ritt weg. Als er über die Brücke kam, sah er am Wallende ein kleines Haus und unter der Tür saß ein altes Weibchen, welches spann. Es bot ihm die Zeit und sprach, Ei, ihr seid mir ein feiner Herr, dass ihr also euren Zopf hängen lasset und nicht aufsteckt, wie es einem ordentlichen Soldaten ziemt. Damals trugen nämlich die Soldaten noch Zöpfer. Als der Wachtmeister an den Seinen griff, da hing der in der Tat herab und ergab sich vergebens alle Mühe, ihn wieder aufzustecken. In dem rollte es an der Brücke, als wenn viele Wagen kämen und das Weibchen sprach, So eilt euch doch, da kommt die Prinzessin angefahren, was wird die von euch denken? Er konnte aber mit dem Zopfe nicht fertig werden, sprang vom Rosse und bat das Weibchen, es möge ihm den Zopf aufstecken. Von Herzen gern, sprach es, ließ sein Spinnrädchen stehen und schlich zu ihm. Kaum aber hatte es den Zopf berührt, da sank er zu Boden und lag in einem festen Zauberschlaf. Gleich nachher kam die Prinzessin mit ihrem Hofstaat angefahren. Ach, wie war sie so untröstlich über ihr trauriges Schicksal, aber was war da zu machen? Sie schrieb auf ein Papier, wenn du mich willst wiedersehen, musst du ins Königreich Tiefental gehen und gab es ihm in die Hand, steckte eine Wunschbörse, welche nie leer wurde in seinen Sack und fuhr weiter, denn hier war ihres Bleibens nicht mehr, weiter konnte sie nichts für ihn tun. Also lag der Wachtmeister Jahr und Tag in tiefem Schlafe, bis die Zeit herum war. Da erwachte er, fand das Papier in seiner Hand und erkannte nun wohl, wie er von dem alten Weibchen betrogen worden war. Er zog alsbald seinen Säbel, lief ins Häuschen und griff die böse Hexe bei den Haaren, während er schrie, Willst du mir jetzt den Weg nach dem Königreich Tiefental zeigen oder soll ich dich in Fetzen hauen? Da jammerte die Alte und versprach ihm alles Mögliche, wenn er sie nur gehen ließe. Heimlich aber sann sie wiederum auf schlimmen Verrat. Nachdem er sie losgelassen hatte, wies sie ihm einen Weg, den er solle gehen und er würde unfehlbar nach Tiefental gelangen. Der Wachtmeister machte ihr noch ein paar Mal mit der flachen Klinge auf dem Rücken das Maß, dann schwang er sich zu Pferde und fort ging's wie der Sturmwind. Nach drei Tagen kam er in einen Wald. Als er hindurch war, sah er abends von fern ein Licht. Er ritt darauf zu und kam an ein Haus. Das sei just wie ein Einsiedlerhäuschen aus. Als er eintrat, saß da eine alte Frau, die bat er um Nachtherberge. Ach, guter Freund, sprach sie, wer euch zu mir gewiesen hat, der hat euch nicht wohlgewollt, denn meine Söhne sind Menschenfresser und sie verschonen niemanden. Euch aber sollen sie nichts zu Leide tun, denn ihr habt schon genug ausgestanden. Ich weiß alles. Versteckt euch nur vor der Hand, damit sie nicht so auf euch losfallen können. Das tat der Wachtmeister und es war auch die höchste Zeit, denn kaum war er in Sicherheit gebracht, da brauste es in der Luft wie vom größten Sturm. Dann fuhr die Tür auf und der Älteste von den Söhnen polterte herein. Menschenfleisch riech ich, Menschenfleisch genieße ich, schrie er und tobte in der Kammer umher, aber die alte Frau packte ihn bei den Schultern und warf ihn auf seine Bank nieder, dass es krachte. Da, setz dich hin und rühre dich nicht, du bekommst schon satt, sprach sie. In dem rauschte es abermals draußen, als wenn der Vogelgreif herangeflogen käme. Die Tür fuhr auf und der Zweite von den Söhnen stürzte herein, schnüffelte in der Kammer herum und schrie, Menschenfleisch riech ich, Menschenfleisch genieße ich. Da packte die alte Frau ihn und setzte ihn unsanft neben den Ersten auf die Bank nieder. Da bleibt jetzt sitzen, ihr langen Schlingel, sprach sie. Und hört, was ich euch sage. Anfangs brummten sie wohl noch, aber da hob die Alte ihren Finger und sie wurden mäuschenstill. Dann holte sie den Wachtmeister aus seinem Versteck hervor. Als der Älteste von den Söhnen ihn sah, rief er, Mutter, was ist das für ein fremdes Tier? Das ist ein Wachtmeister, mein Sohn, sprach die Frau. Und ihr sollt ihn in das Königreich Tiefental tragen. Da brummten sie wieder, sprachen, das wäre gar zu weit und er wäre ihnen zu schwer. Aber die Alte gab ihnen gute Worte, erzählte ihnen seine Geschichte und plauderte ihnen so viel vor, dass sie es endlich versprachen, ihn mit seinem Pferde nach Tiefental zu tragen. Der Jüngste wollte ihn nehmen und der Älteste, welcher auch der Stärkste war, das Pferd. Der Wachtmeister dankte ihnen und der Frau hunderttausendmal. Nachdem sie nun alle gegessen und getrunken hatten, kam es wie ein tiefer Schlaf über ihn und als er wieder erwachte, lag er neben seinem Pferd im hohen Gras und vor ihm glänzte und leuchtete eine stolze Stadt mit hundert Türmen. Er stieg zu Ross, ritt auf die Stadt zu und fragte die Leute, wie die Stadt heiße. Das sei die Hauptstadt vom Königreich Tiefental, sagten sie. Fröhlichen Mutes trabte er hinein und nahm noch am selben Tage Dienst unter den Soldaten als Rekrut. Als es am folgenden Morgen ans Exerzieren ging, hei, da verstand er das viel besser als die Korporale und Feldwebe, sodass der König ihn sogleich zum Hauptmann machte. Die Mannschaft, welche er kommandierte, sah aber schlecht aus. Sie hatten Monturen aller Art und dazu noch zerrissene. Das konnte er nicht sehen und ließ sie sofort neu auskleiden und die alten Kleider den Armen geben. Was der König für Augen machte, als bei der Revue der neue Hauptmann heranmarschiert kam. Er kannte seine eigenen Soldaten nicht mehr wieder und kurzum, er war so entzückt darüber, dass er den Hauptmann mit an seiner Tafel speisen ließ und drei Tage darauf ihn zum General der ganzen Kavalerie ernannte. Jetzt wurde die Wunschbörse noch Ärger angezapft. Alle Pferde vom ganzen Regiment wurden verkauft und neue, stattliche Tiere dafür angeschafft. Hundert Schneider mussten herbei und Tag und Nacht nähen, bis das ganze Regiment neu ausgekleidet war. Dadurch kam der General so in Gnade bei dem König, dass dieser ihm ein Stück Land gerade neben dem Schloss schenkte und ihm erlaubte, sich da selbst ein Schloss zu bauen. Nun setzt sich mein General hin und macht selbst den Plan von dem Schloss und macht ihn genau so, wie das Schloss gewesen war, worin er die Prinzessin erlöst hatte. Dann ließ er, als alles fertig dastand, ein Dutzend Maler kommen. Die mussten das Schloss gerade so malen, wie er es ihnen sagte und zeigte, denn er hatte die Abzeichnungen der Zimmer aus dem verwünschten Schloss mitgebracht. Endlich wurden Diener angeschafft und so gekleidet, wie die Diener der Prinzessin am Tage ihrer Erlösung gekleidet gewesen waren. Ach, da war viel nicht genug und das Geld flog nur so weg. Eben war sein Schloss fertig. Da kam eine Stafette an den König, die meldete, in Zeit von zwei Tagen würde die Prinzessin anlangen und gab einen Brief ab, worin stand, sie sei von einem Wachtmeister erlöst worden, aber ihr Erlöser liege im Zauberschlaf vor dem verwünschten Schloss. Sogleich ließ der König den General kommen und erzählte ihm alles, befahl ihm auch, an der Spitze des Heeres der Prinzessin entgegenzuziehen und sie feierlich zu empfangen. Der General sagte bloß, Euer Majestät befehlen und ließ sich gar nichts merken. An den bestimmten Tage holte er die Prinzessin an der Grenze ab und führte sie unter großem Jubel des Volkes in die Hauptstadt. Sie erkannte ihn nicht. Wie hätte sie auch darauf kommen sollen, dass der von Gold und Ordenszeichen strotzende General ihr Erlöser sei, von dem sie nichts anderes wusste, als dass er noch im Wall des Schlosses im Zauberschlaf liege. Als sie aber an ihres Vaters Schloss kam und das des Generals daneben neu erbaut sah, da erstaute sie nicht wenig und ihre erste Frage bei Tisch war an ihrem Vater, wem noch das prächtige, stolze Schloss gehöre. Das gehört unserem General, sagte der König und konnte ihr nicht genug von ihm erzählen. »Ei, das Schloss muss ich sehen!« sprach sie und nach Tische führte der König sie dahin. Als ihr die Diener entgegenkamen, sprach sie, »Vater, das wundert mich!« »Was, mein Kind?« »Ei, die Bedienten!« »Die hat der General nicht nach seinem Kopf also gekleidet!« Als sie in das erste Zimmer trat, rief sie, »Vater, das erstaunt mich!« »Was, mein Kind?« »Ei, das Zimmer!« »Das hat der General nicht nach seinem Kopf also gemalt!« Als sie in das zweite Zimmer kam, sprach sie gar nichts mehr. In dem dritten wurde sie totenblass und im vierten wäre sie in Unmacht gefallen, wenn der General nicht in seiner Wachtmeisteruniform herbeigesprungen wäre und sie gehalten hätte. »Was ist das, mein Kind?« rief der König erstaunt. Sie aber sprach, »Das ist mein Erlöser und euer General!« Und da musste er ihren Ring und ihre Kette zeigen. Jetzt war des Jubels kein Ende und eine solche Hochzeit wie die war und ist im ganzen Odenwald noch nie gehalten. Der kleine und der große Klaus von Hans Christian Andersen In einem Dorfe lebten einmal zwei Männer, die beide denselben Namen hatten. Beide hießen Klaus. Aber der eine besaß vier Pferde und der andere nur ein einziges Pferd. Um sie nun voneinander zu unterscheiden, nannte man den mit den vier Pferden den großen Klaus und den, der nur ein Pferd besaß, den kleinen Klaus. Nun wollen wir hören, wie es den beiden erging. Es ist nämlich eine wahre Geschichte. Die ganze Woche hindurch musste der kleine Klaus für den großen Klaus pflügen und ihm dazu sein einziges Pferdlein. Dafür half ihm der große Klaus wieder mit all seinen Vieren, jedoch nur einmal in der Woche und das war des Sonntags. Hossa, wie knallte der kleine Klaus über alle fünf Pferde hin? An diesem Tage waren sie ja so gut wie sein Eigentum. Die Sonne schien herrlich, die Glocken läuteten zur Kirche und die Leute gingen in den Sonntagskleidern zum Gottesdienst. Da sahen sie den kleinen Klaus, wie er mit fünf Pferden pflügte und er war so vergnügt darüber, dass er mit der Peitsche knallte und rief, »Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Aber als wieder jemand nach der Kirche vorbeiging, vergaß der kleine Klaus, dass er es nicht sagen durfte und rief wieder »Hie, alle meine Pferde!« »Nun möchte ich aber doch recht bitten, das bleiben zu lassen«, sagte der große Klaus. »Wenn du es noch einmal sagst, schlage ich dein Pferd vor den Kopf, dass es auf der Stelle tot ist. Dann ist es vorbei damit.« »Ich will es gewiss nicht mehr sagen«, versprach der kleine Klaus. Als aber dann Leute vorbeikamen und ihm zunickten, freute er sich und dachte »Es sehe doch recht schön aus, dass er fünf Pferde habe, um sein Feld zu pflügen«, und er knallte mit der Peitsche und rief »Hü, hü, alle meine Pferde!« »Ich werde dir dafür tun«, sagte der große Klaus, nahm einen Prügel und schlug das einzige Pferd des kleinen Klauses damit auf die Stirne, dass es umfiel und mausetot war. »Ach, nun habe ich gar kein Pferd mehr«, jammerte der kleine Klaus und begann zu weinen. Darauf zog er dem toten Pferde die Haut ab, trocknete sie im Winde, steckte sie dann in einen Sack, den er auf den Rücken nahm, und machte sich auf den Weg nach der Stadt, um seine Pferdehaut zu verkaufen. Er hatte einen sehr weiten Weg vor sich und musste durch einen großen dunklen Wald, und nun wurde es entsetzlich schlechtes Wetter. Er verirrte sich gänzlich, und ehe er wieder auf den rechten Weg kam, war es Abend und er allzu weit von der Stadt entfernt, um sie vor Einbruch der Nacht zu erreichen oder wieder nach Hause zu kommen. Dicht am Wege lag ein alter Bauernhof, dessen Fenster von außen mit Läden verschlossen waren, durch die aber doch das Licht hervorschimmerte. »Hier werde ich wohl ein Obdach für die Nacht finden«, dachte der kleine Klaus, ging hin und klopfte an. Die Bäuerin öffnete, als sie aber hörte, was er wollte, sagte sie, er solle seiner Wege weitergehen. Ihr Mann sei nicht daheim und sie nehme keinen Fremden auf. »Nun, dann muss ich eben hier draußen übernachten«, sagte der kleine Klaus, und die Bäuerin schlug ihm die Tür vor der Nase zu. Ganz in der Nähe des Wohnhauses stand ein kleiner Heuschober, und zwischen diesem und dem Hause war ein kleiner Schuppen mit einem flachen Strohdach. »Da oben werde ich übernachten«, sagte der kleine Klaus, als er das Dach erblickte. »Das ist ja eine ausgezeichnete Lagerstadt, und der Storch wird wohl nicht herunterfliegen und mich in das Bein zwicken.« »Ein lebendiger Storch stand oben auf dem Dache, wo er sein Nest hatte.« Nun kletterte der kleine Klaus auf den Schuppen hinauf, wo er sich niederlegte und sich hin und her drehte, um recht gut zu liegen. Die hölzernen Läden vor den Fenstern schlossen oben nicht ganz, und so konnte er gerade in die Stube hineinsehen. Da war ein großer Tisch, gedeckt mit Wein und Braten und einem herrlichen Fisch. Die Bäuerin und der Küster saßen am Tisch und sonst niemand mehr. Sie schenkte ihm ein, und er machte sich über den Fisch her, denn das war sein Leibgericht. »Wer doch da auch mithalten dürfte«, dachte der kleine Klaus und streckte den Kopf gerade gegen das Fenster. »Ei, der Tausend! Dort drüben stand ja auch noch ein prachtvoller Kuchen! Das war ein wahres Festmahl!« Plötzlich hörte er, wie jemand von der Landstraße her auf das Haus zugeritten kam. Es war der Bauer, der nach Hause zurückkehrte. Der Bauer war sonst ein ganz guter Mann, aber er hatte die merkwürdige Schwachheit, dass er den Anblick eines Küsters nicht ertragen konnte. Daher hatte auch der Küster die Frau an diesem Abend besucht, weil er wusste, dass ihr Mann nicht zu Hause war. Und die gute Frau hatte ihm dafür das Beste, was sie hatte, vorgesetzt. Als sie nun den Mann nach Hause kommen hörte, erschraken sie sehr, und die Frau bat den Küster, in eine große leere Truhe, die in der Ecke stand, hineinzukriechen. Das tat er auch, denn er wusste ja, dass der arme Mann den Anblick eines Küsters nicht ertragen konnte. Die Frau versteckte hurtig all das herrliche Essen und den Wein in ihrem Backofen. Denn wenn es der Mann zu sehen bekommen hätte, so hätte er gewiss gefragt, was das zu bedeuten habe. Oh weh, seufzte der kleine Klaus oben auf dem Schuppen, als er das schöne Essen verschwinden sah. Ist jemand da oben? fragte der Bauer und sah zu dem kleinen Klaus hinauf. Weshalb liegst du da oben? Komm lieber mit in die Stube hinein. Da erzählte der kleine Klaus, wie er sich verirrt habe und bat dann um ein Obdach für die Nacht. Ja, freilich, sagte der Bauer. Aber nun müssen wir zuerst etwas zwischen die Zähne bekommen. Die Bäuerin empfing beide sehr freundlich, deckte auch gleich einen Tisch und gab ihnen eine große Schüssel voll Grütze. Der Bauer war hungrig und aß mit großem Appetit. Der kleine Klaus aber musste unaufhörlich an den herrlichen Braten, Fisch und Kuchen denken, die, wie er wusste, im Backofen standen. Unter den Tisch zu seinen Füßen hatte er den Sack mit der Pferdehaut hingelegt. Denn wir wissen ja, dass er sich auf den Weg gemacht hatte, um sie in der Stadt zu verkaufen. Die Grütze wollte ihm eben gar nicht munden. Da trat er auf seinen Sack, dass die Haut darin laut knarrte. Psst, sagte der kleine Klaus zu seinem Sack, trat jedoch sogleich wieder darauf, dass er noch lauter als zuvor knarrte. Ei, was hast du denn in deinem Sack? fragte der Bauer. Oh, das ist ein Zauberer, sagte der kleine Klaus. Er sagt, wir sollen doch keine Grütze essen, denn er hätte den ganzen Backofen voll Braten, Fisch und Kuchen gehext. Ist's möglich, rief der Bauer und öffnete schnell den Ofen. Da sah er all die herrlichen Speisen, die seine Frau darin versteckt hatte, die aber seiner Meinung nach der Zauberer für sie hineingehext hatte. Die Frau durfte nichts sagen. Sie setzte die Speisen sogleich auf den Tisch, und die beiden ließen sich nun den Fisch, Braten und Kuchen recht wohl schmecken. Rasch trat der kleine Klaus wieder auf den Sack, dass die Haut darin knarrte. Was sagt er nun? fragte der Bauer. Er sagt, antwortete der kleine Klaus, er habe auch drei Flaschen Wein für uns hergehext, und sie stünden ebenfalls im Ofen. Nun musste die Frau den Wein, den sie versteckt hatte, hervorholen, und der Bauer trank und wurde ganz ausgelassen. Einen solchen Zauberer, wie der kleine Klaus einen im Sack hatte, hätte er gar zu gerne auch gehabt. Kann er wohl auch den Teufel herhexen? fragte der Bauer. Ich möchte ihn gern sehen, denn jetzt bin ich gerade dazu aufgelegt. Ja, sagte der kleine Klaus. Mein Zauberer kann alles, was ich verlange. Nicht wahr, du? fragte er und trat dabei auf den Sack, dass es knarrte. Hörst du? Er sagt ja. Aber der Teufel sieht hässlich aus, und wir wollen ihn lieber nicht sehen. Oh, ich fürchte mich gar nicht. Wie mag er nur aussehen? Er sagt, er wolle sich als leibhaftiger Küster zeigen. Oh, das wäre freilich grässlich, sagte der Bauer. Ihr müsst nämlich wissen, dass ich den Anblick eines Küsters nicht ertragen kann. Aber das tut jetzt nichts. Ich weiß ja, dass es der Teufel ist. Da werde ich mich am Ende besser da reinfinden. Nun, ich bin mutig. Er darf mir nur nicht zu nahe kommen. Nun, ich will einmal meinen Zauberer fragen, sagte der Kleiner. Kleine Klaus, in dem er auf seinen Sack trat und das Ohr hinhielt. Was sagt er? Er sagt, ihr sollet die Truhe, die dort in der Ecke steht, aufschlagen. Dann würdet ihr den Teufel darin hocken sehen. Aber ihr müsstet den Deckel festhalten, damit er euch nicht entwischt. Wollt ihr mir helfen, sagte der Bauer und ging zu der Truhe hin, in der die Bäuerin den wirklichen Küster, der bebend und zähneklappert darin saß, versteckt hatte. Der Bauer hob den Deckel ein wenig empor und guckte hinein. Wuh, schrie er und sprang zurück. Ja, nun habe ich ihn gesehen. Er sah ganz wie ein Küster aus. Es war schrecklich. Darauf mussten sie wieder trinken und so tranken sie bis tief in die Nacht hinein. Den Zauberer musst du mir verkaufen, sagte der Bauer. Verlange dafür, was du willst. Ja, ich gebe dir gleich einen ganzen Scheffel voll Geld dafür. Nein, das kann ich nicht, sagte der Kleine Klaus. Bedenke doch, welch großen Nutzen ich von diesem Zauberer habe. Aber ich möchte ihn eben gar zu gerne haben, sagte der Bauer und hörte nicht auf, den Kleinen Klaus darum zu bitten. Nun, sagte dieser endlich, da du so gut gewesen bist, mir heute Nacht ein Obdach zu gewähren, so mag es denn sein. Ich will dir also den Zauberer für einen Scheffel Geld überlassen, aber der Scheffel muss gehäuft voll sein. Das sollst du bekommen, sagte der Bauer. Aber die Truhe dort musst du auch mitnehmen. Ich will sie nicht eine Stunde länger im Hause haben, denn man kann nicht wissen, ob der Böse nicht noch darin sitzt. Der Kleine Klaus gab also dem Bauern seinen Sack mit der trockenen Haut und bekam einen gehäuften Scheffel Geld dafür. Der Bauer verehrte ihm sogar noch einen großen Schubkarren, um die Truhe und das Geld darauf fortzufahren. Leb wohl, sagte der Kleine Klaus, und dann fuhr er mit seinem Geld und der großen Truhe, worin der Küster noch immer saß, seiner Wege. Auf der anderen Seite des Waldes war ein tiefer Bach. Das Wasser schoss so rauschend dahin, dass man kaum gegen den Strom schwimmen konnte. Über diesen Bach führte eine neue Brücke. Und mitten darauf hielt der Kleine Klaus an und sagte recht laut, damit es der Küster in der Truhe hören sollte, Was soll ich denn nur mit der dummen Truhe anfangen? Sie ist so schwer, als ob Steine darin seien. Ich werde nur müde, wenn ich sie noch weiterfahre. Ich will sie daher lieber in den Bach werfen. Schwimmt sie zu mir nach Hause, dann ist es gut. Wenn nicht, nun, dann hat es auch nicht viel zu sagen. Er fasste die Truhe mit der einen Hand an und hob sie ein wenig auf, gerade als ob er sie in das Wasser stürzen wollte. Nein, lass sein, rief der Küster in der Truhe. Lass mich zuerst hinaus. Puh, machte der Kleine Klaus und tat, als ob er erschrocken wäre. Er sitzt noch immer darin, schnell in den Bach mit ihm, damit er ertrinkt. Oh nein, oh nein, rief der Küster. Wenn du mich gehen lässt, will ich dir einen ganzen Scheffel Geld geben. Ja, das ist etwas anderes. Sagte der Kleine Klaus und öffnete die Truhe. Der Küster kroch schnell heraus, stieß die Truhe ins Wasser und ging dann nach Hause, wo der Kleine Klaus einen ganzen Scheffel voll Gold erhielt. Einen hatte er ja schon von dem Bauern bekommen. Nun hatte er den ganzen Schubkarren voll Geld. Siehe, das Pferd hat sich recht gut bezahlt. Sagte er zu sich selbst, als er zu Hause angekommen war und alles Geld auf einen Haufen mitten in der Stube aufschüttete. Das wird den großen Klaus ärgern, wenn er erfährt, wie reich ich durch mein einziges Pferd geworden bin. Aber ich will es ihm doch nicht gerade heraussagen. Darauf schickte er einen Jungen zu Klaus hin und ließ ihn um ein Scheffelmaß bitten. Was er wohl damit will, dachte der große Klaus und bestrich den Boden desselben unten mit Teer, damit von dem, was gemessen wurde, etwas daran hängen bleiben solle. Und so geschah es auch. Als er den Scheffel zurück erhielt, klebten drei große neue Silbermünzen daran. Was ist denn das? Sagte der große Klaus und lief sofort zu dem Kleinen hinüber. Oh, das bekam ich für meine Pferdehaut, die ich gestern verkaufte. Ei, der Tausend, das war einmal gut bezahlt, sagte der große Klaus, nahm seine Axt und schlug all seine vier Pferde tot. Darauf zog er ihnen die Haut ab und fuhr mit ihnen nach der Stadt. Heute, heute, wer kauft heute? rief er durch die Straßen. Alle Schuhmacher und Gerber liefen herbei und fragten, was die heute kosteten. Einen Scheffel Geld für jeder, sagte der große Klaus. Bist du verrückt? sagten alle. Meinst du denn, wir hätten das Geld scheffelweise? Heute, heute, rief er wieder. Aber allen, die nach dem Preis fragten, gab er zur Antwort, einen Scheffel Geld. Er will uns zum Narren haben, riefen die Handwerker, und nun ergriffen die Schuhmacher ihre Spannriemen und die Gerber ihre Schutzfälle und begannen auf den großen Klaus loszuhauen. Heute, heute, spotteten sie. Ja, wir wollen dir die Haut gerben und die Schuhe versohlen. Hinaus aus der Stadt mit dir! schrien sie, und der große Klaus musste aus Leibeskräften davonlaufen. So gründlich war er noch nie durchgeprügelt worden. Na warte, sagte er, als er nach Hause kam. Dafür sollst du mir büßen, kleiner Klaus. Ich schlage dich tot! Aber zu Hause beim kleinen Klaus war indessen die alte Großmutter gestorben. Sie war zwar stets bös und heftig gegen ihn gewesen, aber er war doch recht betrübt, nahm die tote Frau und legte sie in sein warmes Bett, um zu sehen, ob sie nicht wieder wach werde. Da sollte sie die ganze Nacht liegen. Er selbst aber wollte sich in den Ofenwinkel setzen und auf einem Stuhle schlafen, was er schon öfters getan hatte. Als er nun nachts so dasaß, ging die Türe auf, und der große Klaus trat mit seiner Axt herein. Er wusste, wo das kleinen Klaus Bett stand, ging geradewegs drauf zu und schlug die tote Großmutter auf den Kopf, weil er glaubte, dass es der kleine Klaus sei. So, nun wirst du mich nicht mehr zum Narren haben, sagte er und ging wieder nach Hause. Das ist doch ein recht böser Mann, sagte der kleine Klaus. Er wollte mich totschlagen. Es war nur gut, dass die alte Mutter schon tot war, sonst hätte er ihr das Leben genommen. Nun zog er der alten Großmutter ihre Sonntagskleider an, entlehnte von seinem Nachbarn ein Pferd, spannte es vor den Wagen und setzte die Großmutter auf den hintersten Sitz, das sie beim Fahren nicht herausfallen konnte. Und so fuhren sie durch den Wald von Dannen. Als die Sonne aufging, befanden sie sich vor einem großen Kruge. Hier hielt der kleine Klaus an, um zu frühstücken. Der Wirt hatte viel, viel Geld. Er war auch sonst ein recht guter Mann, aber so jähzornig, dass man seines Lebens nicht sicher bei ihm war. Guten Morgen, sagte er zum kleinen Klaus. Du hast dich ja schon in aller Frühe in den Sonntagsstart geworfen. Ja, sagte der kleine Klaus. Ich will mit meiner Großmutter nach der Stadt. Sie sitzt draußen auf dem Wagen und ich will nicht hereinkommen. Wollt ihr so gut sein und ihr ein Glas Mett hinausbringen? Ihr müsst aber recht laut schreien, denn sie hört nicht gut. Gerne, sagte der Wirt und schenkte ein großes Glas Mett ein, mit dem er zu der Großmutter, die aufrecht auf dem Wagen saß, hinausging. Hier ist ein Glas Mett von ihrem Sohne, sagte der Wirt, aber die tote Frau rührte sich nicht und sagte kein Wort. Hört ihr wohl, rief der Wirt, so laut er nur konnte. Hier ist ein Glas Mett von ihrem Sohne. Noch einmal rief er dasselbe und dann noch einmal. Da sie sich aber gar nicht von der Stelle rührte, warf er ihr das Glas gerade ins Gesicht, so dass ihr das Mett über die Nase hinunterlief und sie im Wagen hinten überfiel. Denn sie war nur aufrecht hingesetzt und nicht festgebunden gewesen. Holla, rief der kleine Klaus, sprang zur Türe hinaus und packte den Wirt an der Brust. Du hast meine Großmutter umgebracht. Sieh nur, da hat sie ein großes Loch in der Stirn. Wie entsetzlich, rief der Wirt und schlug die Hände über den Kopf zusammen. Das kommt alles von meinem Järzorn. Lieber kleiner Klaus, ich will dir einen ganzen Scheffel voll Geld geben und auch noch deine Großmutter begraben lassen, wie wenn sie meine eigene wäre, wenn du nur darüber schweigen willst. Sonst schlägt man mir den Kopf ab und das wäre ja schrecklich. So erhielt der kleine Klaus einen ganzen Scheffel voll Geld und der Wirt begrub auch noch die Großmutter, als ob sie seine eigene gewesen wäre. Als nun der kleine Klaus mit dem vielen Gelde wieder nach Hause kam, schickte er gleich seinen Jungen zum großen Klaus hinüber, um ihn zu bitten, ihm ein Scheffelmaß zu leihen. Was ist denn das? sagte der große Klaus. Habe ich ihn denn nicht totgeschlagen? Da muss ich doch gleich selbst einmal nachsehen. Und so ging er selbst mit dem Scheffelmaß zum kleinen Klaus hinüber. Nein, wo hast du nur all das Geld herbekommen? fragte er und riss beim Anblick des neuen Geldhaufens die Augen gewaltig auf. Nicht mich, sondern meine Großmutter hast du erschlagen, sagte der kleine Klaus. Ich habe sie nun verkauft und einen Scheffel Geld dafür bekommen. Ei, das ist wahrhaftig gut bezahlt, rief der große Klaus, lief eilig nach Hause, ergriff seine Axt und schlug seine Großmutter tot, legte sie auf den Wagen, fuhr mit ihr nach der Stadt, wo der Apotheker wohnte und fragte, ob er einen toten Menschen kaufen wolle. Wer ist es denn und wo habt ihr ihn herbekommen? fragte der Apotheker. Es ist meine Großmutter, sagte der große Klaus. Ich habe sie totgeschlagen, um sie für einen Scheffel Geld zu verkaufen. Gott steh uns bei, sagte der Apotheker. Ihr redet irre, sprecht doch kein solches Zeug, es könnte euch sonst den Kopf kosten. Und nun las er ihm gründlich den Text und setzte ihm auseinander, welch grässliche Schandtat er begangen habe und dass er dafür ins Gefängnis käme. Da erschrak der große Klaus so sehr, dass er eilig aus der Apotheke hinaus stürzte, auf seinen Wagen sprang, auf die Pferde einhieb und Spornstreis nach Hause fuhr. Das sollst du mir bezahlen, sagte der große Klaus, als er draußen auf der Landstraße war. Ja, das sollst du mir bezahlen. Sobald er zu Hause angekommen war, nahm er den größten Sack, den er finden konnte, ging damit zum kleinen Klaus hinüber und sagte, Nun hast du mich abermal zum Narren gehabt. Erst schlug ich meine Pferde tot, dann meine alte Großmutter. Das ist ganz allein deine Schuld, aber nun sollst du mich nicht wieder zum Besten haben. Mit diesen Worten packte er den kleinen Klaus um den Leib und steckte ihn in seinen Sack, nahm diesen auf den Rücken und rief ihm zu, Jetzt gehe ich an den Bach und ertränke dich. Der Weg bis zum Bache war weit und der kleine Klaus war nicht so leicht zu tragen. Der Weg führte dicht an der Kirche vorüber, die Orgel ertönte und die Leute sangen schön darin. Da setzte der große Klaus seinen Sack mit dem kleinen Klaus dicht neben der Kirchentür nieder und dachte, es könne doch gut sein, wenn er erst hereintrete und ein Lied mitsänge, ehe er weiterginge. Der kleine Klaus könne ihm ja nicht entwischen, und alle Leute seien in der Kirche. Er ging also hinein. O weh, o weh, seufzte der kleine Klaus in seinem Sack. Er drehte und wandte sich, aber es war ihm unmöglich, das Band zu lösen. Da kam ein Kuhhirt mit schneeweißem Haar und einem Stocke in der Hand vorüber. Er trieb eine Herde Kühe und Ochsen vor sich her. Sie liefen gegen den Sack, in dem der kleine Klaus saß, so dass er umfiel. Ach weh, seufzte der kleine Klaus. Ich bin noch so jung und soll schon ins Himmelreich. Und ich, Arma, sagte der Kuhhirt, bin schon so alt und kann noch immer nicht hineinkommen. Binde den Sack auf, rief der kleine Klaus. Lass mich heraus und krieche statt meiner hinein, dann kommst du sogleich ins Himmelreich. Ja, das will ich von Herzen gerne, sagte der Kuhhirt und band den Sack auf, aus dem der kleine Klaus sogleich heraussprang. Willst du nun auf das Vieh aufpassen, sagte der alte Mann, indem er in den Sack hineinkroch. Der kleine Klaus band diesen fest zu und zog mit allen Ochsen und Kühen seines Weges. Gleich darauf kam der große Klaus wieder aus der Kirche und nahm seinen Sack wieder auf den Rücken. Es schien ihm allerdings, als ob dieser nun leichter geworden sei, denn der alte Kuhhirt war kaum halb so schwer als der kleine Klaus. Da dachte er, wie leicht der Sack doch jetzt zu tragen ist. Das ist der Lohn dafür, dass ich einen Choral mit angehört habe. So ging er zum Bach, der tief und groß war, warf den Sack mit dem alten Kuhhirten ins Wasser und rief ihm nach, denn er glaubte ja, es sei der kleine Klaus. So, nun wirst du mich nicht mehr zum Narren haben. Darauf ging er heimwärts. Als er eben an die Stelle kam, wo der Weg sich kreuzte, begegnete er dem kleinen Klaus, der all sein Vieh vor sich hertrieb. Was ist das? rief der große Klaus. Habe ich dich denn nicht ertränkt? Doch, sagte der kleine Klaus, du warfst mich ja vor kaum einer halben Stunde in den Bach. Aber wo hast du denn all das schöne Vieh her? fragte der große Klaus. Das ist Seevieh, erwiderte der kleine Klaus. Ich will dir die ganze Geschichte erzählen und mich auch bestens bei dir dafür bedankt haben, dass du mich ertränkt hast. Denn nun bin ich ein gemachter Mann, das kannst du mir glauben. Mir war recht bange, als ich im Sack gesteckte und der Wind pfiff mir um die Ohren, als du mich von der Brücke hinunter in das kalte Wasser warfst. Ich sank sogleich bis auf den Grund, stieß mich aber nicht. Da unten wächst nämlich das feinste, weißte Gras. Auf dieses fiel ich und sogleich wurde der Sack geöffnet und die schönste Jungfrau in schneeweißen Kleidern und mit einem grünen Kranz um ihr nasses Haar nahm ich bei der Hand und sagte, bist du da, kleiner Klaus? Hier ist einiges Vieh für dich und eine Meile weiter auf dem Wege steht noch eine ganze Herde, die ich dir ebenfalls verehren will. Nun sah ich, dass der Bach eine große Landstraße für das Meervolk war. Unten auf dem Grunde gingen und fuhren diese Leute gerade von der See her mitten in das Land hinein bis zur Quelle des Baches. Wie reizend war es doch da unten. Blumen und frisches Gras wuchsen überall in Hülle und Fülle. Die Fische, die im Meer schwammen, schossen blitzschnell an mir vorüber, wie hier die Vögel in der Luft. Was waren doch da für hübsche Leute und nun erst das Vieh, das an Hecken und Gräben weidete. Aber warum bist du denn gleich wieder zu uns heraufgekommen? Fragte der große Klaus. Das hätte ich nicht getan, wenn es da unten wirklich so schön ist. Das ist im Gegenteil gerade recht schlau von mir, antwortete der kleine Klaus. Ich habe dir doch gesagt, dass die Seejungfrau mir mitteilte, eine Meile weiter auf dem Wege, unter dem Weg verstand sie natürlich den Bach, denn sie kann ja nirgends anders hinkommen, stehe noch eine ganze Vieherde für mich. Aber ich weiß, der Bach macht bald hier, bald dort, große Krümmungen und das verursacht große Umwege. Da kürzt man doch sehr viel ab, wenn man hier ans Land steigt und querfällt ein, wieder auf den Bach zusteuert. Dabei spare ich fast eine halbe Meile und komme umso schneller zu meinem Seevieh. Du bist ein glücklicher Mann, sagte der große Klaus. Meinst du, ich würde auch Seevieh bekommen, wenn ich auf den Grund des Baches hinunterkäme? Ja, das glaube ich schon, sagte der kleine Klaus. Allein ich kann dich nicht im Sack bis an den Bach hintragen, dazu bist du mir zu schwer. Willst du aber selbst bis dahin gehen und dann in den Sack hineinschlüpfen, so will ich dich mit größtem Vergnügen hineinwerfen. Ich danke dir sehr, sagte der große Klaus. Erhalte ich jedoch kein Seevieh, wenn ich hinunterkomme, dann prügele ich dich tüchtig durch. Darauf kannst du dich verlassen. Ach, mach es nur nicht gar zu schlimm. Nun gingen sie zum Bache hin und als das Vieh, das recht durstig war, das Wasser sah, lief es, so schnell es konnte, zur Tränke hinunter. Siehst du, wie es sich beeilt? sagte der kleine Klaus. Es sehnt sich danach, wieder auf den Grund hinunterzukommen. Ja, hilf mir nur zuerst, sagte der große Klaus. Sonst bekommst du Schläge. Dann kroch er in einen großen Sack, der quer über den Rücken eines der Ochsen gelegen hatte. Tue auch einen Stein hinein, sonst sinke ich am Ende nicht unter, sagte der große Klaus. Es wird schon gehen, erwiderte der kleine Klaus, legte aber doch noch einen großen Stein in den Sack, band ihn fest zu und stemmte sich dann dagegen. Plumps. Da lag der große Klaus im Bach und sank so gleich hinunter auf den Grund. Ich fürchte, er findet am Ende das Vieh doch nicht, sagte der kleine Klaus und zog dann mit dem, was er hatte, heimwärts. Grünus Krawalle von Johann Wilhelm Wolf Der König von Eiland hatte einen Sohn. Der hieß Jakob. Der war nicht zum Besten geraten. Tag und Nacht saß er im Wirtshaus und spielte Karten und verspielte alles, was er um und an hatte. Als dies verloren war, bestahl er seines Vaters Schatzkammer, die Kleiderkammer, die Wäschkammer, kurz, alles, was ihm unter die Finger kam, war hin, so dass die königliche Familie in Not geriet. Der König wurde dessen zuletzt müde und sperrte ihn ein. Da spielte er mit sich selbst, seine rechte Hand gegen seine linke. Zuletzt ließ man ihn jedoch wieder los, nahm ihm die Karten und der König verbot, dass jemand ferner mit ihm spiele und wer es tue, werde hingerichtet. Traurig darüber, dass er nicht mehr spielen konnte, ging der Prinz eines Tages in den Wald. Da kam ein Jägersmann im grünen Rock daher und frug ihn, was ihm fehle. Der Prinz klagte ihm seine Not und der Jäger sprach, wagt niemand mit dir zu spielen, dann wage ich es, nur müssen wir vorher über Gewinn und Verlust einig sein. Das versteht sich von selbst, ich bin mit allem zufrieden, sprach der Prinz. Gut also, wenn ich verliere, fuhr der Jäger fort, dann gebe ich dir jedes Mal zwei Pferde mit goldenen Sätteln. Verlierst du aber, dann bist du mein. Das ist ein Wort, rief der Prinz voller Freude. Jetzt sage mir nur noch, wie du heißest. Ich heiße Grünus Krawaller und hier sind die Karten. Da setzten sich die beiden nieder und spielten und fluchten dazu und der Jäger ließ den Prinzen stets gewinnen, sodass dieser abends die beiden Gäule heimführte. Der König machte große Augen, als er ihn kommen sah, verwies ihm sein Spiel jedoch nicht allzu scharf, denn die goldenen Sättel waren viel wert und Geld konnte der König sehr gut gebrauchen. Am zweiten Tage war der Prinz schon frühzeitig im Walde und der Grünus Krawalle ließ nicht lange auf sich warten. Diesmal hatte der Prinz aber kein Glück. Er gewann wohl einmal, dafür verspielte er aber zwölfmal und die Summe der ganzen Rechnung war, dass er dem Jäger zu eigen fiel. Ich könnte dich zwar jetzt sogleich mit mir wegschleppen, sagte der Jäger, doch will ich Gnade für Recht ergehen lassen. Ich gebe dir Jahr und Tag Zeit, mich zu suchen. Findest du mich, dann bist du frei. Findest du mich nicht, dann bist du mein und ich hole dich zur festen Stunde, denn ich weiß immer, wo du bist. Damit verschwand der Jäger und der Prinz sah nun wohl ein, mit wem er zu tun hatte. Da war nun nichts zu machen, als den Jäger zu suchen. Der Prinz wanderte in den Wald hinaus. Manche Woche und manchen Tag war er also dahin gezogen. Da kam er eines Tages in einen dichten Wald und tief, tief im Walde an ein Einsiedlerhäuschen. Er trat hinein. Da hob der Einsiedler sein Haupt und sprach, »Guten Tag, Prinz Jack von Eiland!« »Ei, woher kennt ihr mich denn?« fragte der Prinz und der Einsiedel antwortete, »Ich kenne alle Menschen in der Welt.« Da freute sich der Prinz von Herzen und fragte schnell, »Dann kennt ihr auch den Jäger Grünus Krawalle und wisst mir zu sagen, wo ich ihn finde!« Der Einsiedel besann sich lange. Dann sprach er, »Einen solchen Namen gibt es nicht in der Welt. Ihr müsst andere Leute darüber fragen, welche klüger sind als ich.« Da nahm der Prinz gar traurig Abschied von dem Einsiedel und setzte seinen Stab weiter. Schon wieder war er eine gute Zeit lang also herumgezogen und hatte überall nach dem Grünus Krawalle gefragt, aber keiner wusste ihm etwas von demselben zu sagen. Da geriet er eines Tages wiederum in einen dichten, tiefen Wald und kam darin an ein Einsiedlerhäuschen. Er öffnete die Tür. Da saß in dem Häuschen ein ganz misswachsener, alter Mann mit einem so großen Buckel, dass er den Kopf ganz nah an der Erde trug und er grüßte den Prinzen. »Guten Tag, Prinz Jack von Eiland!« »Ei, woher kennt ihr mich denn?« fragte der Prinz und der Alte erwiderte, »Ich kenne alle Menschen in der Welt.« »Ei, dann kennt ihr gewiss auch den Grünus Krawalle und wisst nur zu sagen, wo er wohnt,« sprach der Prinz. Der Einsiedel besann sich und besann sich. Dann sprach er, »Einen solchen Namen gibt es meines Wissens nicht in der Welt, aber warte hier bis zwölf Uhr, mein Sohn. Dann kommen die lieben Englein und bringen mir Speise, weil ich zu alt und schwach bin, mir selber Speise zu verschaffen. Die wissen es wohl eher als ich.« Der Prinz setzte sich zu dem Einsiedel, der ihm manche guten Lehren gab, denn es war ein gar frommer Mann. Um zwölf Uhr sprang die Tür des Häuschens auf. Da kamen die Englein, eine große Schar und brachten dem Einsiedel die himmlische Speise. Eins hielt ihm den Kopf, das andere den Teller, das dritte gab ihm das Essen in den Mund, das vierte ließ ihn trinken, das fünfte wusch ihm den Mund ab und so hatte jedes sein Amt bei ihm. Als er fertig gegessen hatte, bat der Prinz die Englein. »Könnt ihr mir nicht sagen, wo der Jäger Grünus Krawalle wohnt?« »Das ist er, Gott sei bei uns!« riefen die Engle allzumal. »Tausend Stunden von hier im Walde wohnt ein Einsiedler, der weiß es, wenn du ihn fragen willst.« Der Weg war zwar weit, aber Prinz Jack hatte nun mehr Mut gewonnen und ging kräftig zu, bis er an des Einsiedels Häuschen kam. Er öffnete die Tür. Da grüßte ihn der Einsiedel, der auch ein uralter Mann war. »Guten Tag, Prinz Jack von Eiland!« »Ei, woher kennt ihr mich denn?« fragte der Prinz. »Ich kenne alle Menschen in der Welt«, antwortete der Einsiedel. »Dann kennt ihr auch den Jäger Grünus Krawalle«, sprach der Prinz, »und könnt mir sagen, wo er wohnt.« »Das kann ich dir sagen, lieber Sohn«, antwortete der Einsiedel. »Gehe den Weg hinter meiner Klause gerade fort, nicht rechts und nicht links. Dann wirst du an ein großes, rundes Schloss mit hohen Mauern kommen, welches kein Tor und keine Tür hat. Warte da bis um zwölf Uhr mittags. Dann öffnet sich die Mauer und zwei weißgekleidete Damen treten heraus. Dann musst du schnell hineinschlüpfen und sogleich nach dem Grünus Krawalle fragen. Du darfst dich beileibe nicht aufhalten und musst wohl sorgen, vor drei Uhr wieder heraus zu sein. Sonst geht es dir schlimm.« Der Prinz versprach voller Freude alles, dankte dem Einsiedel für seinen Rat und eilte weiter, bis er an das große Schloss kam. Das war Zirkel rund und hatte himmelhohe Mauern von mächtigen Steinen. Er ging herum, aber da war kein Eingang zu sehen. Gegen zwölf Uhr endlich öffnete sich die Mauer und zwei schöne weiße Jungfrauen traten heraus und gingen in den Wald. Sobald sie weg waren, schlüpfte der Prinz durch dieselbe Öffnung in das Schloss. Da ging er von Zimmer zu Zimmer, und eins war immer schöner als das andere und dabei hielt er sich gar lange auf. Endlich frug er nach dem Grünus Krawalle. Da kam dieser sogleich in seinem grünen Jägerrock heran und sprach, »Das war dein Glück. Heute ist der letzte Tag, den du noch frei hattest und morgen hätte ich dich geholt. Jetzt gib mir meine Handschrift, damit ich fort kann,« sprach der Prinz, doch Grünus Krawalle sagte, »Das hat ja noch Zeit. Ich will dir vorerst meinen Garten im Schloss zeigen und noch vieles andere, was du dein Lebetag nicht wieder siehst.« Da ließ sich der Prinz verleiten, und der Jäger führte ihn rechts und links herum und schwatzte ihm allerhand vor, bis es plötzlich drei Uhr schlug. »Gib mir schnell meine Handschrift,« rief der Prinz, und Grünus Krawalle gab sie ihm lachend und sprach, »Da ist sie. Aber übereile dich nicht, denn jetzt bist du doch mein.« Da packte er ihn und schleppte ihn fort in den Eiskeller, wo der arme Prinz täglich nur ein Stückchen Brotkruste bekam, und die war noch dazu ganz trocken. Da hatte Jack von Eiland wohl Ursache zu weinen, denn es ist nichts Ärger, als wenn man nach langem Schaffen und vieler Not meint, etwas errungen zu haben und dennoch mit leeren Händen dasteht. Doch hatte der Prinz bei all seinem Unglück noch Glück, ohne dass er es anfangs ahnte. Als der Jäger ihn nämlich fortschleifte zu dem Eiskeller, da kamen gerade die beiden schönen weißen Jungfrauen daher. Das waren dem Grünus Krawalle seine Töchter. Die Jüngste, welche die Schönste war, hatte Mitleid mit dem armen Prinzen, weil er so sehr schön war und dabei so sehr unglücklich, denn sie wusste von ihrem Vater, dass er also verlockt und gefangen werden sollte. Sie schlich sich eines Tages an das Fensterloch zu dem Eiskeller. Da sah sie, wie der Prinz sein Brot in ein wenig Eiswasser erweichte und es so mit rechtem Heißhunger verschlang. Das tat ihr tief im Herzen weh und sie ging noch in derselben Nacht zur Küche, holte sich eine ganze Schürze voll guter Sachen, die vom Mittagessen übrig waren und trug sie dem Prinzen in seinen Eiskeller. Ach, wie war er ihr dafür so dankbar! Er küßte ihre beiden Hände und war ganz außer sich vor Freude. Das rührte sie so sehr, dass sie ihm von da an jede Nacht Speise zutrug und die harten Brotkrusten mit sich nahm. Jedes Mal blieb sie ein wenig länger bei ihm und ließ sich von ihm erzählen und jedes Mal gefiel er ihr besser und sie ihm. Da sprach sie einmal, Höre, ich habe dich so lieb, dass ich ohne dich nicht mehr leben kann. Wenn du mein Gemahl werden willst, dann entfliehe ich mit dir, denn ich habe meinen Vater gar nicht lieb und dich mehr als die ganze Welt. Da glaubte der Prinz der ganze Himmel ginge vor ihm auf. So groß war sein Glück. Er warf sich vor ihr auf die Knie und sprach, Diesen Wunsch trage ich ja schon so lange heimlich in meinem Herzen und habe Nacht und Tag Kummer und schweres Leid gehabt, weil ich dachte, das könne nie geschehen. Ich verspreche dir nie, eine andere Frau zu lieben und dir treu zu sein in Not und Tod. Jetzt wurde ihnen jede Minute in dem Schloss zu einer Ewigkeit, und schon in der folgenden Nacht entflohen beider. Sie verwandelte sich in eine Rabe, ihn in einen Tauber und so flogen sie durch das Kellerloch und über den Wald hinweg. Das war eine Freude. Als der Morgen schon anfing, über die Berge zu klettern, da schaute die Rabe sich um und rief, »Ach, da kommt meine Schwester und eilt uns nach!« Sie ließen sich rasch nieder und die Jungfrau verwandelte ihn in einen Rosenstock und sich selber in die Rose darauf. Da kam ein großer, großer Sperber geflogen. Das war die älteste Schwester, welche Grünus Krawalle ihnen nachgeschickt hatte, um sie einzufangen und zurückzubringen. Der schaute sich um, setzte sich auf den Rosenstock und roch an der Rose. Dann erhob er sich und flog wieder zurück zum Schloss. Da stand der Jäger schon und fragte, »Nun, hast du sie gefunden?« »Nein,« antwortete sie, »ich fand nur einen Rosenstock mit einer Rose daran.« »Hatte die Rose einen natürlichen Geruch?« fragte er weiter und sie sprach, »Nein, sie roch nicht.« »Ei, Dummes, warum hast du sie nicht mitgebracht?« schallte er. »Der Rosenstock wäre wohl von selbst nachgekommen.« Da ging er zu seiner Frau. Die verwandelte sich in einen Weih und flog aus und ihnen nach. Unterdessen waren die beiden weitergezogen, sie als Rabe und er als Tauber. Plötzlich schaute sie sich um und rief, »Ach, da kommt meine Mutter und eilt uns nach!« Schnell verwandelte sie sich in einen Felsen und ihn in einen Steinklipper. In dem kam der Weih heran, ließ sich nieder und frug ihn, »Hast du nicht einen Jüngling und ein Mädchen vorbeirennen sehen?« Er sprach, »Ich stehe um fünf Uhr morgens auf, da gilt's tüchtig zu schaffen. Das geht klipp, klipp, den ganzen Tag und da werden einem die Arme so müde, dass man meint, sie fielen einem gerade ab.« Und er klopfte und hämmerte fleißig drauf los. Sie fragte wieder, »Davon spreche ich ja nicht. Hast du nicht einen Jüngling und ein Mädchen vorbeirennen sehen?« »Ach, der Verdienst ist gering, oft sechs Batzen, oft mehr, aber auch schon weniger,« antwortete er. Da wurde das Weib ungeduldig und flog zurück zu dem Schloss. »Hast du sie nicht gefunden?« fragte Grünos Krawalle. »Ich fand nur einen Steinklipper an einem Felsen, der war taub oder nicht recht bei Sinnen,« sprach sie. »Ei, Dummes!« schallt er. »Warum hast du nicht ein Felsbröcklein mitgenommen? Der Steinklipper wäre schon nachgekommen.« Da verwandelte er sich in einen Adler und flog ihnen selbst nach. Die beiden hatten sich unterdessen in ihrem Fluge so geeilt, dass sie außerhalb des Waldes gekommen waren und weiter als der Wald reichte, hatte Grünos Krawalle keine Macht. Da saßen sie im Gras und freuten sich ihrer Rettung. Als Grünos Krawalle herankam und sah, dass sie ihm entwischt waren, sprach er, »Das hat so sein sollen, aber komm her, mein Töchterlein, ich gebe dir noch ein Andenken mit, dessen wirst du in der Folge sehr bedürfen.« Und er schenkte der Jungfrau drei Nüsse. Wenn sie in Not sei, solle sie eine nach der anderen aufklopfen. Nun zogen die zwei Lieben fröhlich weiter, bis sie in das Königreich Eiland kamen. An der Grenze des Reiches stand eine Mühle, da sprach sie, »Du musst mich hier als Prinz abholen, weiter darf ich nicht mit dir gehen, und hier erwarte ich dich. Küsse aber niemanden, sonst vergissest du mich und bringst mich in großes Unglück.« Der Prinz versprach es ihr, nahm Abschied und gelobte ihr, sie noch vor Abend abzuholen. Als er in die Nähe des Schlosses kam, lief ihm sein alter treuer Pudel entgegen, sprang an ihm empor und leckte ihn am Mund. Da war alles Vergangene aus seinem Sinn verschwunden, seine Gefangenschaft und seine Rettung, und er dachte der schönen Jungfrau gar nicht mehr. »Das war wohl sehr undankbar,« meint er, »aber es war ihm ihr angetan, und ohne das hätte er sie gewiss nicht vergessen.« Die Freude, welche im Schlosse über seine Rückkehr herrschte, ist gar nicht zu beschreiben. Es wurden sogleich große Feste veranstaltet, und da gerade eine sehr schöne Prinzessin am Hofe zu Besuch war, welcher der Prinz nicht übel gefiel, so konnte der König ihn leicht bereden, das Fest mit einer Hochzeit zu krönen und zu beschließen. Die Jungfrau hatte also vergebens gewartet, dass ihr Bräutigam sie an der Mühle abhole. Als es gegen Abend ging, trat sie in die Mühle und fragte, ob sie wohl Dienst haben könne. »Was kannst du denn?« fragte der Müller. »Spinnen und Nähen,« antwortete sie, und da eben eine Markt fortgegangen war, so nahm sie der Müller an. Jeden Tag fuhren die Müllerbursche Mehl in das Königsschloss, und wenn sie heimkamen, erzählten sie, was in der Stadt vor sich ging. Also erfuhr die Jungfrau, wie der Prinz eine andere Braut habe, wie er in Freude lebe und in drei Tagen zu heiraten gedenke. In dieser großen Not öffnete sie eine der drei Nüsse, welche sie von ihrem Vater bekommen hatte. Da war ein prächtiges, silbernes Kleid drin. Das zog sie an und ging zur Stadt und vor das Schloss, wo sie auf- und abspazierte. Die Braut schaute just zum Fenster hinaus, und als sie das Kleid sah, sprach sie zu ihren Dienerinnen. Geht schnell hinunter und fragt das Mädchen, ob ihr das Kleid feil sei. Ich will es teuer bezahlen. Als die Dienerinnen zu der Jungfrau kamen und sie fragten, antwortete sie, Geld und Gut will ich nicht, aber wenn ich eine Nacht in der Kammer des Prinzen schlafen kann, gebe ich das Kleid her. Das gefiel der Braut nicht, doch er sah sie bald einen Ausweg, denn das Kleid hätte sie um alles nicht fahren lassen. Sie mischte dem Prinzen einen Schlaftrunk in seinen Wein. Davon schlief er so fest, dass ihn ein Kanonenschuss nicht hätte aufwecken können. Als nun die arme, verlassene Jungfrau in der Kammer war, wo er lag, da weinte und klagte sie die ganze Nacht. Hast du denn ganz vergessen, wie ich dich aus dem Eiskeller erlöst habe und wie du mich als eine Rose an deinem Herzen getragen hast und wie du als Steinklipper mit dem schweren Hammer auf mein Herz geschlagen hast und wie ich in der Mühle auf dich warte und weißt nicht, dass ich um dich mit meinen armen Fingern den groben Hanf spinne, dass das Blut herunterläuft. Ach, wie groß ist doch die Falschheit in dieser Welt. So jammerte sie fort und fort, bis zum hellen Morgen. Aber der Prinz hörte nicht ein Wort davon. Umso besser hatten es die Schildwachen gehört, welche vor der Tür standen und das arme Mädchen dauerte sie so sehr, dass sie ihr gern geholfen hätten. Nur wussten sie nicht, wie. Sie glaubten nicht anders, als der Prinz habe alles gehört und gar keine Acht darauf gegeben. Darum fassten sie einen wahren Hass gegen ihn. Die Jungfrau war zu Tode betrübt, als sie des Morgens aus der Kammer musste, ohne dass der Prinz sie gehört hatte. Sie ging in den Wald, da fiel ihr ein, dass sie noch zwei Nüsse habe und sie klopfte die zweite Nuss auf. Da kam ein Kleid von purem Gold heraus. Das war noch viel, viel schöner wie das erste und gar nicht mit ihm zu vergleichen. Sie zog es an und ging damit vor dem Schlosse auf und ab. Als die Braut aus ihrem Zimmer sah, wie das kostbare Kleid in der Sonne glänzte, sprach sie zu ihren Dienerinnen. Das Kleid muss ich haben, es mag kosten, was es will. Geh zu dem Mädchen und frag, wie viel es dafür fordert. Die Dienerinnen kamen zu der Jungfrau und fragten sie. Sie sprach, Um Geld und Gut ist mir das Kleid nicht feil, aber wenn ich eine Nacht in der Kammer des Prinzen schlafen kann, so gebe ich es her. Die Braut war das zufrieden und mischte abends dem Prinzen wieder ein Schlaftrunk unter seinen Wein. Der war so stark, dass ihn zehn Kanonenschüsse, die zugleich losgingen, nicht hätten aufwecken können. Als die verlassene Jungfrau wieder zu ihm in die Kammer kam, da klagte sie wiederum die ganze Nacht. Hast du denn ganz vergessen, wie ich dich aus dem Eiskeller erlöst habe und wie du mich als Rose an deinem Herzen getragen hast und wie du als Steinklipper mit dem schweren Hammer auf mein Herz geschlagen hast und wie ich in der Mühle auf dich warte? Ach, und du weißt nicht, dass ich um dich mit meinen armen Fingern den groben Hanf spinne, dass das Blut herunterläuft. Ach, wie groß ist doch die Falschheit in dieser Welt. Also jammerte sie fort, bis die Sonne in die Kammer schaute. Da musste sie weg und der Prinz hatte kein Wort gehört. Die beiden Schildwachen hatten aber jedes Wort verstanden und ihr Mitleid mit dem armen Mädchen war so groß und ihr Zorn auf den Prinzen so arg, dass sie zu seinem Bett traten, ihm die kalten Spitzen ihrer Bayonette auf die Brust setzten und sprachen, Du musst jetzt sterben, bereite dich zum Tode vor. Der Prinz fragte erschrocken, warum sie ihn denn ermorden wollten, da er ihnen doch nichts getan habe. Sie sprachen, Weil du so ein hartes Herz hast, dass du das arme Mädchen verraten und betrogen hast, die alles für dich hingegeben hat und sie so jammern und klagen hören kannst, ohne dich über sie zu erbarmen. Der Prinz sprach, Ich weiß von keinem Mädchen, habe keines betrogen und keines jammern hören. Da sagten ihm die Schildwachen alles, was die Jungfrau geklagt hatte, aber weil sein Sinn durch den Kuss verdeckt war, verstand er sie nicht und sprach, Schenkt mir für heute das Leben, ich habe so fest geschlafen, dass es kein natürlicher Schlaf gewesen sein kann. Morgen will ich aber wachen und das Mädchen selber sehen und hören. Die Schildwachen erkannten nun auch, dass ich alles so verhalten müsse und sprachen, Dann esset aber morgen Abend nichts und trinket nichts, was euch eure Braut reicht, denn diese muss dabei im Spiele sein. Die Jungfrau aber war in heller Verzweiflung, als sie nun ihre dritte und letzte Nuss öffnete und klagte dem Wald und den Felsen und den stummen Tieren ihr Leid, dass es zum Erbarmen war. In der Nuss aber steckte und konnte ihre Tränen kaum zurückhalten, als sie sah, wie die Braut hohnlachend am Fenster stand. Abends, als die Braut dem Prinzen den Schlaftrunk reichte, ließ er ihn am Kinn herunterlaufen und nahm nicht einen Tropfen davon. Das Essen rührte er nicht an und ging früh in seine Kammer, sprach, er sei krank. Als die Jungfrau in das Zimmer geführt wurde, lag er in seinem Bette und tat, als schliefe er. Da begann sie zu jammern und zu klagen. Hast du denn ganz vergessen, wie ich dich aus dem Eiskeller erlöst habe? Er wandte sich um und sah sie erstaunt an, doch er konnte sich ihrer nicht erinnern. Gib mir Wasser, ich habe Durst, sprach er, und sage mir, aus welchem Eiskeller. Da schenkte sie ihm Wasser ein und warf die Schalen in einer Nuss in das Glas. Die schmolzen alsbald. Als er trank, da wich es wie ein Nebel von seinen Sinnen und er gab ihr die Hand und rief, ach, das war bei dem grünen Krawaller. Da war es, sprach sie. Und hast du denn ganz vergessen, wie du mich als Rose an deinem Herzen getragen hast? Als Rose an meinem Herzen? fragte er. Gib mir Wasser, ich vergehe vor Durst. Da schenkte sie ihm wieder ein Glas ein und warf die Schalen der zweiten Nuss dazu. Die waren sogleich geschmolzen. Als er getrunken hatte, wurde es plötzlich wie ganz klar vor seinen Augen und er küsste sie und rief, ach, das war, wie deine Schwester uns verfolgte. Das war es, sprach sie. Und hast du ganz vergessen, wie du als Steinklipper mit dem schweren Hammer auf mein Herz geschlagen hast? Aber das hat mir nicht so wehgetan, als dass du mir untreu bist und mich verlassen in der Mühle sitzen lässt. Die Mühle geht wohl tippe, tappe, Nacht und Tag. Das tut mir jedes Mal auf mein Herz einen Schlag. Was sprichst du von der Mühle? fragte er. Aber gib mir zuvor ein Glas Wasser. Ich sterbe vor Durst. Da schenkte sie ihm das dritte Glas ein und warf die Schalen der dritten Nuss hinein. Sogleich wusste er wieder alles. Er rief, Du bist meine liebe Braut und umarmte sie und bat sie um Verzeihung für alles Leid, welches er an ihr verschuldet hatte. Aber sie sprach, Die Freude, dass ich dich wiederhabe, ist viel größer, als mein Leid war und hätte es auch hundert Jahre gedauert. Jetzt führte er sie zu seinen Eltern und erzählte ihnen alles. Da bekam die andere Braut den Abschied und konnte gehen. Die Jungfrau wurde aber am folgenden Tage schon mit den Prinzen vermählt und ich hätte wohl mit auf der Hochzeit sein mögen. Die Meernixe von Hans Christian Andersen Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blüten der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist dort außerordentlich tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht und es müssten viele Kirchtürme aufeinander gestellt werden, um vom Grunde über das Wasser emporzureichen. Dort unten wohnt das Meervolk. Nun muss man aber nicht etwa denken, es sei dort unten nur der nackte weiße Sandboden. Durchaus nicht. Da wachsen die merkwürdigsten Bäume und Pflanzen, die so geschmeidige Stiele und Blätter haben, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers hin und her wiegen. Die kleinen und großen Fische schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, wie hier oben die Vögel durch die Bäume. An der tiefsten Stelle liegt das Schloss des Meerkönigs. Die Mauern sind von Korallen und die hohen Spitzbogenfenster von klarsten Bernstein. Das Dach aber ist aus Muschelschalen gebildet, die sich je nach der Strömung des Wassers öffnen und schließen. Das sieht wunderbar schön aus, denn in all den Muscheln liegen glänzende Perlen, von denen eine einzige schon ein kostbarer Schmuck in der Krone einer Königin wäre. Der Meerkönig dort unten war schon seit vielen Jahren Witwer und seine alte Mutter führte ihm daher die Wirtschaft. Sie war eine kluge Frau, aber sehr stolz auf ihren Adel. Deshalb trug sie auch zwölf Austern auf ihrem Schwanzer, während die anderen Adeligen nur sechs tragen durften. Sonst verdiente sie alles Lob, besonders weil sie ihre Enkelinnen, die kleinen Meerprinzessinnen, herzlich lieb hatte. Es waren sechs reizende Kinder, aber die jüngste der Prinzessinnen war doch die schönste von allen. Ihre Haut war so zart und fein wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie der tiefste See. Aber wie alle die anderen hatte auch sie keine Füße, sondern der Körper endete in einem Fischschwanz. Den ganzen Tag durften die Kinder unten im Schloss in den großen Sälen, wo lebendige Blumen aus den Wänden hervorwuchsen, spielen. Die großen Bernsteinfenster wurden aufgemacht und dann schwammen die Fische zu ihnen hinein, gerade wie bei uns die Schwalben hereinfliegen, wenn wir die Fenster aufmachen. Doch die Fische schwammen zu den kleinen Prinzessinnen hin, fraßen ihnen aus den Händen und ließen sich streicheln. Vor dem Schloss war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Bäumen. Die Früchte strahlten wie Gold und die Blumen wie brennendes Feuer, während sie die Stängel und Blätter unaufhörlich bewegten. Die Erde selbst war der feinste Sand, aber blau wie die Flamme des brennenden Schwefels. Über dem Ganzen lag ein merkwürdig blauer Schein. Man hätte eher glauben können, dass man hoch droben in der Luft stehe und über und unter sich nur Himmel habe, als dass man auf dem Grunde des Meeres sei. Bei Windstille konnte man die Sonne erblicken, aber sie erschien wie eine Purpurblume, aus deren Kelch alles Licht strömte. Jede der kleinen Prinzessinnen hatte ein Gärtchen, wo sie nach Belieben graben und pflanzen konnte. Die eine gab ihrem Blumenbeet die Gestalt eines Walfischs, einer anderen gefiel es besser, dass das ihrige einem Meerweibchen gleicher. Die Jüngste jedoch machte es rund wie die Sonne und pflanzte nur Blumen, die rot wie diese leuchteten. Sie war überhaupt ein sonderbares Kind, still und nachdenklich, und wenn die anderen Schwestern die merkwürdigen Sachen, die von gestrandeten Schiffen in die Tiefe hinabsanken, aufstellten, wollte sie außer den rosenroten Blumen, die der Sonne dort oben glichen, nur eine hübsche Marmorstatue haben, die einmal auf den Meeresgrund gesunken war und einen wunderschönen Knaben aus schneeweißem Steingehauen vorstellte. Die kleine Prinzessin pflanzte nun neben die Statue eine rosenrote Trauerweide. Die wuchs herrlich empor und bildete mit ihren frischen Zweigen, die hin und her schwankten und bis auf den blauen Sandboden herunterhingen, eine Laube, unter der der Schatten ganz feilchenblau erschien. Die größte Freude aber war für sie, von der Menschenwelt da droben erzählen zu hören. Die Großmutter musste alles, was sie von Schiffen und Städten, Menschen und Tieren wusste, immer und immer wieder erzählen. Ganz besonders merkwürdig und schön aber deuchte es sie, dass oben auf der Erde die Blumen dufteten, denn das war bei den ihrigen nicht der Fall und dass die Wälder dort grün waren und dass die Fische, die man dort auf den Bäumen sah, laut und herrlich singen konnten, dass es eine wahre Lust war. Die kleinen Vögel nannte die Großmutter nämlich Fische, sonst hätte die Enkelin sie nicht verstanden, da sie noch keinen Vogel gesehen hatte. Wenn ihr 15 Jahre alt seid, sagte die Großmutter, dann dürft ihr aus dem Meere emporsteigen, im Mondschein auf der Klippe sitzen und die großen Schiffe vorbeisegeln sehen und dann werdet ihr auch Wälder und Städte mit euren eigenen Augen erblicken. Im nächsten Jahr wurde eine der Schwestern 15 Jahre alt, aber von den anderen war die eine immer ein Jahr jünger als die andere und die Jüngste musste also noch volle fünf Jahre warten, ehe sie von dem Grunde des Meeres aufsteigen und sehen durfte, wie es bei uns hier oben aussieht. Aber sie versprachen einander, sich ganz genau zu erzählen, was sie erblickten und was ihnen am ersten Tag am besten gefallen habe. Denn die Großmutter erzählte ihnen lange nicht genug. Es gab noch so vieles, worüber sie gerne Auskunft gehabt hätten. Keine aber sehnte sich mehr nach diesen Nachrichten als die Jüngste der Schwestern. Gerade sie, die noch am längsten zu warten hatte und die stets so still und gedankenvoll war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah durch das dunkelblaue Wasser, wo die Fische mit ihren Schwänzen plätscherten, empor. Mond und Sterne konnte sie sehen. Diese hatten freilich nur einen ganz bleichen Schimmer, aber durch das Wasser sahen sie größer aus als vor unseren Augen. Zog dann etwas, einer schwarzen Wolke gleich, unter ihr hin, so wusste sie, dass es entweder ein Walfisch war, der über ihr hinschwamm, oder ein Schiff mit vielen Menschen darauf. Ach, diese dachten sicher nicht daran, dass ein schönes, kleines Meermädchen unten stehe und ihre weißen Hände zum Kiel des Schiffes emporstreckte. Nun war die älteste Prinzessin fünfzehn Jahre alt und erhielt die Erlaubnis, über die Meeresfläche empor zu steigen. Als sie zurückkam, hatte sie hunderte Leih zu erzählen, aber das Schönste sagte sie, das sei doch im Mondschein auf einer Sandbank, in der ruhigen See zu liegen und die dicht am Ufer gelegene große Stadt zu betrachten, wo die Lichter gleich vielen hundert Sternen blinkten, dann die Musik, den Lärm und das Geräusch von Wagen und Menschen zu hören, die vielen Kirchtürme zu sehen und das Läuten der Glocken zu vernehmen. Oh, wie andächtig lauschte die jüngste Schwester auf diese Worte. Und wenn sie des Abends wieder am offenen Fenster stand und durch das dunkelblaue Wasser emporblickte, flohen ihre Gedanken immer nach der großen Stadt mit dem Lärm und dem Geräusch und dann meinte sie, das Läuten der Kirchglocken bis zu sich herunterhören zu können. Im folgenden Jahr erhielt die zweite Schwester die Erlaubnis, aus dem Wasser emporzusteigen und nach Belieben herumzuschwimmen. Gerade bei Sonnenuntergang tauchte sie auf und dieser Anblick war ihrer Meinung nach das Schönste, das sie sah. Sie sagte, der ganze Himmel habe wie lauter Gold ausgesehen und die Schönheit der Wolken könne sie auch nicht annähernd beschreiben. Rot und Pfeilchenblau seien sie über ihr dahin gezogen, aber weit schneller als diese sei wie ein langer weißer Schleier eine Schar wilder Schwäne über das Wasser der untergehenden Sonne entgegen dahin geflogen. Da sei sie auch in diese Richtung fortgeschwommen, aber die Sonne sei versunken und der Schein auf der Meeresfläche und in den Wolken erloschen. Im nächsten Jahr durfte die dritte Schwester hinaufsteigen. Sie war die beherzteste von allen und schwamm deshalb einen breiten Fluss, der in das Meer mündete, aufwärts. Da sah sie herrlich grüne, mit Reben bepflanzte Hügel. Schlösser und Burgen schimmerten aus den Wäldern hervor. Sie hörte die Vögel singen und die Sonne schien so warm, dass sie oft unter das Wasser tauchen musste, um ihr heißes Antlitz zu kühlen. In einer stillen Bucht traf sie eine Schar kleiner Menschenkinder. Diese waren ganz nackt und plätscherten lustig im Wasser. Das Meermädchen hätte gern mit ihnen gespielt, aber die Kinder flohen erschrocken davon. Und dann kam ein kleines schwarzes Tier, ein Hund, aber sie hatte noch nie einen Hund gesehen. Der bellte sie so schrecklich an, dass sie Angst bekam und schnell in die offene See zurückschwamm. Aber niemals konnte die Prinzessin die prächtigen Wälder, die grünen Hügel und die niedlichen Kinder, die im Wasser schwimmen konnten, obgleich sie keinen Fischschwanz hatten, vergessen. Die vierte Schwester war nicht so keck. Sie blieb draußen im wogenden Meere und meinte, dort sei es doch am allerschönsten. Von dort aus könne man viele Meilen weit umhersehen und der Himmel stehe wie eine Glasglocke darüber. Sie hatte auch Schiffe gesehen, aber nur aus weiter Ferne und meinte, sie säen wie Möwen aus. Die possierlichen Delfine hatten Purzelbäume geschlagen und die großen Walfische aus ihren Nasenlöchern Wasser emporgespritzt, so dass es wie Hunderte von Springbrunnen ringsumher ausgesehen habe. Nun kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag war im Winter und deshalb sah sie, was die anderen das erste Mal nicht gesehen hatten. Das Meer sah ganz grün aus und ringsumher schwammen große Eisberge, von denen jeder, ihrer Erzählung nach, wie eine Perle geglänzt hatte, aber weit größer gewesen waren als der schönste von den Menschen erbaute Kirchturm. Die Eisberge hatten die sonderbarsten Gestalten und glänzten wie Diamanten. Die Prinzessin hatte sich auf einen der größten gesetzt. Da fuhren die erschrockenen Fischer weit um den Eisberg herum, während sie da oben saß und den Wind mit ihren langen Haaren spielen ließ. Aber gegen Abend verzog sich der Himmel mit dichten Wolken. Es blitzte und donnerte, während die schwarzen Wogen die großen Eisblöcke hoch empor hoben und sie in den grellen Blitzen hell erglänzen ließen. Auf allen Schiffen reffte man die Segel. Überall herrschte Angst und Grauen. Das Meermädchen aber saß ruhig auf ihrem schwimmenden Eisberg und sah die Blitze im Zickzack in das schäumende Meer schießen. Sobald eine der Schwestern über das Meer empor kam, war sie immer von all dem Schönen und Neuen, das sie gesehen hatte, ganz entzückt. Aber als sie nun als erwachsene Mädchen hinaufsteigen konnten, wann es ihnen beliebte, wurde es ihnen bald gleichgültig. Sie sehnten sich stets wieder nach der Heimat zurück und nach Verfluss eines Monats sagten sie, es sei unten im Meere doch am allerschönsten, da fühle man sich am behaglichsten. Oftmals schlangen die fünf Schwestern die Arme ineinander und stiegen in einer Reihe zur Oberfläche des Wassers hinauf. Sie hatten herrliche Stimmen, schöner als irgendein Menschenkind und wenn dann ein Sturm im Anzug war, so dass sie fürchteten, es könnten Schiffe untergehen, schwammen sie vor diesen Heer und sangen mit ihren entzückenden Stimmen, wie schön es auf dem Grunde des Meeres sei und baten die Seeleute, sich doch nicht zu fürchten, dort hinunter zu kommen. Aber die Schiffer konnten die Worte nicht verstehen und meinten, es sei das Toben des Sturmes. Sie bekamen auch die Herrlichkeit dort unten gar nicht zu sehen, denn wenn das Schiff scheiterte, ertranken die Menschen und kamen nur als Leichen zum Schloss des Meerkönigs. Wenn die Schwestern so des Abends Arm in Arm durch das Wasser hinauf stiegen, dann blieb die kleinste Schwester allein zurück und schaute ihnen nach und dann war es ihr als ob sie weinen müsste. Aber ein Meermädchen hat ja keine Tränen und darum leidet es noch viel mehr. Ach, wäre ich doch schon 15 Jahre alt, seufzte die Prinzessin. Ich weiß, dass ich die Welt dort oben und die Menschen, die darauf wohnen, recht recht lieb haben werde. Endlich war sie denn auch 15 Jahre alt. wachsen, sagte die Großmutter. Komm, ich will dich schmücken wie deine anderen Schwestern. Sie setzte ihr einen Kranz von Wasserlilien aufs Haar, von denen jedes Blumenblatt die Hälfte einer Perle war. Und dann befahl die Großmutter acht Austern, sich im Schweife der Prinzessin festzuklemmen, um ihren hohen Rang anzudeuten. Das tut mir weh, sagte die Meernixe. Ja, Eitelkeit muss leiden, sagte die Großmutter. Ach, wie gern hätte die Kleine auf all diese Pracht verzichtet und den schweren Kranz abgelegt. Die roten Blumen aus ihrem Garten standen ihr gewiss viel besser, aber sie musste sich eben den Wünschen der Großmutter fügen. Lebet wohl, sprach sie und stieg dann klar und leicht wie eine Blase aus dem Wasser auf. Die Sonne war eben untergegangen, als sie den Kopf über die Meeresfläche erhob, aber alle Wolken schimmerten noch goldig rot und inmitten der blassroten Luft leuchtete der Abendstern hell und schön. Die Luft war mild und frisch und das Meer spiegel glatt. Da lag ein großer Dreimaster, nur ein einziges Segel war aufgezogen, denn es regte sich kein Lüftchen und im Tauwerk und auf den Rahn saßen die Matrosen. Musik und Gesang ertönte und als es dunkelte wurden hunderte von Laternen angezündet, so dass es aussah, als ob die Flagge aller Nationen in der Luft wehten. Die Nixe schwamm dicht bis an das Kajütenfenster und jedes Mal, wenn das Wasser sie emporhob, konnte sie durch die spiegelklaren Scheiben hineinblicken. Viele geputzte Menschen waren drinnen, aber der schönste von allen war doch der junge Prinz mit den großen schwarzen Augen. Er war sicher nicht viel über 16 Jahre alt. Es war heute sein Geburtstag und deshalb wurde das Fest gefeiert. Die Matrosen tanzten auf dem Verdeck und als der junge Prinz zu ihnen trat, stiegen über hundert Raketen hoch in die Luft empor. Sie leuchteten wie der helle Tag, so dass die Meernexe heftig erschrak und rasch unter das Wasser tauchte. Aber bald steckte sie wieder das Köpfchen hervor und da war es ihr, als ob alle Sterne zu ihr herunter fielen. Noch nie hatte sie solch ein Feuerwerk gesehen. Große Sonnen drehten sich zischend und sprühend im Kreise. Prächtige Feuerfische schwangen sich in die blaue Luft und alles spiegelte sich in der klaren See. Auf dem Schiffe selbst war es so hell, dass man jedes kleine Tau, wie viel mehr also die Menschen sehen konnte. Oh, wie schön war doch der junge Prinz. Er drückte den Leuten freundlich lächelnd die Hand, während die Musik durch die stille Nacht erklang. Es wurde spät, aber die Meerprinzessin konnte ihre Augen nicht von dem Schiffe und von dem schönen Prinzen abwenden. Die bunten Laternen wurden ausgelöscht, es stiegen keine Raketen mehr in die Höhe und es ertönten auch keine Kanonenschüsse Wasser und schaukelte auf und nieder, dass sie in die Kajüte hineinblicken konnte. Aber nun erhob sich der Wind und das Schiff fuhr schneller dahin. Ein Segel nach dem anderen blähte sich. Die Wogen gingen stärker, schwarze Wolken stiegen auf, es blitzte am Horizont, ja, ein schrecklicher Sturm brach los und eilig räfften die Matrosen die Segel. Das große Schiff schoss in rasender Eile durch die wilde See. Die Wogen erhoben sich wie riesengroße schwarze Berge, die über die Masten herein zu stürzen drohten. Aber wie ein Schwan hob und senkte sich das Schiff aus der grollenden schäumenden Flut. Die Meer Nixe dünkte es, eine recht lustige Fahrt zu sein, den Matrosen aber durchaus nicht. Das Schiff knackte und krachte, die dicken Planken bogen sich bei dem heftigen Wogen prall. Der Hauptmast brach mitten durch, als ob er nur ein schwaches Rohr wäre, und das Schiff legte sich auf die Seite, während das Wasser hineindrang. Nun sah die Nixe, dass die Mannschaft in Gefahr war. Sie musste sich selbst auch vor den Balken und Schiff trümmern, die auf dem Wasser Vertrieben in Acht nehmen. Einen Augenblick war es so finster, dass sie nicht das Geringste unterscheiden konnte. Aber wenn es dann blitzte, wurde es wieder so hell, dass sie jeden einzelnen Menschen auf dem Schiffe erkannte. Besonders suchte ihr Auge den jungen Prinzen. Und als das Schiff barst, sah sie ihn in das tiefe Meer versinken. Zuerst freute sie sich darüber, nun kam er ja zu ihr hinunter, aber da fiel ihr ein, dass die Menschen im Wasser nicht leben könnten und dass er also nur tot zum Schloss ihres Vaters hinunter gelangen würde. Aber sterben? Nein, das durfte er nicht. So schwamm sie zwischen Balken und Planken, die auf der See trieben umher und vergaß ganz, dass diese sie hätten zerquetschen können. Tief tauchte sie unter das Wasser und stieg wieder hoch zwischen den Wogen empor und erreichte so schließlich den Prinzen, der sich kaum noch auf der stürmischen See halten konnte. Seine Arme und Beine begannen zu ermatten, seine schönen Augen schlossen sich und er hätte sterben müssen, wenn die Nixe nicht eben herbeigekommen wäre. Sie hielt seinen Kopf über das Wasser empor und ließ sich dann mit ihm aufs Geradwohl von den Wogen forttreiben. Am nächsten Morgen war der Sturm vorüber, von dem Schiffe aber war keine Spur mehr zu entdecken. Rot und glänzend stieg die Sonne aus dem Wasser empor und es war, als ob des Prinzen Wangen Leben dadurch erhielten, aber seine Augen blieben geschlossen. Die Meernixe küsste ihn auf seine schöne hohe Stirne und es kam ihr vor, als ob er der wieder und wünschte innig, dass er doch wieder zum Leben erwache. Nun erblickte sie vor sich das Festland. Hohe blaue Berge auf deren Gipfel der weiße Schnee glänzte, als seien es Schwäne, die dort ruhten. Unten an der Küste waren herrliche grüne Wälder und am Ufer lag eine Kirche oder ein Kloster, das wusste sie nicht recht, aber ein Gebäude war es. Zitronen und Apfelsinen Bäume wuchsen im Garten und vor dem Tore standen hohe Palmbäume. Das Meer bildete hier eine kleine Bucht, wo das Wasser ruhig, aber sehr tief und rings von Klippen umgeben war. Hierher schwamm sie mit dem Prinzen, legte ihn auf den feinen weißen Sand und war besonders darauf bedacht, dass der Kopf im Sonnenscheine Gebäude und viele junge Mädchen kamen in den Garten heraus. Da schwamm die Nixe weiter hinaus hinter einige Felsen, die aus dem Wasser hervorragten, bedeckte ihr Haar und ihre Brust mit weißem Meeresschaum, sodass niemand ihr süßes Gesichtchen sehen konnte und dann passte sie auf, wer wohl den armen Prinzen finden würde. Es währte auch gar nicht lange, da kam ein junges Mädchen dorthin. Sie schien heftig zu erschrecken, aber nur einen Augenblick. Dann holte sie andere Leute herbei und die Meer Nixe sah, dass der Prinz wieder zu sich kam und dass er alle anlächelte. Nur ihr, seiner Retterin, lächelte er nicht zu. Allein er wusste er gar nicht, dass sie ihn gerettet hatte. Da wurde ihr das Herz recht schwer und kehrte zum Schloss ihres Vaters zurück. Von nun an stieg sie des Morgens und des Abends oft hinauf und suchte die Stelle, wo sie den Prinzen verlassen hatte. Sie sah, wie die Früchte des Gartens reiften und abgepflückt wurden, sah, wie der Schnee auf den hohen Bergen schmolz, aber den Prinzen sah sie nicht wieder und kehrte jedes Mal betrübt daheim. Ihr einziger Trost war, in ihrem Gärtchen zu sitzen und die Arme um die schöne Marmor Statue, die dem Prinzen glich, zu schlingen. Aber ihre Blumen pflegte sie nicht mehr und so wuchsen diese über die Gänge hinaus und verflochten ihre langen Stiele und Blätter mit den Zweigen der Bäume, sodass es dort ganz dunkel wurde. Zuletzt konnte sie es nicht mehr länger aushalten. Sie klagte ihr Leid einer ihrer Schwestern und dann erfuhren es auch die anderen, aber niemand weiter als diese und einige andere Meermädchen, die es nur ihren nächsten Freundinnen mitteilten. Eine von ihnen wusste denn auch, wo der Prinz war. Sie hatte jenes Fest auf dem Schiffe auch gesehen und konnte Auskunft geben, wo er war und wo sein Königreich lag. Komm Schwesterchen sagten die anderen Prinzessinnen und die Arme ineinander geschlungen stiegen sie in einer langen Reihe an der Stelle, wo das Prinzen Schloss lag, aus dem Wasser empor. Das Schloss war aus einer hellgelben, glänzenden Steinart gebaut und hatte große Marmortreppen, deren eine bis zum Meer hinab führte. Prächtige vergoldete Kuppeln zierten das hohe Dach und zwischen den Säulen, die das ganze Gebäude umgaben, standen Marmorbilder, die wie lebendige Wesen aussahen. Durch die hohen Fenster sah man in die prächtigen Säle hinein, wo kostbare seidene Vorhänge hingen und alle Wände mit schönen Gemälden geschmückt waren, sodass es ein großer Genuss war, hineinzuschauen. Mitten in dem größten Saale war ein hoher Springbrunnen und dessen Strahlen erhoben sich bis zu der Glaskuppel an der Decke, durch die die Sonne auf das Wasser und die Pflanzen, die in dem großen Bassang wuchsen, herabschienen. Nun wusste die Nixe doch, wo der Prinz wohnte, und dort weilte sie nun manchen Abend und manche Nacht auf dem Wasser. Sie schwamm viel weiter ans Land, als die anderen Schwestern es je gewagt hatten, ja, sie ging sogar den schmalen Kanal hinauf, bis unter die prächtige Marmor Terrasse, die weit über das Wasser hinaus ragte. Hier saß sie und betrachtete den jungen Prinzen, der meinte, er sei ganz allein in dem hellen Mondschein. Sie sah ihn manchen Abend mit Musik in seinem prächtigen, mit Flaggen geschmückten Boote auf dem Wasser fahren. Dann lauschte sie aus dem grünen Schilfe hervor und wenn der Wind durch ihren langen silberweißen Schleier wehte, so hätte man glauben können, es sei ein Schwan, der die Flügel ausbreitete. Manchmal, wenn die Fischer mit Fackeln auf dem Fischfang waren, hörte sie viel Gutes von dem Prinzen erzählen und dann freute sie sich, dass sie ihm das Leben gerettet hatte, damals, als er halbtot auf den Wogen umher trieb. Und sie dachte daran, wie fest sein Haupt an ihrem Busen geruht und wie innig sie ihn damals geküsst hatte. Aber er wusste ja gar nichts davon und konnte also nicht einmal von ihr träumen. Mehr und mehr fing sie an, die Menschen zu lieben. Mehr und mehr wünschte sie unter ihnen umher wandeln zu können, unter ihnen, auf Schiffen über das Meer fliegen, auf den hohen Bergen zu den Wolken empor steigen und ihre Länder erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weiter, als ihre Blicke reichten. Es gab so vieles, was sie gern gewusst hätte, aber ihre Schwestern konnten ihre Fragen nicht alle beantworten. Deshalb ging sie zu der Großmutter. Diese kannte die Oberwelt recht gut, die sie sehr richtig die Länder über dem Meere nannte. Wenn nun die Menschen nicht ertrinken, fragte das Mädchen, können sie dann ewig leben? Sterben sie nicht, wie wir hier unten im Meere? Doch, sagte die Alte, sie müssen auch sterben und ihr Leben wird sogar noch kürzer als das unsere. Wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn unser Dasein aufhört, werden wir in Meeresschaum verwandelt und haben nicht einmal ein Grab hier unten unter unseren Lieben. Wir haben keine unsterbliche Seele und können darum auch nicht auferstehen. Wir sind gleich dem grünen Schilfe. Ist das einmal durchschnitten, so kann es nicht wieder grünen. Die Menschen dagegen haben eine Seele, die unsterblich ist. Ja, die noch weiter lebt, selbst wenn der Körper zu Erde geworden ist. Sie steigt dann hier aus dem Wasser auftauchen und die Länder der Erde erblicken, so steigt die Menschenseele zu unbekannten, herrlichen Orten empor, die wir nie zu sehen bekommen. Warum wurde denn uns keine unsterbliche Seele zuteil? fragte die Nixe betrübt. Ich würde gleich meine 300 Jahre, die mir beschieden sind, hingeben, wenn ich dafür nur einen Tag ein Mensch sein könnte und dann auch Anteil an den himmlischen Welten bekäme. So musst du nicht denken, sagte die Alte. Wir fühlen uns weit glücklicher und haben es viel besser als die Menschen dort oben. Die Meerprinzessin klagte. Ich muss also sterben und als Schaum auf dem Meere dahintreiben? Ich werde dann die Musik der Wogen nicht mehr hören, die schönen Blumen und die rote Sonne nicht mehr sehen. Kann ich denn gar nichts tun, um eine unsterbliche Seele zu erlangen? Nein, sagte die Alte. Nur wenn ein Mensch dich so lieb gewinnen würde, dass du ihm mehr wärst als Vater und Mutter, wenn er mit all seinen Gedanken und all seiner Liebe nur dich begehrte und den Priester seine rechte Hand in die Deinige legen ließe zum Treubund für Zeit und Ewigkeit, dann würde seine Seele in deinen Körper überfließen und du erhieltest Anteil an der Glückseligkeit, die dem Menschen beschieden ist. Er gäbe dir eine Seele und behielte doch seine eigene. Allein das wird nie geschehen. Was wir hier im Meere gerade so schön finden, nämlich den Fischschwanz, das gilt dort auf der Erde für hässlich. Die Menschen verstehen es eben nicht besser. Um schön zu sein, muss man dort zwei plumpe Pfosten haben, die sie Beine nennen. Da seufzte die Nixe und betrachtete betrübt ihren Fischschwanz. Komm, wir wollen zufrieden und vergnügt sein, sagte die Alte. Hüpfen und springen wollen wir in den 300 Jahren unserer Lebenszeit. Das ist für wahr lange genug. Später kann man umso friedlicher ausruhen. Komm, heute Abend ist großer Ball im Schlosser. Und das war eine Pracht, wie man sie nie auf Erden geschaut hat. Die Wände und die Decken des großen Tanzsaals waren von ganz dicken, aber durchsichtigem Glas. Mehrere hundert riesengroße, rosenrote und grasgrüne Muscheln standen auf jeder Seite des Saals. Jede mit einer blau schimmernden Fackel, die den ganzen durchschienen, sodass das Schloss in einem Lichtmeer zu stehen schien. Man konnte unzählige große und kleine Fische sehen, die gegen die Glasmauern schwammen. Auf einigen glänzten die Schuppen purpurrot, auf anderen erschienen sie wie Silber und Gold. Mitten durch den Saal floss ein breiter Strom und auf diesem tanzten die Meermänner und Meerweibchen zu ihrem eigenen lieblichen Gesange. Solch schöne Stimmen haben die Menschen auf der Erde nicht, aber die jüngste Meerprinzessin sang am allerschönsten und der ganze Hof klatschte mit den Händen und Schwänzen Beifall. Einen Augenblick fühlte sie sich auch in dem Bewusstsein, dass sie auf der ganzen Erde und im Meere die allerschönste Stimme habe, hoch beglückt. Allein bald musste sie wieder an die Welt über sich denken. Sie konnte den schönen Prinzen und ihr Herzeleid darüber, dass sie nicht auch eine unsterbliche Seele besaß, nicht vergessen. Deshalb schließ sie aus ihres Vaters Schloss hinaus und während drinnen eitel Gesang und Frohsinn herrschte, saß sie betrübt in ihrem kleinen Garten. Da hörte sie eine Musik durch das Wasser herunterschallen und dachte, nun fährt er gewiss dort oben vorüber, er, an den ich mehr liebe als Vater und Mutter, er, in dessen Hand ich mein Schicksal legen möchte. Alles, alles will ich wagen, um ihn und eine unsterbliche Seele zu gewinnen. Während meine Schwester drinnen im Schlosse des Vaters tanzen, will ich zu der Meerhexe gehen, vor der ich mich bis jetzt immer so gefürchtet habe. Sie kann mir vielleicht raten und helfen. Darauf ging die kleine Prinzessin aus ihrem Garten hinaus und hin zu dem brausenden Strudel, hinter dem die Hexe wohnte. Noch nie hatte sie diesen Weg betreten. Hier wuchsen keine Blumen und kein Seegras. Nur der nackte graue Sandboden erstreckte sich bis zum Strudel hin, wo das Wasser gleich rauschenden Mühlrädern umherwirbelte und alles, was es erfasste, mit sich in die Tieferes. Zwischen diesen verderben bringenden Wirbeln musste sie hindurch, um ins Gebiet der Meerhexe zu gelangen, und von hier führte der Weg über warmen, sprudelnden Schlamm, den die Hexe ihr Torfmoor nannte. Dahinter lag ihr Haus, mitten in einem seltsamen Walder. Die Bäume und Gebüsche waren nämlich Polypen, halb Tier, halb Pflanzen. Sie sahen aus wie hundertköpfige Schlangen, die aus Die Zweige aber glichen langen, schleimigen Armen, mit Fingern wie gelenkige Würmer, und alle Glieder bewegten sich an den Bäumen, von der Wurzel bis zum Gipfel. Alles, was sie im Meere erfassen konnten, umschlangen sie fest und ließen es nicht wieder los. Die Prinzessin blieb vor dem Hause der Meerhexe ganz erschrocken stehen. Ihr Herz pochte heftig und sie wäre fast wieder umgekehrt. Aber dann dachte sie an den Prinzen und an die Seele der Menschen und da fasste sie wieder Mut. Sie band ihr langes Haar fest um den Kopf, damit die Polypen sie nicht daran erfassen könnten, kreuzte die Hände über der Brust und eilte nun so schnell, wie ein Fisch nur immer durchs Wasser schießen kann, durch die gräulichen Polypen hindurch, die ihre geschmeidigen Arme und Finger nach ihr ausstreckten. Sie sah, dass jeder von ihnen irgendetwas erfasst hatte und mit hundert kleinen Armen wie mit eisernen Zangen festhielt. Menschen, die auf der See umgekommen und hinunter gesunken waren, sahen als weiße Gerippe aus ihren Fangarmen hervor. Ruder und Kisten hielten sie fest, auch Skelette von Landtieren und sogar ein kleines Meermädchen, das sie gefangen und erstickt hatten. Und das war unser Meermädchen das Schrecklichste von allem. Nun kam sie zu einem großen sumpfigen Platze im Walde, wo gräuliche Wasserschlangen sich herumwälzten. Mitten auf dem Platze stand ein von den Knochen ertrunkener Menschen errichtetes Haus und davor saß die Meerhexer und ließ eine Kröte aus ihrem Mund fressen, wie die Menschen einem Kanarienvögelchen zu essen geben. Ich weiß schon, was du willst, begann die Meerhexer. Es ist zwar sehr töricht von dir, aber du sollst deinen Willen haben, denn er wird dich ins Unglück stürzen, meine schöne Prinzessin. Du möchtest deinen Fischschwanz lossein und stattdessen zwei Pfosten zum Gehen haben, wie die Menschen, damit sich der junge Prinz in dich verliebt und du ihn und seine unsterbliche Seele bekommen kannst. Du kommst auch gerade zur rechten Zeit, denn nach dieser Nacht könnte ich dir nicht helfen, ehe wieder ein ganzes Jahr vergangen wäre. Ich werde dir einen Trank bereiten, mit dem musst du, ehe die Sonne aufgeht, ans Land schwimmen, dich dort ans Ufer setzen und ihn austrinken. Darauf schrumpft dein Schwanz zu dem zusammen, was die Menschen niedliche Beine nennen. Aber es tut dir sehr weh und es wird dir sein, als ob ein scharfes Schwert dich durchdränge. Wer dich sieht, wird sagen, du seist das schönste Menschenkind, das man je gesehen habe. Du behältst einen schwebenden Gang. Keine Tänzerin kann so leicht dahingleiten als du, aber bei jedem Schritt wirst du das Gefühl haben, als ob du auf scharfem Messer trätest und dein Blut fließen müsste. Aber wenn du all dies leiden willst, dann werde ich dir helfen. Ja, ich will es, sagte die Nixe mit bebender Stimme und dachte dabei an den Prinzen und an die unsterbliche Seele. Aber bedenke wohl, sagte die Hexe, wenn du erst einmal menschliche Gestalt angenommen hast, kannst du nie wieder eine Nixe werden. Niemals kannst du wieder durch das Wasser zu deinen Schwestern zum Schloss deines Vaters zurückkehren. Und wenn du die Liebe des Prinzen nicht gewinnst, so dass du ihm mehr bist als Vater und Mutter und er den Priester eure Hände ineinander legen lässt, dass ihr Mann und Frau werdet, so bekommst du keine unsterbliche Seele. Am ersten Morgen, nachdem er sich mit einer anderen vermählt hat, wird dein Herz brechen und du wirst zu Schaum auf dem Wasser. Ich will es, sagte die Meernexe und war dabei bleich wie der Tod. Mich aber musst du bezahlen, sagte die Hexe, und ich verlange nicht wenig. Von allen hier auf dem Meeresgrund hast du die schönste Stimme und du denkst wohl, du könntest den Prinzen damit bezaubern. Allein diese Stimme musst du mir geben. Das Beste, was du besitzest, will ich für meinen köstlichen Trank haben, denn ich musste ja von meinem eigenen Blut geben, damit der Trank scharf wie ein zweischneidiges Schwert wird. Aber wenn du mir meine Stimme nimmst, sagte die Nixe, was bleibt mir dann übrig? Deine schöne Gestalt, entgegnete die Hexer. Dein schwebender Gang und deine sprechenden Augen, damit kannst du schon ein Menschenherz bezaubern. Nun, hast du den Mut verloren? Strecke nur deine kleine Zunge heraus, dann schneide ich sie ab, nehme sie an Zahlung statt und du erhältst den Zaubertrank. Sei es, sagte die Nixe und sogleich setzte die Hexe ihren Kessel auf, um den Trank das halbe Leben, sagte sie und scheuerte den Kessel mit einer Handvoll Schlangen aus. Dann ritzte sie sich in die Brust und ließ ihr scharfes Blut hineintröpfeln. Es zischte und brodelte in dem Kessel, dass es einem ganz Angst und Bange dabei wurde. Jeden Augenblick warf die Hexe neue Zutaten hinein und es stieg ein schrecklicher Dampf auf. Endlich war sagte die Hexe und darauf schnitt sie der Nixe die Zunge ab, die nun stumm war und weder singen noch sprechen konnte. Sollten die Polypen dich ergreifen wollen, wenn du durch meinen Wald zurück gehst, fuhr die Hexe fort, so besprengen sie nur mit einem Tropfen dieses Getränks, davon zersprengen ihre Arme und Finger. Aber das brauchte die Meerprinzessse nicht zu tun. funkelnder Stern in ihrer Hand leuchtete. So eilte sie rasch durch den Wald, das Moor und den brausenden Strudel zurück. Jetzt konnte sie schon das Schloss ihres Vaters sehen. Die Fackeln in dem großen Saale waren erloschen. Sie schliefen wohl schon alle dort drinnen. Sie wagte es jedoch nicht, sie aufzusuchen. Jetzt, da sie stumm war und die ihrigen für immer verlassen wollte. Aber es war ihr, als ob ihr Herz vor Schmerz brechen sollte. Sie schlich in den Garten hinein, pflückte von jedem der Blumenbeete der Schwestern eine Blume, warf dem Schloss viele tausend Kusshände zu und stieg durch die dunkelblaue See empor. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als sie am Schloss des Prinzen anlangte und die prächtigen Marmortreppen hinaufstieg. Es war heller, klarer Mondschein. Nun trank die Meerprinzessin den brennend scharfen Trank und da war es ihr, als ginge ein zweischneidiges Schwert durch ihren zarten Körper. Sie verlor das Bewusstsein und lag wie tot da. Als die Sonne auf das Meer schien, erwachte sie und fühlte einen stechenden Schmerz. Aber gerade vor ihr stand der schöne junge Prinz und heftete seine schwarzen Augen auf sie, sodass sie die ihrigen niederschlagen musste. Da gewahrte sie, dass ihr Fischschwanz verschwunden war und sie die niedlichsten weißen Beine hatte, die nur ein Mädchen haben kann. Aber sie war nackt und so hüllte sie sich in ihr langes dichtes Haar, wie in einen Mantel. Der Prinz fragte sie, wer sie sei und wie sie hierher gekommen wäre. Sie sah ihn mit ihren dunkelblauen Augen freundlich und doch tief traurig an, sprechen konnte sie ja nicht. Da nahm er sie bei der Hand und führte sie hinein in sein Schloss. Bei jedem Schritt, den sie machte, war es ihr, wie die Hexe es im Voraus gesagt hatte, als drehte sie auf lauter spitzige Nadeln und scharfe Messer. Aber das blase dahin und er sowie alle anderen verwunderten sich über ihren anmutigen schwebenden Gang. Nun wurde sie in herrliche Kleider von Seide und Musselin gehüllt. Im Schloss war sie die schönste von allen, aber stumm war sie, konnte weder singen noch sprechen. Herrliche Sklavinnen, in Seide und Gold gekleidet, kamen herbei und sangen vor dem Prinzen und seinen königlichen Eltern. Eine sang schöner als die andere und dann klatschte der Prinz in die Hände und lächelte ihr zu. Da wurde die kleine Meerprinzessin sehr betrübt und wusste, dass sie selbst noch viel schöner gesungen hatte und dachte, ach, wenn er nur wüsste, dass ich meine Stimme für Zeit und Ewigkeit hingegeben habe, um bei ihm sein zu dürfen. Nun tanzten die Sklavennen reizende schwebende Tänze zu einer lieblichen Musik. Da erhob die Nixe ihre schönen weißen Arme, richtete sich auf den Fußspitzen auf, schwebte anmutig über den Boden hin und tanzte so schön, wie man noch nie jemand hatte tanzen sehen. Bei jeder Bewegung trat ihre Schönheit deutlicher hervor und ihre Augen sprachen inniger zum Herzen als der Gesang der Sklavennen. Alle waren entzückt davon und ganz besonders der Prinz, der sie sein liebes kleines Findelkind nannte. Sie aber tanzte immer weiter, obgleich es ihr jedes Mal, wenn ihr Fuß die Erde berührte, war als ob sie auf scharfem Messer träte. Der Prinz sagte, sie müsse immer bei ihm bleiben und sie erhielt die Erlaubnis vor seiner Türe auf einem Samtkissen zu schlafen. Er ließ ihr auch Männerkleider machen, damit sie ihn zu Pferde begleiten konnte. Dann ritten sie miteinander durch die duftenden Wälder, wo die grünen Zweige ihre Schultern streiften und die Vögel zwischen den Blättern sangen. Sie erstieg mit dem Prinzen die hohen Berge und als ihre zarten Füße bluteten, dass selbst die Begleiter es wahrnehmen konnten, lachte sie nur darüber und stieg mit dem Prinzen immer höher hinauf, bis sie die Wolken unter sich dahin segeln sahen, gleich einem Schwarm Vögel, die nach wärmeren Ländern ziehen. Daheim auf des Prinzen Schlosse, wenn nachts die anderen schliefen, setzte sie sich auf die breite Marmortreppe, unten am Meeresrand und kühlte ihre brennenden Füße im kalten Seewasser. Das tat ihr wohl und dann gedachte sie der ihrigen dort unten in der Tiefe. Eines Nachts erschienen plötzlich ihre Schwestern Arm in Arm über der Meeresfläche. Sie sangen wehmütige Lieder, während sie durch das Wasser schwammen. Die Nixe winkte ihnen und da erkannten sie die Schwester und erzählten ihr, wie betrübt sie alle über ihr Fortgehen seien. Von nun an besuchten die Schwestern sie jede Nacht und einmal erblickte sie sogar die alte Großmutter, die seit vielen Jahren nicht mehr an der Oberfläche des Meeres gewesen war, sowie auch den Meerkönig mit seiner Krone auf dem Haupter. Sie streckten die Hände nach ihr aus, wagten sich aber beide nicht so nah ans Land als die Schwestern. Mit jedem Tage gewann die kleine Meerprinzessin den Prinzen lieber und auch er liebte sie, wie man ein gutes süßes Kind lieb hat, aber er dachte nicht daran, sie zur Königin zu machen und seine Frau musste sie doch werden, sonst bekam sie ja keine unsterbliche Seele und musste an seinem Hochzeitstage zu Schaum auf dem Wasser werden. Liebst du mich nicht mehr als all die anderen? schienen die Augen der Nixe zu fragen, wenn er sie in seine Arme schloss und auf die schöne Stirn küste. Ja, du bist mir die Liebste, sagte der Prinz, denn du hast von allen das beste Herz, du bist mir am treuesten ergeben und du gleist einem jungen Mädchen, das ich einmal sah, aber wohl nie wieder finden werde. Ich war auf einem Schiffe, das scheiterte. Die Wogen warfen mich in der Nähe eines Tempels ans Land, wo mehrere junge Mädchen den Gottesdienst verrichteten. Die jüngste von ihnen fand mich am Ufer und rettete mich vom Tode. Ich sah sie nur zweimal, aber sie wäre die einzige, die ich auf dieser Welt lieben könnte. Allein du gleist ihr und verdrängst beinahe ihr Bild aus meiner Seele. Sie ist dem heiligen Tempel geweiht und nun hat mir ein freundliches Geschick dich gesendet. Wir wollen uns nie wieder trennen. Ach, er weiß nicht, dass ich es war, die ihm das Leben gerettet hat, dachte die kleine Nixer. Ich trug ihn durch die Wogen zum Walde hin, wo der Tempel steht. Ich wartete hinter dem Schaume verborgen, ob nicht bald Menschen kommen würden. Ich sah das schöne Mädchen, dass er mehr liebt als mich. Sie seufzte tief auf, denn weinen konnte sie ja nicht. Das Mädchen ist dem heiligen Tempel geweiht, so hatte er gesagt, dachte sie weiter. Nie wird es also in die Welt hinaus kommen und nie werden sich die beiden wieder begegnen. Ich aber bin bei ihm und sehe ihn jeden Tag. Ich will ihn pflegen, lieben und ihm mein Leben Opfern. Aber nun sollte sich der Prinz vermählen, und zwar, wie es hieß, mit der schönen Tochter des Nachbarkönigs. Deshalb wurde ein prächtiges Schiff ausgerüstet. Es heißt allerdings, sagten die Leute, der Prinz wolle nur die Länder des Nachbarkönigs besichtigen, allein es geschieht doch nur, um dessen Tochter zu sehen. Ein großes Gefolge wird ihn begleiten. Die Nixe aber schüttelte den Kopf und lächelte. Sie kannte ja des Prinzen Gedanken, weit besser als alle anderen. Ja, ich muss allerdings hinreisen, hatte er zu ihr gesagt, um die schöne Prinzessin zu sehen. Meine Eltern verlangen es, aber sie werden mich nicht zwingen, sie als meine Braut heimzuführen. Ich weiß zum Voraus, dass ich sie nicht lieben kann. Sie gleicht gewiss dem schönen Mädchen im Tempel nicht, dem du so ähnlich bist. Ja, sollte ich jemals eine Braut wählen, so würdest er du es sein, du, mein stummes Findelkind mit den sprechenden Augen. Bei diesen Worten küsste er sie auf ihren roten Mund, spielte mit ihrem langen Haare und legte sein Haupt an ihr Herz, so dass die kleine, arme Nixe von Menschenglück und einer unsterblichen Seele träumte. Du fürchtest dich doch nicht vor dem Meere, mein stummes Kind? Fragte er, als sie auf dem prächtigen Schiffe standen, das ihnen nach dem Lande des Nachbarkönigs führen sollte. Darauf erzählte er ihr von Sturm und Windestille, von seltsamen Fischen in der Tiefe und von dem, was die Taucher dort gesehen hatten. Und sie lächelte bei seiner Erzählung. Sie wusste ja viel besser als irgendein Mensch, wie es auf dem Grunde des Meeres aussah. In einer mondhellen Nacht, als außer dem Steuermann, der am Steuerruder stand, alle auf dem Schiffe schliefen, lehnte sie am Geländer und starrte unverwandt in das klare Wasser hinunter. Sie glaubte ihres Vaters Schloss zu erblicken. Ganz oben auf der Zinne stand die Großmutter mit zum Kiel des Schiffes empor. Da tauchten plötzlich ihre Schwestern aus dem Wasser auf, schauten sie tieftraurig an und rangen ihre weißen Hände. Sie aber winkte ihnen lächelnd zu und wollte ihnen erzählen, dass es ihr gut gehe und dass sie glücklich sei. Aber in diesem Augenblick kam der Schiffsjunge herbei und sofort tauchten die Schwestern unter, so dass er glaubte, das Weiße, was er gesehen habe, sei nur der Schaum auf den Wogen gewesen. Am nächsten Morgen fuhr das Schiff in den Hafen der Hauptstadt des Nachbarlandes. Alle Glocken läuteten und von den hohen Türmen wurden die Posaunen geblasen, während die Soldaten mit fliegenden Fahnen und blitzenden Bayonetten aufmarschierten. Jeden Tag wurde ein neues Fest gefeiert. Bälle und Gesellschaften wechselten miteinander ab. Aber die Prinzessin war noch nicht da. Es hieß, sie befinde sich weit von hier entfernt in einem Tempel, wo sie zu allen königlichen Tugenden erzogen werde. Endlich traf sie ein. Die Nixe war sehr begierig, die gepriesene Schönheit zu sehen. Sie musste auch zugeben, eine lieblichere Erscheinung als die Königstochter hatte sie noch nie gesehen. Ihre Haut war zart und fein und hinter den langen dunklen Augenwimpern strahlten ein paar dunkelblaue treue Augen hervor. Da, du bist es, rief der Prinz. Du hast mich gerettet, als ich damals leblos am Ufer lag. Und er drückte sie als seine errötende Braut in seine Arme. Oh, ich bin zu glücklich, sagte er zu der Nixe. Das Beste, das ich Teil geworden. Ich weiß, du freust dich mit mir über mein Glück, denn du bist mir von allen am treuesten ergeben. Und die Meerprinzessin küsste dem Prinzen die Hand, und es kam ihr schon jetzt vor, als fühle sie ihr Herz brechen. Am Hochzeitstage des Prinzen war sie dem Tode verfallen und wurde in leichten Meeresschaum verwandelt. Alle Kirchenglocken läuteten. Die wohlriechendes Öl in kostbaren silbernen Lampen. Die Priester schwangen die Rauchfässer, Braut und Bräutigam reichten einander die Hand und erhielten den Segen des Bischofs. Die Nixe war in Seide und Gold gekleidet und trug der Braut die Schleppe. Aber ihr Ohr vernahm die festliche Musik nicht und ihr Auge sah nicht die Heilige Handlung. Sie musste immerfort an Noch an demselben Abend begaben sich Braut und Bräutigam an Bord des Schiffes. Die Kanonen donnerten, die Flaggen wehten und mitten auf dem Schiffe war ein königliches Zelt aus Gold und Purpur errichtet und mit den schönsten Kissen geschmückt. Da sollte das Brautpaar in der kühlen stillen Nacht schlafen. Der Wind blähte die Segel und das Schiff glitt leicht über die klare See dahin. Als es dunkelte, wurden bunte Lampen angezündet und die Seeleute tanzten lustig auf dem Verdeck. Die Nixe aber gedachte jenes Abends, wo sie zum ersten Mal aus dem Meere aufgetaucht war und dieselbe Pracht und Freude erblickt hatte wie heute. Sie drehte sich anmutig im Tanzer, leicht wie eine Schwalbe und alle jubelten laut vor Entzücken. Noch nie hatte sie so herrlich getanzt. Wohl drang es ihr durch die Füße wie scharfe Messer, aber sie fühlte es nicht. Ein noch schärferer Schmerz drang durch ihr Herz. Sie wusste, das war der letzte Abend, an dem sie ihn sah, ihn, um dessen Willen sie ihre Verwandten und ihre Heimat verlassen, ihre schöne Stimme dahin gegeben und täglich unendliche Qualen Nacht, dass sie dieselbe Luft mit ihm atmete und das tiefe Meer und den strahlenden Himmel schaute. Eine ewige Nacht ohne Bewusstsein und ohne Träume erwartete sie, weil sie ja keine Seele hatte und nie eine erlangen konnte. Freude und Frohsinn herrschte auf dem Schiffe bis lange nach Mitternacht und auch die arme kleine Nixe lachte und tanzte mit den Todesgedanken im Herzen. Der Prinz küsste seine schöne Braut. Sie spielte mit seinem schwarzen Haar und Arm in Arm gingen sie zur Ruhe in das prächtige Zelt. Ruhig und still wurde es auf dem Schiffe. Nur der Steuermann stand am Steuerruder. Die Nixe legte ihre weißen Arme auf das Schiffs Geländer und schaute gegen Osten nach der Morgenröte aus. Sie wusste, der erste Sonnenstrahl brachte ihr den Tod. Da sah sie plötzlich ihre Schwestern aus dem Wasser empor tauchen. Sie waren ebenso bleich als sie selbst und ihre langen schönen Haare wehten nicht mehr im Winter. Sie waren abgeschnitten. Wir haben es der Hexe gegeben, um Hilfe für dich zu erlangen, damit du heute Nacht nicht sterben musst. Sie hat uns ein Messer gegeben. Sie hier es dem Prinzen ins Herz stoßen und sobald sein warmes Blut auf deine Füße spritzt, wachsen diese wieder in einen Fischschwanz zusammen. Du wirst dann wieder eine Nixe, kannst zu uns herabsteigen und lebst deine 300 Jahre, ehe du zu dem totem salzigen Meeresschaum wirst. Aber beeile dich, er oder du musst sterben, ehe die Sonne aufgeht. Unsere Großmutter Töte den Prinzen und kehre zu uns zurück, aber beeile dich, siehst du den roten Streifen dort am Himmel? In wenigen Minuten geht die Sonne auf, dann musst du sterben. Sie seufzten tief auf und versanken in den Wogen. Die Nixe zog den Purpur-Teppich vor dem Zelt zurück und sah die holde Braut an des Prinzen Brust ruhen. Nun beugte sich die Nixe zu ihm nieder und küsste ihn auf die schöne Stirne, blickte dann zum Himmel empor, wo die Morgenröte immer rosiger glühte, betrachtete das scharfe Messer in ihrer Hand und heftete ihre Blicke wieder auf den Prinzen, der im Traume den Namen seiner Braut aussprach. Ja, sie allein war in seinen Gedanken und das Messer zitterte in der Hand des Meermädchens. Aber dann schleuderte sie es plötzlich weit von sich hinaus in die Wogen und da war es als ob dunkelrote Blutstropfen hoch aufspritzten. Noch einen letzten Blick warf sie mit halb gebrochenen Augen auf den Prinzen, stürzte sich dann vom Schiffe in das Meer hinab und fühlte wie ihr Körper sich in Schaum auflöste. Nun erhob sich die Sonne über und die Nixe fühlte den Tod nicht. Sie sah die helle Sonne und neben ihr schwebten hunderte von durchsichtigen lieblichen Geschöpfen, durch die hindurch sie des Schiffes weiße Segel und die glänzenden roten Wolken erblicken konnte. Die Sprache dieser Wesen war melodisch, aber so geisterhaft, dass kein menschliches Ohr sie vernehmen, wie auch kein irdisches Auge sie gewahren konnte. Ohne Flügel schwebten sie Vermöge ihrer eigenen Leichtigkeit durch die Luft und nun sah die Nixe, dass sie selbst einen Körper gleich dem dieser Gestalten hatte, der sich mehr und mehr aus dem Schaum erhob. Wohin komme ich? fragte sie und ihre Stimme klang wie die der schwebenden Gestalten, ebenso geisterhaft, dass keine irdische Musik sie wiederzugeben vermag. Zu den Luft, erwiderten die Anderen. Die Nixe hat keine sterbliche Seele und kann nie eine solche erhalten, wenn sie nicht die Liebe eines Menschen gewinnt. Von einer fremden Macht hängt ihr ewiges Dasein ab. Wir Töchter der Luft haben auch keine unsterbliche Seele, aber wir können uns durch gute Handlungen selbst eine verschaffen. Wir fliegen nach den warmen Ländern, wo die giftige Pestluft die Menschen tötet. Dort fächeln wir ihnen Kühlung zu. Wir verbreiten den Duft der Blumen in der Luft und senden Erquickung und Heilung. Wenn wir 300 Jahre lang danach gestrebt haben, alles Gute, was in unserer Macht steht, zu vollbringen, dann bekommen wir eine unsterbliche Seele und dürfen am ewigen Glücke der Menschen teilnehmen. Du arme kleine Nixe hast gelitten und geduldet und hast dich damit zur Welt der Luftgeister erhoben und du kannst dir nun durch gute Werke nach 300 Jahren selbst eine unsterbliche Seele schaffen. Da erhob die Nixe ihre durchsichtigen Arme zu Gottes Sonne empor und zum ersten Mal füllten sich ihre Augen mit Tränen. Auf dem Schiffe erwachte wieder Lärm und Leben. Sie sah den Prinzen und seine schöne Braut nach ihr suchen. Wehmütig starrten sie auf die schäumenden Wogen Kämme, als ob sie wüssten, dass sie sich in die Fluten gestürzt habe. Unsichtbar küsste sie die Stirne der Braut, lächelte dem Prinzen zu und bestieg dann mit den übrigen Kindern der Luft eine rosenrote Wolke, die am Himmel hinzog. Nach 300 Jahren schweben wir so in das Reich Gottes hinein. Wir können sogar noch früher dahin gelangen, flüsterte eine der Lichtgestalten. Wir schweben unsichtbar in die Häuser der Menschen hinein, wo es Kinder gibt und für jeden Tag, an dem wir ein gutes Kind finden, das seinen Eltern Freude Zeit. Das Kind weiß nicht, wann wir durch die Stube fliegen und wenn wir dann aus Freude über das liebe Kind lächeln können, so wird ein Jahr von den 300 abgezogen. Sehen wir aber ein unartiges und böses Kind, dann müssen wir Tränen der Trauer vergießen und jede Träne legt unsere Prüfungszeit einen Tag zu. Der treue Johannes von den Gebrüdern Grimm. Es war einmal ein alter König. Der war krank und dachte, es wird wohl das Totenbett sein, auf dem ich liege. Da sprach er, lasst mir den getreuen Johannes kommen. Der getreue Johannes war sein liebster Diener und hieß so, weil er ihm sein Leben lang so treu gewesen war. Als er nun vor das Bett kam, sprach der König zu ihm, getreuester Johannes. Ich fühle, dass mein Ende herannaht und da habe ich keine andere Sorge als um meinen Sohn. Er ist noch in jungen Jahren, wo er sich nicht immer zu raten weiß. Und wenn du mir nicht versprichst, ihn zu unterrichten in allem, was er wissen muss und sein Pflegevater zu sein, so kann ich meine Augen nicht in Ruhe schließen. Da antwortete der getreue Johannes, ich will ihn nicht verlassen und will ihm mit Treue dienen, wenn's auch mein Leben kostet. Da sagte der alte König, so sterb ich getrost und in Frieden und sprach dann weiter. Nach meinem Tode sollst du ihm das ganze Schloss zeigen, alle Kammern, Säle und Gewölbe und alle Schätze, die darin liegen. Aber die letzte Kammer in dem langen Gange sollst du ihm nicht zeigen, worin das Bild der Königstochter vom goldenen Dache verborgen steht. Wenn er das Bild erblickt, wird er eine heftige Liebe zu ihr empfinden und wird ihretwegen in große Gefahren geraten. Davor sollst du ihn hüten. Und als der treue Johannes nochmals dem alten König die Hand darauf gegeben hatte, ward dieser still, legte sein Haupt auf das Kissen und starb. Als der alte König zu Grabe getragen war, da erzählte der treue Johannes dem jungen König, was er seinem Vater auf dem Sterbelager versprochen hatte und sagte, das will ich gewiss halten und will dir treu sein, wie ich ihm gewesen bin und sollte es mein Leben kosten. Die Trauer ging vorüber, da sprach der treue Johannes zu ihm, es ist nun Zeit, dass du dein Erbe siehst, ich will dir dein väterliches Schloss zeigen. Da führte er ihn überall herum, auf und ab und ließ ihn alle die Reichtümer und prächtigen Kammern sehen. Nur die eine Kammer öffnete er nicht, worin das gefährliche Bild stand. Das Bild war aber so gestellt, dass wenn die Tür aufging, man gerade darauf sah und war so herrlich gemacht, dass man meinte, es leibte und lebte und es gäbe nichts Lieblicheres und Schöneres auf der ganzen Welt. Der junge König aber merkte wohl, dass der getreue Johannes immer an einer Tür vorüber ging und sprach, warum schließt du mir diese niemals auf? Es ist etwas darin, antwortete er, vor dem du erschrickst. Aber der König antwortete, ich habe das ganze Schloss gesehen, so will ich auch wissen, was darin ist, ging und wollte die Tür mit Gewalt öffnen. Da hielt ihn der getreue Johannes zurück und sagte, ich habe es deinem Vater vor seinem Tode versprochen, dass du nicht sehen sollst, was in der Kammer steht. Es könnte dir und mir zu großem Unglück ausschlagen. Ach nein, antwortete der junge König. Wenn ich nicht hineinkomme, so ist mein sicheres Verderben. Ich würde Tag und Nacht keine Ruhe haben, bis ich es mit meinen eigenen Augen gesehen hätte. Nun gehe ich nicht von der Stelle, bis du aufgeschlossen hast. Da sah der getreue Johannes, dass es nicht mehr zu ändern war und suchte mit schwerem Herzen und vielem Seufzen aus dem großen Bund den Schlüssel heraus. Als er die Tür geöffnet hatte, trat er zuerst hinein und dachte, er wolle das Bildnis bedecken, dass es der König vor ihm nicht sähe. Aber was half das? Der König stellte sich auf die Fußspitzen und sah ihm über die Schulter. Und als er das Bildnis der Jungfrau erblickte, das so herrlich war und von Gold und Edelsteinen glänzte, da fiel er ohnmächtig zur Erde nieder. Der getreue Johannes hob ihn auf, trug ihn in sein Bett und dachte voll Sorgen, das Unglück ist geschehen, Herr Gott, was will daraus werden? Dann stärkte er ihn mit Wein, bis er wieder zu sich selbst kam. Das erste Wort, das er sprach, war, ach, wer ist das schöne Bild? Das ist die Königstochter vom goldenen Dache, antwortete der treue Johannes. Da sprach der König weiter, meine Liebe zu ihr ist groß, wenn alle Blätter an den Bäumen Zungen wären, sie könnten's nicht aussagen, mein Leben setze ich daran, dass ich sie erlange. Du bist mein getreuester Johannes, du musst mir beistehen. Der treue Diener besann sich lange, wie die Sache anzufangen wäre, denn es hielt schwer, nur vor das Angesicht der Königstochter zu kommen. Endlich hatte er ein Mittel ausgedacht und sprach zu dem König, alles, was sie um sich hat, ist von Gold, Tische, Stühle, Schüsseln, Becher, Näpfe und alles Hausgerät. In deinem Schatze liegen fünf Tonnen Goldes. Lass eine von den Goldschmieden des Reiches verarbeiten, zu allerhand Gefäßen und Gerätschaften, zu allerhand Vögeln. Gewillt und wunderbaren Tieren, das wird ihr gefallen, wir wollen damit hinfahren und unser Glück versuchen. Der König hieß alle Goldschmiede herbeiholen, die mussten Tag und Nacht arbeiten, bis endlich die herrlichsten Dinge fertig waren. Als alles auf ein Schiff geladen war, zog der getreue Johannes Kaufmannskleider an und der König musste ein Gleiches tun, um sich ganz unkenntlich zu machen. Dann fuhren sie über das Meer und fuhren so lange, bis sie zu der Stadt kamen, worin die Königstochter vom goldenen Dache wohnte. Der treue Johannes hieß den König auf dem Schiffe zurückbleiben und auf ihn warten. Vielleicht sprach er, bringe ich die Königstochter mit, darum sorgt, dass alles in Ordnung ist, lasst die Goldgefäße aufstellen und das ganze Schiff ausschmücken. Darauf suchte er sich in sein Schürzchen allerlei von den Goldsachen zusammen, stieg ans Land und ging gerade nach dem Königlichen Schloss. Als er in den Schlosshof kam, stand da beim Brunnen ein schönes Mädchen. Das hatte zwei goldene Eimer in der Hand und schöpfte damit. Und als es das blinkende Wasser vortragen wollte und sich umdrehte, sah es den fremden Mann und fragte, wer er wäre. Da antwortete er, ich bin ein Kaufmann und öffnete sein Schürzchen und ließ sie hineinschauen. Da rief sie, ei, was für schönes Goldzeug, setzte die Eimer nieder und betrachtete eins nach dem anderen. Da sprach das Mädchen, das muss die Königstochter sehen, die hat so große Freude an den Goldsachen, dass ihr euch alles abkauft. Es nahm ihn bei der Hand und führte ihn hinauf, denn es war die Kammerjungfer. Als die Königstochter die Ware sah, war sie ganz vergnügt und sprach, es ist so schön gearbeitet, dass ich dir alles abkaufen will. Aber aber der getreue Johannes sprach, ich bin nur der Diener von einem reichen Kaufmann, was ich hier habe, ist nichts gegen das, was mein Herr auf seinem Schiffe stehen hat, und das ist das künstlichste und köstlichste, was je in Gold ist, gearbeitet worden. Sie wollte alles herausgebracht haben, aber er sprach, dazu gehören viele Tage, so groß ist die Menge, und so viele Säle, es aufzustellen, dass euer Haus nicht Raum dafür hat. Da ward ihre Neugierde und Lust immer mehr angeregt, so dass sie endlich sagte, führe mich hin zu dem Schiff, ich will selbst hingehen und deines Herrn Schätze betrachten. Da führte sie der treue Johannes zu dem Schiffe hin und war ganz freudig und der König, als er sie erblickte, sah, dass ihre Schönheit noch größer war, als das Bild sie dargestellt hatte und meinte nicht anders, als das Herz wollte ihm zerspringen. Nun stieg sie in das Schiff und der König führte sie hinein. Der getreue Johannes aber blieb zurück bei dem Steuermann und hieß das Schiff abstoßen. Spannt alle Segel auf, dass es fliegt wie ein Vogel in der Luft. Der König aber zeigte ihr drinnen das goldene Geschirr. Jedes einzeln, die Schüsseln, Becher, Näpfe, die Vögel, das Gewild und die wunderbaren Tiere. Viele Stunden gingen herum, während sie alles besah und in ihrer Freude merkte sie nicht, dass das Schiff dahin fuhr. Nachdem sie das Letzte betrachtet hatte, dankte sie dem Kaufmann und wollte heim. Als sie aber an des Schiffes Rand kam, sah sie, dass es fern vom Land auf hohe Meere ging und mit vollen Segeln forteilte. Ach, rief sie erschrocken, ich bin betrogen, ich bin entführt und in die Gewalt eines Kaufmanns geraten, lieber wollte ich sterben. Der König aber fasste sie bei der Hand und sprach, ein Kaufmann bin ich nicht, ich bin ein König und nicht geringer an Geburt als du bist, aber dass ich dich mit List entführt habe, das ist aus übergroßer Liebe geschehen. Das erste Mal, als ich dein Bildnis gesehen habe, bin ich ohnmächtig zur Erde gefallen. Als die Königstochter vom goldenen Dache das hörte, ward sie getröst und ihr Herz ward ihm geneigt, sodass sie gern einwilligte, seine Gemahlin zu werden. Es trug sich aber zu, während sie auf dem hohen Meere dahin fuhren, dass der treue Johannes, als er vorn auf dem Schiffe saß und Musik machte, in der Luft drei Raben erblickte, die dahergeflogen kamen. Da hörte er auf zu spielen und horchte, was sie miteinander sprachen, denn er verstand das wohl. Die eine rief, Ei, da führt er die Königstochter vom goldenen Dache heim. Ja, antwortete die Zweite, er hat sie noch nicht, sprach die Dritte, er hat sie doch, sie sitzt bei ihm im Schiffe. Da fing die Erste wieder an und rief, was hilft ihm das, wenn sie an Land kommen, wird ihm ein fuchsrotes Pferd entgegenspringen, da wird er sich aufschwingen wollen, und tut er das, so sprengt es mit ihm fort und in die Luft hinein, dass er nimmermehr seine Jungfrau wieder sieht. Sprach die Zweite, ist gar keine Rettung? Oh ja, wenn ein anderer schnell aufsitzt, das Feuergewehr, das in den Halftern stecken muss, herausnimmt und das Pferd damit tot schießt, so ist der junge König gerettet, aber wer weiß das, und wer es weiß und sagt ihm, der wird zu Stein von den Fuß Zehen bis zum Knie. Da sprach die Zweite, ich weiß noch mehr, wenn das Pferd auch getötet wird, so behält der junge König doch nicht seine Braut. Wenn sie zusammen ins Schloss kommen, so liegt dort ein gemachtes Brauthemd in einer Schüssel und sieht aus, als wär's von Gold und Silber gewebt, ist aber nichts als Schwefel und Pech. Wenn er's antut, verbrennt es ihn bis auf Mark und Knochen, sprach die Dritte, ist da gar keine Rettung? Oh ja, antwortete die Zweite, wenn einer mit Handschuhen das Hemd packt und wirft es ins Feuer, dass es verbrennt, so ist der junge König gerettet. Aber was hilft's, wer's weiß und es ihm sagt, der wird halbes Leibes Stein, vom Knie bis zum Herzen. Da sprach die Dritte, ich weiß noch mehr, wird das Brauthemd auch verbrannt, so hat der junge König seine Braut doch noch nicht. Wenn nach der Hochzeit der Tanz anhebt und der junge König tanzt, wird sie plötzlich erbleichen und wie tot hinfallen und hebt sie nicht einer auf und zieht aus ihrer rechten Brust drei Tropfen Blut und speit sie wieder aus, so stirbt sie. Aber verrät das einer, der es weiß, so wird er des ganzen Leibes zu Stein, vom Wirbel bis zur Fußzeher. Als die Raben das miteinander gesprochen hatten, flogen sie weiter, und der getreue Johannes hatte alles wohl verstanden, aber von der Zeit an war er still und traurig. Denn verschwieg er seinem Herrn, was er gehört hatte, so war dieser unglücklich. Entdeckte er es ihm, so musste er selbst sein Leben hingeben. Endlich aber sprach er bei sich, meinen Herrn will ich retten und sollte ich selbst darüber zugrunde gehen. Als sie nun an das Land kamen, da geschah es, wie der Rabe vorhergesagt hatte, und es sprengte ein prächtiger fuchsroter Gaul daher. Wohl an, sprach der König, der soll Schloss tragen und wollte sich aufsetzen, doch der treue Johannes kam ihm zuvor, schwang sich schnell darauf, zog das Gewehr aus den Halftern und schoss den Gaul nieder. Da riefen die anderen Diener des Königs, die dem treuen Johannes doch nicht gut waren, wie schändlich, das schöne Tier zu töten, das den König in sein Schloss tragen sollte. Aber der König sprach, schweigt und lasst ihn gehen, er ist mein getreuster Johannes, wer weiß, wozu das gut ist. Nun gingen sie ins Schloss und da stand im Saal eine Schüssel und das gemachte Brauthemd lag darin und sah aus, nicht anders, als wäre es von Gold und Silber. Der junge König ging darauf zu und wollte es ergreifen, aber der treue Johannes schob ihn weg, packte es mit Handschuhen an, trug es schnell ins Feuer und ließ es verbrennen. Die anderen Diener fingen wieder an zu murren und sagten Seht, nun verbrennt er gar des Königs Brauthemd. Aber der junge König sprach Wer weiß wozu es gut ist, lasst ihn gehen, es ist mein getreuster Johannes. Nun ward die Hochzeit gefeiert, der Tanz hub an und die Braut trat auch hinein. Da hatte der treue Johannes acht und schaute ihr auf einmal erbleichte sie und fiel wie tot zur Erde. Da sprang er eilends hinzu, hob sie auf und trug sie in eine Kammer. Da legte er sie nieder, kniete und sog die drei Blutstropfen aus ihrer rechten Brust und speite sie aus. Als bald atmete sie wieder und erholte sich. Aber der junge König hatte es mit angesehen und wusste nicht, warum es der getreue Johannes getan hatte, war zornig darüber und rief Werft ihn ins Gefängnis. Am anderen Morgen ward der getreue Johannes verurteilt und zum Geigen geführt. Und als er oben war und gerichtet werden sollte, sprach er Ja, jeder, der sterben soll, darf vor seinem Ende noch einmal reden. Soll ich das Recht auch haben? Ja, antwortete der König. Es soll dir vergönnt sein. Da sprach der treue Johannes. Ich bin mit Unrecht verurteilt und bin dir immer treu gewesen und erzählte, wie er auf dem Meer das Gespräch der Raben gehört und wie er, um seinen Herrn zu retten, das alles hätte tun müssen. Da rief der König, Oh, mein treuster Johannes, Gnade, Gnade, führt ihn herunter. Aber der treue Johannes war bei dem letzten Wort, das er geredet hatte, leblos herabgefallen und war ein Stein. Darüber trug nun der König und die Königin großes Leid und der König sprach Ach, was habe ich große Treue so übel belohnt und ließ das steinerne Bild aufheben und in seine Schlafkammer neben sein Bett stellen. So oft er es ansah, weinte er und sprach Ach, könnte ich dich wieder lebendig machen, mein getreuster Johannes. Es ging eine Zeit herum, da gebar die Königin Zwillinge, zwei Söhnlein, die wuchsen heran und wahren ihre Freude. Einmal, als die Königin in der Kirche war und die zwei Kinder bei dem Vater saßen und spielten, sah dieser wieder das steinerne Bildnis voll Trauer an, seufzte und rief und rief, wenn du dein Liebstes daran wenden willst. Da rief der König, alles, was ich auf der Welt habe, will ich für dich hingeben. Sprach der Stein weiter, wenn du mit deiner eigenen Hand deinen beiden Kindern den Kopf abhaust und mich mit ihrem Blut bestreist, so erhalte ich das Leben wieder. Der König erschrak, als er hörte, dass er seine liebsten Kinder selbst töten sollte. Doch dachte er an die große Treue und dass der Getreue Johannes für ihn gestorben war, zog sein Schwert und hieb mit eigener Hand den Kindern den Kopf ab. Und als er mit ihrem Blute den Stein bestrichen hatte, so kehrte das Leben zurück und der getreue Johannes stand wieder frisch und gesund vor ihm. Er sprach zum König, deine Treue soll nicht unbelohnt bleiben und nahm die Häupter der Kinder, setzte sie auf und bestrich die Wunde mit ihrem Blut. Davon wurden sie im Augenblick wieder heil, sprangen herum und spielten fort, als wäre ihnen nichts geschehen. Nun war der König voll Freude und als er die Königin kommen sah, versteckte er den getreuen Johannes und die beiden Kinder in einen großen Schrank. Wie sie hereintrat, sprach er zu ihr, hast du gebetet in der Kirche? Ja, antwortete sie, aber ich habe beständig an den treuen Johannes gedacht, dass er so unglücklich durch uns geworden ist. Da sprach er, Liebe Frau, wir können ihm das Leben wiedergeben, aber es kostet uns unsere beiden Söhnlein, die müssen wir opfern. Die Königin ward bleich und erschrak im Herzen, doch sprach sie, wir sind ihm schuldig wegen seiner großen Treue, da freute er sich, dass sie dachte, wie er gedacht hatte, ging hin und schloss den Schrank auf, holte die Kinder und den treuen Johannes heraus und sprach, Gott sei gelobt, er ist erlöst und unsere Söhnlein haben wir auch wieder und erzählte ihr, wie sich alles zugetragen hatte. Da lebten sie zusammen in Glückseligkeit bis an ihr Ende. Die eisernen Stiefel von Johann Wilhelm Wolf Ein König hatte ein großes Schloss, darin wohnte er mit seiner Frau. Sie waren aber gar nicht glücklich darin, denn sie hatten wohl Reichtümer genug, Dienstschaft die Menge und große Ställe voll Pferde, aber das Beste und Schönste fehlte ihnen. Sie hatten keine Kinder. Das machte ihnen ihr Leben recht bitter und das Herz oft so schwer, dass sie weinen mussten. Aber es schien ihnen noch viel mehr Trübsal und Leid bestimmt, denn eines Tages brach ein großes Feuer aus, welches das ganze Schloss verzehrte. Der König und die Königin kamen zwar mit dem Leben davon, aber von all ihren Schätzen und all ihrer Habe retteten sie nur eine eiserne Kiste voll Gold. Damit bauten sie das schöne Schloss wieder auf, aber die Freude währte nicht lange. Ein zweiter Brand verschlang das neue Schloss und es wurde nichts gerettet als die eiserne Kiste, die aber war leer. So war der König plötzlich so arm geworden wie der ärmste Mann in seinem Lande und noch ärmer, denn ein armer Mann kann wenigstens arbeiten und sich sein Brot verdienen. Das aber konnte der König nicht. Seine Diener und Hofherren waren im Nu wie fort geblasen, denn ins Königs Haus geht nicht viel Treue ein und aus und ein König kann noch viel eher sagen als unser eins. Der Freunde in der Not gehen hundert auf ein Lot. Da nahm er seine Frau an der Hand und die beiden gingen tief betrübt in den Wald. Da stand ein verlassenes Hirtenhäuschen. Dies bezogen sie und wirtschafteten darin wie geringe Leute. Der König trug selbst sein Brennholz nach Hause und die Königin machte selber Feuer an und kochte Suppe und Kartoffeln. Das war sehr ungewohnte Arbeit für sie. Darum wurde es ihnen anfangs recht sauer. Aber nach und nach ging's immer besser und sie hatten sich mit jedem Tage lieber. Viel lieber als da, wo sie noch auf dem Throne saßen und alles voll auf hatten. Eines Tages, als der König im Walde Holz fällte, trat ein fremder unbekannter Mann zu ihm. Der frug ihn, wie es ihm gehe. Nicht allzu gut, sprach der König. Es will immer noch nicht so recht vorwärts mit der Arbeit, sprach der Fremder. Ihr habt nicht nötig zu arbeiten, ihr könnt es besser haben, das liegt nur an euch. We meint ihr das? Wenn ihr mir schriftlich versprecht, was ihr nicht wisst, dann fülle ich euch eure eiserne Kiste mit Gold. Der König dachte, was ich nicht weiß, macht mir nicht heiß, und gab dem Fremden das Versprechen auf ein Stück Papier. Der aber lachte boshaft und sprach, dann lasse t Beil und Holz nur hier liegen und geht nach Hause. als der König nach Hause kam, sprang seine Frau ihm schon von weitem entgegen und rief, ein Glück kommt selten allein. Denke dir, die eiserne Kiste ist voll Gold und was wir uns seit Jahren schon gewünscht haben, unser größtes Glück, das sollen wir auch bekommen. Wie war der König da so froh? Er ließ als bald alle möglichen Handwerker kommen, Maurer und Zimmermann, Schlosser und Schreiner und es dauerte nicht lange, da stand an der Stelle des Hütchens das schönste Schloss von der Welt im Walde. Noch wohnte er keine drei Wochen darin, da erfüllte sich auch das andere Glück, denn die Königin genas eines schönen Söhnchens, so dass dem Könige nichts zu wünschen übrig Am folgenden Tage ließ sich ein fremder Mann bei dem König melden. Als derselbe hereintrat, begrüßte ihn der König mit vieler Freude und wollte ihm von seinem Glück erzählen. Aber der Fremde sprach, Ich weiß schon alles, dein Sohn ist ja das, was du mir versprochen hast, ohne es zu wissen. Sobald er fünfzehn Jahre alt ist, muss er in den Wald kommen, da wo ich dich gefunden habe, da will ich ihn holen und mit mir nehmen. Mit den Worten war der Fremde verschwunden, der König stand aber da, wie vom Donner gerührt. Da lagen nun alle seine Hoffnungen und viel lieber wäre er wiederum im Waldhäuschen gewesen, als in seinem großen und prächtigen Schloss, denn um den Preis hatte er seinen Sohn verkauft. In der ersten Zeit sagte er der Könige nichts davon. Als sie es aber später erfuhr, da weinte sie Tag und Nacht und wollte sich nicht trösten lassen. Der König suchte sie zu beruhigen und sagte, wer weiß, ob es nicht besser geht, als wir glauben. Es wird sich wohl ein Mittel finden, unser Kind zu retten. Warum sollen wir uns jetzt schon darüber quälen und uns alle Freude verbittern. Gott wird schon helfen, wenn wir das Unsrige tun. Eine Zeit lang schlugen diese Reden wenig an. Später aber wurde die Königin immer ruhiger und endlich ganz heiter, denn sie hatte Gott alles anheim gestellt. Als das Kind größer wurde, gaben es die Eltern einem frommen Priester zur Erziehung, dass er es in allem unterrichte, was ein Prinz wissen muss. Sie verschwiegen ihm zwar, was es mit dem Knaben für eine gefährliche Bewandtnis hatte, denn der König schämte sich zu sagen, dass er sich mit dem Teufel eingelassen habe und sich von ihm betrügen lassen, doch der Priester merkte es dem Kinde alsbald an, dass es dem Bösen verschrieben und verkauft war. Darum erzog er den Knaben vor allem in der Als der Knabe das vierzehnte Jahr erreicht hatte, sprach er zu ihm, Gehe zu deinen Eltern und frage sie, an welchem Tage du in dem Walde sein musst, da, wo dein Vater stand, als ihm der fremde Mann zuerst erschienen ist, und bringe mir Antwort um jeden Preis. Der Knabe ging in das Schloss und frug zuerst seine Mutter, dann seinen Vater, doch beide wollten es ihm nicht sagen, bis er sie bedrohte. Da gestand der König alles, wie es war, und dass er an seinem 15. Geburtstage auf der Waldwiese sein müsse. Getrost kehrte der Prinz zurück, denn er fürchtete sich vor nichts. Er blieb nun bei seinem Lehrer, dem er alles wieder erzählte, und während des ganzen Jahres war nicht einmal die Rede von dem Abenteuer, welches ihm bevorstand. Am Morgen seines 15. Geburtstages trat der Prinz zu dem Priester und sprach, ich komme, Abschied von euch zu nehmen und euch für alles zu danken, was ich hier gelernt habe. Mit Gottes Hilfe werde ich wohl des Teufels Meister werden. Das geht nicht so leicht, sagte der Priester. Wenn du mir aber folgen willst, kann es dir nicht fehlen. Er gab ihm einen Stab und unterrichtete ihn in allem, was er zu tun hatte, begleitete ihn noch bis zum Rande des Waldes und schied von ihm mit seinem Segen und vielen guten Wünschen. Der Prinz schritt wacker zu und kam bald an den Platz, wo er des Bösen warten sollte. Er schaute sich nach allen Seiten um, aber da war nichts zu hören noch zu sehen. Der Wald lag totenstill da, kein Vogelsang darin, nur manchmal raschelte ein Eichhörnchen durch die Zweige oder ein Reh lief scheu vorüber. Da fing ihm wohl das Herz an zu pochen, doch fasste er all seinen Mut zusammen und sang ein frisches frommes Lied. Da schallen plötzlich helle Töne wie von vieler Musik aus der Luft, Trommeln und Pfeifen, Hörner und Geigen. Er schaute empor, da fuhr ein Schiff durch die Luft daher und auf ihn zu. Darin saß eine Menge von Teufeln, die musizierten und sangen und schrien dazwischen Die Zeit und Stunde die ist aus, Ferdinand, Ferdinand, komm herauf! Dabei streckten sie die Klauen nach ihm aus, um ihn zu greifen, aber er nicht faul schlug ihnen mit dem Stabe drauf, da heulten sie ganz erbärmlich und fuhren weiter, als ob ein Gewitter hinter ihnen drein gewesen wäre. Der Prinz atmete frisch auf, doch nicht lange, denn da kam ein zweites Schiff gefahren, darin saßen noch viel ärgere und größere Teufel als in dem Ersten. Sie machten eine so durchdringende Musik, dass er sich fast die Ohren zuhalten musste und schrien, die Zeit und Stunde die ist aus, Ferdinand, Ferdinand, komm herauf! griffen auch mit ihren Klauen und Krallen nach ihm. Er teilte ihnen aber so gründlich Schläge aus, dass sie heulend zurück fuhren und das Schiff schoss weiter, wie ein jetzt war des Prinzen Mut gewachsen, denn da er die zwei Schiffe voll Teufel bestanden hatte, meinte er auch das dritte noch bestehen zu können, wenn ja ein solches noch kommen sollte. Nun kam zwar kein Schiff weiter, doch sein Mut litt eine noch härtere Probe. Es fuhr nämlich ein goldener Wagen heran, der mit feurigen Pferden bespannt war. Daraus erscholl eine so Ferdinand seiner Besinnung nur schwer Meister blieb. Wie in den Schiffen, so saßen auch in dem Wagen Teufel die Menge, zu oberst aber der Alt Teufel. Der lehnte sich weit aus dem Wagen heraus und rief mit gräulicher Stimme Die Zeit und die Stunde die ist aus. Ferdinand, Ferdinand, komm herauf! Dabei hielt er dem Prinzen das Papier vor, Ferdinand nahm aber all seine Kraft zusammen und schlug den Alt Teufel, als derselbe nach ihm greifen wollte, mit dem Stabe tüchtig auf seine Pfote. Da ließ er die Handschrift fallen und schrie, dass der ganze Wald wieder halte. Die Pferde schnaubten Feuer und der Wagen zischte durch die Luft dahin, schneller wie der Blitz. Nun stand Ferdinand allein im Walde da, aber sein Herz war leicht und fröhlich und auch der Wald wurde jetzt lebendig. Wie nach einem schweren Gewitter, so kamen die Vöglein alle Orten hervor und sangen und jubilierten. Die Hirsche und Rehe sprangen munter daher, als hätten sie gar keine Scheu vor ihm und das Bächlein hüpfte frisch über die weißen Kiese. Der Prinz eilte zu seinem Erwartete und sich gar sehr freute, ihn wiederzusehen. Du bist zu großen und schönen Dingen berufen, sprach der Priester da. Darum kannst du nicht länger bei mir bleiben und musst nun fort in die Welt. Der Prinz erwiderte, Nun ich mit dem Teufel fertig geworden bin, habe ich eine wahre Sehnsucht in mir nach dem Himmelreich. Darum bitte ich euch, dass ihr mir ferner helft und saget, wie ich dahin gelangen kann. Davon kann ich dir wenig sagen, sprach der Priester. Gehe aber im Walde fort, bis du an das große Wasser kommst, welches jenseits desselben liegt. Da wohnt ein Einsiedel, der kann dir mehr davon sagen wie ich. Da nahm Ferdinand Abschied von dem Priester und wanderte in den Wald hinein. Er hatte schon manchen Schritt und Tritt getan, da wurde es eines Tages lichter und immer lichter. Der Wald öffnete sich vor ihm und er kam an ein großes Wasser, dessen Ende er gar nicht absehen konnte. Am Ufer lag ein Häuschen von Holz und Moos mit einem Kreuzchen darauf. Da klopfte er an. Die Tür ging auf und der Einsiedel mit seinem langen grauen Bart und der braun Kutte trat heraus. Der Prinz grüßte ihn bescheidentlich und fragte ihn, könnt ihr mir sagen, wie ich den Weg zum Himmelreich finde? Der Einsiedel antwortete, ich kann dir das nicht sagen. Ich wohne schon dreihundert Jahre hier und sah in all der Zeit keinen Menschen. Aber mein Bruder weiß es wohl, der wohnt dreihundert Meilen von hier, jenseits des Wassers. Wenn du ihn fragen willst, wird er es dir sagen. Wie soll ich aber über das Wasser kommen? fragte der Prinz weiter und der Einsiedel ging mit ihm zum Ufer, wo ein Kahn lag und sprach, setze dich hinein und du wirst den Weg bald gemacht haben. Ferdinand dankte dem frommen Manne, setzte sich in den Kahn und sogleich begann die Reise. Der Kahn schoss leicht und schnell über die Wellen daher, als ob sechs Ruderer gerudert hätten und der Wind in volle Segel geblasen hätte. Ehe er er sich versah, war der Prinz am anderen Ufer und sprang aus dem Kahn ans Land. Er schritt heitern gemütes weiter, bis er abermals an ein großes Wasser kam. Da stand am Ufer wiederum ein Häuschen von Holz und Moos mit einem Kreuzchen darauf und drinnen saß der Einsiedel mit weißem Bart und brauner Kutte und las in einem großen Buch. Vor ihm stand ein Totenkopf und sein Wasserkrüglein. Ferdinand grüßte ihn und fragte, Könnt ihr mir nicht sagen, wie ich den Weg ins Himmelreich finde? Der Einsiedel antwortete, Ich kann es dir nicht sagen, ich wohne schon 300 Jahre hier und habe in der Zeit keinen Menschen gesehen, aber mein Bruder, der jenseits des Wassers wohnt, ist älter und klüger als ich, der kann es dir wohl sagen, wenn du ihn fragen willst. Wie soll ich aber über das Wasser kommen? frug der Prinz. Dazu will ich dir helfen, sprach der Einsiedel und ging mit ihm zum Ufer, wo ein Kahn lag. Setze dich nur in diesen Kahn und du wirst bald dort sein. Ferdinand dankte ihm, stieg in den Kahn und fort ging's wie der Wind. Bald landete der Kahn und er sprang ans Land. In der Ferne sah er schon das Haus des dritten Einsiedels, Es war aber viel höher und größer wie das der beiden anderen. Der Prinz trat zu der Tür und klopfte. Da kam der Einsiedel heraus. Ferdinand grüßte ihn bescheidentlich und fragte, könnt ihr mir nicht sagen, wie ich den Weg zum Himmelreich finde? Der Einsiedel sprach, ich wohne bereits seit 300 Jahren hier, aber noch hat mich keiner nach dem Himmelreich gefragt. Ich kann es dir nicht sagen, aber droben im anderen Stock des Hauses wohnen allerlei Vögel, die können es dir jedenfalls sagen. Der Prinz dankte dem Einsiedel für seinen Rat, stieg in den obern Stock, wo die Vögel waren und frug sie, wisset ihr nicht, wie ich den Weg ins Himmelreich finde? Da schrien alle die Vögel durcheinander. Wir wissen es nicht, der Vogelgreif ist ausgeflogen, wenn der wiederkommt, kann er es dir sagen, er ist eben im himmlischen Paradies. Es dauerte dem Prinzen gar lange, bis der Vogelgreif kam, auch war da ein Lärm und Geschrei von den Vögeln, dass er sich die Ohren zuhalten musste. Endlich schrien sie, da kommt er, da kommt er. Der Prinz trat ans Fenster und sah, wie von fern her eine große Wolke heranflog. Als sie näher kam, wurde sie immer größer und dabei rauschte es wie ein starker Wind. Das war der Vogelgreif, er flog auf das Haus zu und ließ sich vor dem selben nieder. Ferdinand trat zu ihm und frug, Kannst du mir sagen, wie ich in das Himmelreich komme? Sagen kann ich es dir wohl, Aber das Sagen allein hilft dir nichts, denn du kannst weder zu Wasser noch zu Lande hinein. Ich will dir aber helfen und dich hineintragen. Ferdinand wollte ihm danken, aber ehe er noch sprechen konnte, fasste der Greif ihn schon mit seinen ungeheuren Klauen und flog mit ihm auf, immer höher und höher, bis er ihn im Himmelreich niedersetzte. Der Prinz schaute sich erfreut um. Er stand in einem herrlichen Garten, voll der prächtigsten Blumen und Bäume. In der Mitte erhob sich ein hohes stolzes Schloss, das leuchtete in der Sonne wie von purem Gold. Vor dem Schloss lag ein großer, großer Teich und in dem Teich eine große, furchtbare Schlange. Die hätte manchen anderen in Furcht und Schrecken versetzt, der Prinz aber hatte längst verlernt, was es heiße Furcht haben. Er ging keck auf den Teich los und betrachtete sie. Da hob sie ihr Haupt aus dem Wasser empor, sah ihn mit mit klugen und und sprach Ferdinand ich habe schon lange auf dich gehofft und geharrt denn du sollst mich erlösen und kein anderer kann es als du allein. Der Prinz fragte »Wie soll ich dies denn anfangen?« Die Schlange antwortete »Du musst drei Nächte im Schloss schlafen. Da wird dir allerhand begegnen, aber du darfst dir nichts anfechten lassen, was auch komme. Bestehst du diese Zeit, dann bin ich erlöst und wir sind beide glücklich, du und ich.« Der Prinz versprach ihr gerne das Beste, denn er dachte, wenn er so viel ausgehalten habe, dann könne er auch noch die drei Nächte aushalten. Da gab ihm die Schlange noch allerlei Ratschläge, wie er sich zu verhalten habe. Dann tauchte sie ihr Haupt nieder unter das Wasser und war verschwunden. Ferdinand ging in dem Garten umher, die wunderbaren Bäume und Blumen zu beschauen und betrat zuletzt auch das Schloss. Da stand ein reich gedeckter Tisch im schönsten Saale, den man mit Augen sehen kann. Er setzte sich hinzu und ließ es sich wohl schmecken und je mehr er aß und trank, umso mehr neue und köstlichere Speisen wurden von unsichtbaren Händen herbeigetragen. Gegen Abend legte er sich zu Bette, aber er konnte nicht schlafen, denn er war allzu neugierig, was wohl in der Nacht vorgehen werde. Gegen zwölf Uhr fuhr die Tür auf und eine große Gesellschaft von prächtig gekleideten Herren und Frauen kam herein. Viele Diener mit Kerzen gingen ihn zur Seite und hinterher kam eine zahlreiche Bande von Musikanten, welche lustige Tänze spielten. Hey, war das ein Leben! Ferdinand sah ihnen verwundert zu, wie sie tanzten und sprangen, aber er hütete sich wohl, mit ihnen herumzuspringen. Da kamen sie alle nach der Reihe an sein Bett und luden ihn ein, mitzutanzen und sich mit ihnen zu freuen. Aber er tat, als höre und sehe er nichts und blieb unbeweglich da liegen, wie ein Stock. Das dauerte sofort, bis die Glocke eins schlug, da verschwand der ganze Spuk. Zugleich ringelte sich die große Schlange herein und sprach, Ferdinand, mein Erlöser, eine Nacht hast du ausgehalten und zwei stehen dir noch bevor. Fürchte dich aber nicht, es geschieht dir nichts und niemand kann dir am Leben schaden. In der zweiten Nacht hatte es wiederum kaum zwölf geschlagen, als dieselbe Gesellschaft mit Dienern und Musikanten in das Zimmer trat und ihre Tänze begann. Sie kamen an sein Bett und riefen, er solle herauskommen und mit ihnen tanzen, doch er blieb liegen und hörte nicht auf sie. Da drohten sie lieb, zerrten sie ihn heraus, schlugen ihn und traten ihn mit Füßen, doch er ließ es sich ruhig gefallen und das wurde ihm nicht schwer, denn er fühlte nichts davon. Also ging es fort, bis es einschlug, da verschwand die ganze Sippschaft. Die Schlange kam wieder herein und sprach Ferdinand Erlöser, zwei Nächte hast du glücklich ausgehalten und eine steht dir die härteste von allen. Fürchte dich aber nicht, es geschieht dir nichts und niemand kann dir am Leben schaden. Der Prinz erwartete mutig in der dritten Nacht die zwölfte Stunde. Als es schlug, erschien auch das gespenstische Volk wieder und begann seine alten Streicher. Zuerst tanzte es allein, dann wollte es ihn verlocken mitzutanzen. Als er standhaft blieb und sich nicht rührte, da rissen sie ihn aus dem Bette heraus und schlugen ihn. Und als auch das nicht helfen wollte, da schnitten sie ihn in Stücke und tanzten darauf im Zimmer herum, bis es einschlug. Da verstorben sie wie ein Rauch. Zugleich öffnete sich aber die Tür und herein kam nicht die Schlange, sondern die allerschönste Königstochter. die ging im Zimmer umher, las die Stücke zusammen und fügte sie aneinander. Als das letzte Stückchen dabei war, da sprang der Prinz auf und war so frisch und gesund wie vorher und schaute die Königstochter mit erstaunten Augen an. Da sprach sie Ferdinand mein Erlöser jetzt hast du dein Werk vollbracht und ich bin dein auf ewig wir bleiben nun beisammen und du hast alles was dein Herz begehrt. Da umarmte sie der Prinz und küsste sie und beide waren froh und glückselig. Sie führte ihn in dem ganzen Schloss umher und da wimmelte es von Bedienten und Hofherren überall war ein neues Leben eingekehrt. Nachdem sie ihm das Schloss gezeigt hatte führte sie ihn auch in den wunderherrlichen Garten wo jetzt alles noch viel schöner als vorher stand. Nur an einem kleinen Gartenhäuschen ging sie vorüber und schloss es nicht auf. Da frug der Prinz was in dem Häuschen sei aber sie sprach da frage nicht und schließe es nicht auf wenn du dies tust ist es dein Unglück. Da drang er nicht weiter in sie und versprach ihr er wolle nie hineinschauen. Eine Zeit lang lebte der Prinz mit der schönen Königstochter in Glück und Freude. Nach und nach aber musste er stets wenn er in dem Garten war auf das Gartenhäuschen schauen und er wurde mit jedem Tag neugieriger zu wissen was wohl darin sein möge er sagte der Königstochter nichts davon denn er schämte sich ihr wieder davon anzufangen nachdem er ihr doch das Versprechen gegeben hatte nicht hineinschauen zu wollen wenn er allein im Garten war ging er um das Häuschen herum ob er eine Ritze fände durch die er hineingucken könnte aber die Fenster und die Türe waren ganz dicht zuletzt aber konnte er seine Neugier trat hinzu und schloss kurz und gut die Türe auf da sah er tief tief hinab und unter sich die Welt auf der Welt aber seines Vaters schloss als bald überfiel ihn ein schmerzliches Heimweh und er musste immer denken ach wäre ich doch nur einmal wieder zu hause sähe ich meine Eltern doch nur einmal wieder anfangs ließ er sich nichts davon merken denn er schämte sich sein Versprechen gebrochen zu haben aber er wurde von Tag zu Tage stiller und betrübter da bat ihn seine Frau eines morgens er solle ihr doch sagen was ihm fehler und sofort wolle sie es ihm gewähren ich ich möchte Hüte dich jedoch, es ohne Not zu tun, denn dann würdest du mein und dein Unglück vollenden und uns beide in bitteres Leid bringen.« Der Prinz versprach ihr in seiner Freude alles, was sie wollte, und wie bald er wieder zurückkehren werde. Dann nahm er Abschied von ihr, setzte sich in seinen prächtigen Wagen mit sechs Schimmeln bespannt und fuhr hinab zur Erde und geraden Wegs nach seines Vaters Schloss. Ach, da fand er unterdessen gar vieles verändert. Seine liebe Mutter war gestorben, und sein Vater hatte eine andere Frau genommen, welche noch sehr jung und dabei überaus schön war. Der alte König war überallermaßen glücklich, als er seinen Sohn nach so langer Zeit wieder sah und veranstaltete ein Fest über das andere, zur Feier seiner Rückkehr. Als nun alle Gäste bei Tische saßen und die junge Königin gar so schön in ihrem Schmuck glänzte, Da sprach der König, »Du bist nun viel in der Welt herumgekommen und hast manche schöne Frau gesehen. Gib aber einmal der Wahrheit die Ehre und sage mir, ob du je ein so schönes Weib gesehen hast wie meine Gemahlin.« Der Prinz sprach, »Deren gibt es wohl weniger, aber ich weiß doch eine, welche noch tausendmal schöner ist.« »Das ist nicht möglich«, rief der König, »und das glaubt dir kein Mensch, bevor er sie sieht. Ich möchte aber wissen, wo sie denn zu finden wäre.« »Das will ich dir sagen«, sprach der Prinz, »es ist meine Frau, und die hat ihresgleichen nicht, und neben ihr kann keine andere aufkommen.« Das ärgerte den König, und er bestand darauf, es sei unmöglich, und wenn es wahr wäre, dann hätte Ferdinand sie wohl mitgebracht. Also stritten sie und erhitzten sich immer mehr, bis der Prinz rief, »Nun so muss sie herbei und mag es gehen, wie es will. Katharina Magdalena!« Da trat die wunderschöne Frau herein, und alle verstummten, weil sie so überschön war, dass ihr nichts verglichen werden konnte. Aber sie sah gar blass und traurig aus. Sie kam schweigend an den Tisch und schrieb mit ihrem feinen, schneeweißen Finger darauf. Das gab goldene Buchstaben und lautete also, »Es ist dir unmöglich, ein paar eiserne Stiefel zu zerreißen und ebenso unmöglich, wieder ins himmlische Paradies zu reisen.« Und als sie das geschrieben hatte, seufzte sie tief auf und verschwand. Der Prinz war schon erschrocken, als sie so blass und traurig hereintrat, und seine Schuld lag ihm schon in dem Augenblick schwer auf dem Herzen. Jetzt aber, wo er sah, dass er durch seinen Leichtsinn sein ganzes Glück verscherzt und seine liebe Frau verloren hatte, war er ganz trostlos. Er fasste sich aber bald einen Mut und sprach zu sich selber, »Was ich verbrochen habe, dafür will ich auch Buße tun« und ging aus dem Saal, ohne einem der Gäste Lebewohl zu sagen. Diese waren alle so sehr von der Erscheinung getroffen, dass ihnen die Lust zum Essen und Trinken ganz vergangen war und einer nach dem anderen sich leise fortschlich. Ferdinand ging aber zu einem Schmied. Der musste ihm ein paar eiserne Stiefel an die Füße schmieden. Damit wanderte er in die weite Welt hinaus. Jahr aus, Jahr ein zog er also herum, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt und gönnte sich kaum die allernötigste Ruhe. Da war ihm kein Sommer zu heiß und kein Winter zu kalt, kein Berg zu steil und kein Weg zu schlecht. Er wanderte immer und immer zu und war da kein Halt an ihm. Als nun einmal nach einem gar harten und kalten Winter, worin er viel Mühsal ausgestanden hatte, der liebe Gott die große warme Stube wieder aufschloss, schaute er eines Morgens nach seiner Gewohnheit nach den Stiefeln, ob er sie nicht bald zu Schanden gelaufen habe. Da sah er, dass die Sohlen so dünn waren, dass sie keine acht Tage mehr halten konnten. Das war die erste frohe Stunde, welche er seit vielen Jahren wieder hatte, und er dankte Gott auf seinen Knien dafür. Sein erster Weg war nach dem Walde zu, an dessen Ende der Einsiedel am großen Wasser wohnte. Er bat ihn, dass er ihm nur einmal noch den Kahn gebe, der ihn über das große Wasser trüge, und der gute Einsiedel führte ihn zum Ufer und hieß ihn einsteigen. Ebenso schnell wie das erste Mal war er am anderen Ufer. Der zweite Einsiedel half ihm dort in den anderen Kahn. Also kam er zu dem dritten Einsiedel, welcher ihn zu den Vögeln schickte. Es dauerte nicht lange, da flog der Greif wieder heran, und Ferdinand bat ihn flehentlich, er möge ihn noch einmal in das Himmelreich tragen. Da fasste der Greif ihn mit seinen starken Klauen, und er hob sich in die Luft und flog immer höher und höher, bis er den Prinzen in dem wunderschönen Paradiesgarten niedersetzte. Unterwegs frug Ferdinand, wie es der schönen Prinzessin ergehe. Da sprach der Greif, Seitdem du fort warst, ist sie sehr traurig gewesen, nun aber feiert sie ihre Hochzeit mit ihrem neuen Gemahl. Das schnitt dem armen Prinzen durch das Herz, und er bat den Greif, doch nur schnell zu fliegen, bevor die Prinzessin mit ihrem neuen Gemahl in ihre Kammer ghehe. Als der Prinz an das Schloss kam, da erscholl ihm herrliche Musik entgegen, und alles war Freude und Lust. Leise schlich er durch das Tor und die Treppen hinan zu der Kammertür seiner lieben Frau. Da zog er seine jetzt ganz zerrissenen Stiefel aus und stellte sie hin. An die Türe schrieb er, Es ist möglich, ein paar eiserne Stiefel zu zerreißen, und es ist auch möglich, ins himmlische Paradies zu reisen. Er selber aber stellte sich nebenan in eine dunkle Ecke. Abends, als die Königstochter mit ihrem neuen Gemahl in ihre Kammer eingehen wollte, stieß sie an die eisernen Stiefel. Da erschrak sie freudig, aber noch mehr, als sie das Haupt erhob und auf der Tür las, was der Prinz geschrieben hatte. Sie erkannte daraus, dass ihr geliebter Ferdinand wieder zurückgekehrt sei, hieß ihren neuen Gemahl auf den anderen Abend warten und ging allein in ihre Kammer. Wie war der Prinz so glücklich, als er sie in ihrer ganzen Schönheit wieder sah und nun wusste, dass sie ihn noch lieber habe als ihren neuen Gemahl. Er regte sich aber nicht in seiner Ecke, bis sie in ihrem Zimmer war. Dann ging er und offenbarte sich den Bedienten, befahl ihnen jedoch, keinem Menschen etwas von seiner Rückkehr zu sagen. Er wurde nun in seine prächtige Kammer geführt, wo er die Nacht blieb. Er schlief aber nicht vor lauter Freude. Am folgenden Tage wurde auf Befehl der Prinzessin ein herrliches Mahl bereitet und alle Hochzeitsgäste dazugeladen. Als nun die Speisen aufgetragen waren, erhob sich die Prinzessin und sprach, Ich habe eine eiserne Kiste, worin ich meine Perlen und Edelsteine verschlossen halte. Durch Unvorsichtigkeit verlor ich den Schlüssel dazu. Ich suchte lange vergebens danach. Als ich ihn nicht finden konnte, ließ ich den Schlosser kommen und bestellte einen neuen Schlüssel. Nun habe ich glücklicherweise den alten Schlüssel wiedergefunden und möchte euren Rat hören, welchen der beiden ich nehmen soll, den alten oder den neuen. Natürlich den alten, riefen alle Gäste einstimmig. Da öffnete sich die Türe und der Prinz trat in den Saal und alle Gäste eilten ihm entgegen, ihn willkommen zu heißen. Nur der neue Bräutigam nicht. Der schlich sich leise fort und niemand hörte noch sah jemals wieder etwas von ihm. Zuerst vor allen aber flog die Prinzessin ihrem geliebten Gemahl an die Brust und ein glücklicheres Paar mag wohl nie gewesen sein, als die beiden waren. Der Reisekamerad von Hans Christian Andersen Der arme Johannes war tief betrübt, denn sein Vater war sterbenskrank. Außer den beiden befand sich niemand in der kleinen Stube. Die Lampe auf dem Tische war am verlöschen und es war spät in der Nacht. Du warst immer ein guter Sohn, Johannes, sagte der kranke Vater. Und der liebe Gott wird dich nicht verlassen. Noch einmal heftete er seine ernsten, milden Augen auf das geliebte Kind, atmete tief auf und war tot. Es war, als ob er sanft schliefe. Aber Johannes weinte bitterlich, denn nun hatte er niemand mehr auf der Welt, weder Vater noch Mutter, weder Schwester noch Bruder. Der arme Johannes. Vor dem Bette lag er auf den Knien, küßte die Hand des toten Vaters und vergoss heiße Tränen, bis sich endlich seine Augen schlossen und er, den Kopf auf den harten Bettpfosten aufgestützt, einschlief. Da hatte er einen merkwürdigen Traum. Sonne und Mond verneigten sich vor ihm und er sah seinen Vater wieder frisch und gesund vor sich. Er hörte ihn lachen, wie er immer zu lachen pflegte, wenn er so recht vergnügt war. Ein wunderschönes Mädchen mit einer goldenen Krone auf dem langen, prächtigen Haar reichte Johannes die Hand und sein Vater sagte, siehst du, welch eine Braut du bekommen hast? Sie ist die schönste auf der ganzen Welt. Darauf erwachte Johannes und da war der Traum verschwunden. Sein Vater lag tot und kalt im Bette und niemand war bei ihm. Der arme Johannes. Einige Tage später wurde der Tote begraben. Johannes ging dicht hinter dem Sarge. Ach, nun konnte er den guten Vater, den er so innig lieb gehabt hatte, nicht mehr von Angesicht zu Angesicht sehen. Er hörte, wie man die Erdscheuen auf den Sarg hinunterwarf, sah dann nur noch den äußersten Rand, den die nächste Schaufel Erde, die hinuntergeworfen wurde, auch vollends bedeckte. Und nun war es ihm, als sollte ihm das Herz brechen. Darauf wurde ein Choral gesungen und der klang so schön, dass Johannes die Tränen in die Augen traten. Er weinte und das tat ihm wohl. Die Sonne schien hell und freundlich durch die Zweige der grünen Bäume, als ob sie sagen wollte, du musst nicht so traurig sein, Johannes, sieh nur, wie schön blau der Himmel ist. Dort oben ist jetzt dein Vater und bittet den lieben Gott, dass es dir in Zukunft recht gut gehen möge. Ja, ich will immer gut sein, sagte Johannes. Dann komme ich einst auch zu meinem Vater in den Himmel und welch eine Freude wird es sein, wenn wir einander wiedersehen. Wie viel werde ich ihm da zu erzählen haben und was wird er mir dann alles zeigen? Und wie wird er mich über die Herrlichkeit des Himmels belehren, gerade wie er mich hier auf Erden belehrte? Oh, welch eine Freude wird das sein! Johannes stellte sich das so deutlich vor, dass er unwillkürlich lächelte, während ihm die Tränen noch über die Wangen hinabliefen. Droben in den Kastanienbäumen saßen die kleinen Vögel und zwitscherten. Sie waren munter und froh, obgleich sie den Begräbnisse auch anwohnten. Aber sie wussten wohl, dass der tote Mann jetzt droben im Himmel war, dass er Flügel hatte, viel schönere und größere als ihre eigenen, dass er nun selig war, weil er hier nieden gut gewesen und darüber waren sie fröhlich. Johannes sah, wie sie von den grünen Bäumen fort und weit hinaus in die Welt flogen und da wünschte er, mit ihnen fortfliegen zu können. Aber zuerst verfertigte er nun ein großes, hölzernes Kreuz, um es auf das Grab seines Vaters zu setzen. Als er es am Abend dahin brachte, siehe, da war das Grab hübsch mit Sand bedeckt und mit Blumen geschmückt. Das hatten fremde Leute getan, die alle seinen Vater, der nun tot war, geachtet und geliebt hatten. Am nächsten Morgen in aller Frühe packte Johannes seine wenigen Habseligkeiten in ein Bündel zusammen. Sein ganzes Erbteil, das aus fünfzig Talern und einigen Groschen bestand, verwahrte er in seinem Gürtel und nun wollte er in die weite Welt hinausziehen. Aber zuvor ging er nach dem Kirchhofe zum Grabe seines Vaters, betete dort ein Vaterunser und sagte, Lebe wohl, mein geliebter Vater, ich will immer ein guter Mensch bleiben. Bitte den lieben Gott für mich, dass er mir helfe und es mir gut gehe. Draußen auf dem Felder glänzten die Blumen frisch und lieblich im warmen Sonnenscheine. Sie nickten im Winter, gerade als ob sie sagen wollten, Willkommen im Grünen, ist es hier nicht schön? Aber Johannes wandte sich noch einmal um und warf einen letzten Blick auf die alte Kirche, wo er als kleines Kind getauft worden und wo er jeden Sonntag mit seinem alten Vater gewesen war und mit in den Gesang eingestimmt hatte. Da gewahrte er plötzlich, hoch oben in einem der Schalllöcher des Turms, den Kirchengeist mit seiner spitzigen, roten Mütze, der sein Gesicht mit dem gekrümmten Arm beschattete, weil ihm sonst die Sonne in die Augen geschienen hätte. Johannes nickte ihm zum Abschiede zu. Da schwang der Geist seine rote Mütze, legte die Hand aufs Herz und warf ihm wiederholte Kusshände zu, um ihm damit anzudeuten, dass er ihm eine recht glückliche Reise wünsche. Während nun Johannes daran dachte, wie viel Schönes er in der großen, prächtigen Welt zu sehen bekommen würde, ging er weiter und immer weiter fort, so weit, wie er noch niemals gewesen war. Er kannte weder die Städte, durch die er kam, noch die Menschen, denen er begegnete. Jetzt war er wirklich ganz in der Fremde. Die erste Nacht verbrachte Johannes unter Gottes freiem Himmel. Er legte sich auf einen Heuschober. Ein anderes Obdach hatte er nicht. Aber das gefiel ihm gerade und er meinte, kein König könne es feiner haben als er. Die Wiese mit dem Bache, der Heuschober und der blaue Himmel darüber, das sei gerade ein hübsches Schlafzimmer. Das grüne Gras mit den roten und weißen Blumen war der Fußteppich. Die Holunderstauden mit ihren Blüten und die wilden Rosenhecken waren Blumensträußer. Und als Waschbecken hatte er den ganzen Bach mit dem klaren, frischen Wasser vor sich, wo die Binsen auf- und abschwankten und ihm gute Nacht und guten Morgen wünschten. Der Mond war eine riesengroße Nachtlampe, die hoch da droben von einer blauen Decke herabhing, bei der die Vorhänge nicht Gefahr liefen, in Brand zu geraten. Johannes konnte ganz unbesorgt schlafen und das tat er auch. Er erwachte erst, als die Sonne aufging und alle die Vöglein rund umher zwitscherten und ihm zuriefen, Guten Morgen, guten Morgen! Bist du noch nicht auf? Die Kirchenglocken begannen zu läuten. Es war Sonntag. Die Leute gingen zum Gottesdienst. Johannes folgte ihnen und hörte andächtig Gottes Wort mit an. Da war es ihm gerade, als sitze er in seiner Heimat, in seiner eigenen Kirche, wo er getauft worden war und so oft mit seinem Vater die Lieder mitgesungen hatte. Vor der Kirche auf dem Friedhofe war eine Menge Gräber und auf mehreren wuchs hohes Gras. Da dachte Johannes an das Grab seines Vaters, das vielleicht auch einmal so aussehen würde wie dieser, da er es ja nicht selbst säubern und schmücken konnte. Deshalb begann er hier, das Gras und das Unkraut auszureißen, richtete dann die umgesunkenen Holzkreuze wieder auf und legte die Kränze, die der Wind von den Gräbern fortgeweht hatte, wieder auf ihren Platz, in dem er dachte, vielleicht tut jemand dasselbe an meines Vaters Grab, da ich es nicht selbst tun kann. Vor der Kirchhoftüre stand, auf seine Krücke gestützt, ein alter Bettler. Johannes gab ihm die paar Groschen, die er hatte, und zog dann glücklich und fröhlich weiter, hinaus in die weite Welt. Gegen Abend zog ein schreckliches Gewitter herauf, und Johannes beflügelte seine Schritte, um so rasch als möglich ein Obdach zu erreichen. Allein bald wurde es stockfinster, und er konnte fast nicht mehr weiter. Endlich kam er an eine kleine, ganz einsam auf einem Hügel liegende Kirche. Die Türe war glücklicherweise nur angelehnt, und rasch schlüpfte er hinein. Hier wollte er das böse Wetter abwarten. Ich will mich in einen Winkel setzen, sagte er, denn ich bin todmüder, und ein wenig Ruhe wird mir guttun. Darauf setzte er sich nieder, faltete seine Hände, sprach sein Abendgebet, und bald schlief er fest, während es draußen donnerte und blitzte. Plötzlich erwachte er. Das Gewitter hatte sich verzogen, und der Mond schien hell durch das Fenster herein. Siehe, da stand mitten in der Kirche ein offener Sarg mit einem toten Mann. Aber Johannes hatte ein gutes Gewissen und fürchtete sich nicht. Auch wusste er wohl, dass die Toten niemand etwas zu Leide tun. Die lebenden bösen Menschen sind es, die uns Schlimmes zufügen. Und gerade von dieser Art von Menschen standen zwei neben dem toten Manne, den man vor seiner Beerdigung hier in der Kirche aufgebahrt hatte. Sie wollten ihm ein rechtes Leid zufügen, ihn nicht in seinem Sarge liegen lassen, sondern ihn zur Kirche hinauswerfen, den armen toten Mann. Warum wollt ihr das tun? Fragte Johannes. Das ist böse und schlecht. Lasst ihn doch in Jesu Namen ruhen. Pah, sagten die beiden gräulichen Menschen. Er hat uns betrogen. Er war uns Geld schuldig und konnte es nicht zurückzahlen. Nun ist er auch noch gestorben und wir bekommen keinen Heller. Deshalb wollen wir uns rächen. Draußen vor der Kirche soll er wie ein Hund liegen. Ich habe nicht mehr als fünfzig Taler, sagte Johannes. Das ist mein ganzes Erbteil, aber wenn ihr mir ehrlich versprechet, dass ihr den Toten dann in Ruhe lassen wollt, will ich es euch gerne geben. Ich werde wohl auch ohne das Geld durchkommen, denn ich habe gesunde, starke Glieder und der liebe Gott wird mich nicht verlassen. Ja, sagten die hässlichen Menschen. Wenn du auf diese Weise seine Schuld bezahlen willst, dann werden wir ihm gewiss nichts tun. Darauf kannst du dich verlassen. Als dann nahmen sie das Geld, das Johannes ihnen gab, lachten ihn wegen seiner Gutmütigkeit und sie tüchtig aus und gingen ihrer Wege. Johannes aber legte den Toten in seinem Sarge wieder zurecht, faltete dessen Hände über der Brust, sagte ihm lebewohl und ging dann mit getrosten Muts und zufriedenem Sinne weiter durch einen großen Wald. Ringsumher, wo nur immer der Mond durch die Bäume hereinscheinen konnte, sah er liebliche kleine Elfen lustig miteinander spielen. Sie ließen sich durch ihn auch gar nicht stören, denn sie wussten wohl, dass er ein guter, unschuldiger Mensch war. Denn die Bösen sind es, die die Elfen nicht zu sehen bekommen. Einige von ihnen waren nicht größer als ein Finger und hatten ihr langes, blondes Haar mit goldenen Kämmen aufgesteckt. Zu zwei und zwei schaukelten sie sich auf den großen Tautropfen, die auf den Blättern und dem Grase lagen. Bisweilen rollte ein Tropfen hinab und blieb zwischen den langen Grashalmen hängen und dann erhob sich stets lautes Gelächter und Lärmen unter dem kleinen Völkchen. Das war gar zu possierlich. Sie sangen auch im Chore und da erkannte Johannes ganz deutlich all die schönen Melodien, die er als Knabe gelernt hatte. Große, bunte Spinnen mit silbernen Kronen auf dem Haupte mussten von der einen Hecke zu anderen lange Hängebrücken und Paläste spinnen, die, sobald der feine Tau darauf fiel, im klaren Mondscheine wie schimmerndes Glas aussahen. So ging es bis zum Sonnenaufgang ununterbrochen fort. Dann verkrochen sich die kleinen Elfen in die Blumenknospen und der Wind riss die Brücken und Schlösser mit fort, dass sie wie große Spinnweben durch die Luft flogen. Als Johannes am Ende des Waldes angekommen war, hörte er hinter sich eine laute Männerstimme, die ihm zurief, Holla, Kamerad, wohin geht die Reise? Hinaus in die weite Welt, antwortete Johannes. Ich habe weder Vater noch Mutter mehr und bin ein armer Bursche, aber der liebe Gott wird mich nicht verlassen. Auch ich will in die weite Welt hinaus, sagte der fremde Mann. Wollen wir nicht zusammenreisen? Ja, gerne, erwiderte Johannes. Und so gingen sie miteinander weiter. Sie befreundeten sich auch recht bald, denn sie waren alle beide gute Menschen. Allein Johannes merkte wohl, dass der Fremde viel klüger war als er. Er war fast in der ganzen Welt herumgekommen und wusste von allem Möglichen zu erzählen. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sie sich unter einem Baum niederließen, um ihr Frühstück zu verzehren. Da kam plötzlich eine steinalte, gebeugte Frau des Wegs daher. Sie stützte sich auf einen Krückstock und auf dem Rücken trug sie ein Bündel Brennholz, das sie eben im Walde gesammelt hatte. Ihre Schürze war aufgesteckt und Johannes bemerkte, dass drei große Ruten aus Farnkraut und Weidenreisern daraus hervorragten. Dicht vor ihnen glitt jedoch die Alte aus. Sie fiel zu Boden und stieß einen lauten Schrei aus, denn die Ärmste hatte das Bein gebrochen. Johannes machte seinem Reisekameraden sogleich den Vorschlag, die arme alte Frau nach ihrer Wohnung zu tragen. Aber der Fremde öffnete sein Ränzel, nahm eine Büchse heraus und sagte, er habe da eine Salbe, die das Bein der alten Frau sofort heilen würde. so dass sie selbst ohne alle Beschwerde, als ob sie das Bein nicht gebrochen habe, nach Hause gehen könne. Dafür solle sie ihm aber die drei Ruten schenken, die sie in ihrer Schürze habe. Das wäre gut bezahlt, erwiderte die Alte und nickte dabei ganz sonderbar mit dem Kopfe. Sie wollte sich nun zwar von ihren Ruten nicht gerne trennen, aber mit gebrochenem Beine dazuliegen, war doch auch nichts Angenehmes. So gab sie schließlich die Ruten hin und sobald ihr der Fremde das Bein mit der Salbe eingerieben hatte, richtete sich auch das alte Mütterchen auf und konnte nun viel rüstiger als vorher weitergehen. Das hatte die Salbe zustande gebracht. Diese war aber auch nicht in der Apotheke zu bekommen. Was willst du denn mit den Ruten? fragte Johannes seinen Reisekameraden. Das sind drei hübsche Kräuterbesen, sagte er. Die gefallen mir gerade. Ich bin eben ein komischer Kauz. Nun gingen sie wieder eine tüchtige Strecke weiter. Sieh, welch ein Wetter am Himmel heraufzieht, sagte Johannes und deutete gerade aus. Sieh nur die schrecklich schwarzen Wolken. Das sind keine Wolken, entgegnete der Reisekamerad, sondern Berge. Ja, dort ist ein schönes, großes Gebirge, wo man hoch über die Wolken hinaufsteigt, in die herrliche, freie Bergluft hinein. Dort ist es prachtvoll. Morgen früh haben wir es sicherlich schon erreicht. Aber das Gebirge war doch nicht so nah, als es aussah. Einen ganzen Tag lang mussten die beiden noch tüchtig ausschreiten, ehe sie dahin gelangen konnten, wo riesige Bäume in dunklen Wäldern ihre Gipfel gen Himmel erhoben und wo es Felsen gab, so groß als eine ganze Stadt. Das kostete gewiss noch viel Anstrengung und deshalb gingen auch Johannes und sein Reisekamerad vorher in eine Herberge, um zuerst ordentlich auszuruhen und Kräfte zum morgigen Marsche zu sammeln. In der großen Schenkstube des Wirtshauses waren viele Leute versammelt, denn es war ein Mann mit einem Puppentheater da und der gab gerade eine Vorstellung. Das kleine Theater war aufgestellt und die Zuschauer saßen ringsumher. Den vordersten und allerbesten Platz hatte ein alter dicker Fleischer eingenommen. Sein großer Bullenbeißer, der gar grimmig dreinschaute, saß neben ihm und riss die Augen ebenso weit auf als all die anderen. Nun begann die Vorstellung und ein gar hübsches Schauspiel war es mit einem König und einer Königin. Die saßen auf einem samten Throne, hatten goldene Kronen auf dem Kopfer und lange Schleppen an den Kleidern, denn das erlaubten ihnen ihre Mitte. Zierliche Holzpuppen mit Glasaugen und großen Schnurrbärten standen an allen Türen und machten sie auf und zu, um frische Luft hereinzulassen. Es war wirklich ein wunderbares Stück und gar nicht traurig. Aber gerade als die Königin aufstand und über die Bühne hinschritt, da, ja, Gott mag wissen, was der große Bullenbeißer sich eigentlich dabei dachte, da machte dieser, als der dicke Fleischer ihn nicht festhielt, einen großen Satz mitten ins Theater hinein und packte die Königin um ihren schlanken Leib, dass man es deutlich knacken hörte. Es war ganz entsetzlich. Der arme Mann, dem das Puppentheater gehörte, erschrak heftig und war über seine Königin sehr betrübt, denn sie war gerade die allerniedlichste Puppe, die er besaß. Und nun hatte ihr der hässliche Bullenbeißer den Kopf abgebissen. Als aber die Leute endlich fortgegangen waren, sagte der Fremde, nämlich derjenige, welcher mit Johannes gekommen war, er wolle die Puppe wieder instand setzen. Darauf brachte er seine Büchse herbei und bestrich die Puppe mit derselben Salbe, die der armen alten Frau, als sie den Fuß gebrochen, geholfen hatte. Sobald nun die Puppe damit bestrichen war, wurde sie sofort wieder ganz und konnte nun sogar selbst alle Glieder bewegen. Man brauchte gar nicht mehr an der Schnur zu ziehen. Die Puppe war wie ein lebendiger Mensch, nur, dass sie nicht sprechen konnte. Nun war der Besitzer des Puppentheaters sehr froh, denn jetzt brauchte er die Puppe ja nicht mehr zu halten. Sie konnte von selbst tanzen, das konnte keine der anderen. Als es Nacht geworden war und alle Leute im Wirtshause zu Bette gegangen waren, da begann plötzlich jemand schrecklich zu seufzen und seufzte auch immer fort, so dass schließlich alle wieder aufstanden, um nachzusehen, was denn los sei. Der Mann, der das Puppentheater aufgeführt hatte, ging sogleich zu seinem Theater hin, denn daraus ertönten die Seufzer. Oh weh! Alle Holzpuppen lagen durcheinander, der König und alle Trabanten. Und sie waren es, die so jämmerlich stöhnten und mit ihren großen Glasaugen stierten, denn sie wollten gar zu gerne wie die Königin auch ein wenig mit Salbe eingerieben werden, damit sie sich ebenfalls von selbst bewegen könnten. Die Königin aber sank auf die Knie, hielt ihre prächtige goldene Krone in die Höhe, während sie flehte. Oh, nimm diese an, aber salbe meinen Gemahl und meine Hofleute ein. Da konnte der arme Mann, dem das Theater gehörte, die Tränen nicht zurückhalten. Die Puppen taten ihm von Herzen leid. Er versprach, dem Reisekameraden alles Geld zu geben, das er am nächsten Abend für die Vorstellung erhalten würde, wenn er nur vier bis fünf seiner schönsten Puppen mit der Salbe bestreiche. Aber der Reisekamerad erwiderte, er verlange nichts als den großen Säbel, den der Puppentheaterbesitzer an der Seite trage. Und nachdem er ihn erhalten hatte, bestrich er sechs Puppen mit seiner Salbe. Darauf begannen diese sogleich zu tanzen, und zwar so anmutig, dass alle Mädchen, das heißt die lebendigen Menschenmädchen, die zusahen, der Tanzlust nicht widerstehen konnten. Der Kutscher und die Köchin tanzten, der Kellner und das Stubenmädchen, alle Gäste, sowie auch die Feuerschaufel und die Feuerzange. Aber diese beiden fielen gleich beim ersten Sprunge um. Ja, das war eine lustige Nacht. Am nächsten Morgen verabschiedeten sich Johannes mit seinem Reisekameraden von ihnen allen, und nun stiegen die beiden zu den hohen Bergen empor und schritten durch die großen Tannenwälder dahin. Sie kamen zuletzt so hoch hinauf, dass die Kirchtürme tief unter ihnen nur noch wie kleine rote Beeren zwischen all dem Grünen da unten aussahen. Auch konnten sie sehr weit umherschauen, viele, viele Meilen weit, wo sie noch nie gewesen waren. Solch ein großes Stück der herrlichen Gotteswelt hatte Johannes noch nie auf einmal gesehen. Die Sonne schien so warm durch die frische, blaue Luft und zwischen den Bergen hörte er die Jäger das Waldhorn blasen. Und das klang so schön und erhaben, dass ihm Tränen der Freude in die Augen traten und er unwillkürlich in die Worte ausbrach. Lieber guter Vater im Himmel, ich möchte dich küssen, weil du so gut gegen uns alle bist und uns all das Schöne auf der Welt geschenkt hast. Auch der Reisekamerad hatte die Hände gefaltet und schaute hinaus über die im warmen Sonnenschein daliegenden Wälder und Städte. Plötzlich erklang ein wunderbar schöner Gesang über ihren Häuptern. Sie blickten auf. Ein großer, weißer Schwan schwebte durch die Luft. Es war ein herrlicher Schwan und er sang so schön, wie sie noch nie einen anderen Vogel hatten singen hören. Aber dann wurde der Gesang schwächer und schwächer. Der Schwan neigte sein Haupt und sank ganz langsam zu ihren Füßen nieder. Er war tot, der schöne Vogel. Zwei so schöne, weiße und große Flügel, sagte der Reisekamerad. Wie dieser Vogel hat, die sind Goldes wert. Ich will sie daher mitnehmen. Da kannst du sehen, wie gut es war, dass ich den Säbel bekam. Darauf hieb er dem toten Vogel die beiden Flügel, die er behalten wollte, mit einem Streiche ab. Nun reisten die beiden Freunde viele, viele Meilen über das Gebirge weiter, bis sie endlich eine große Stadt mit mehr als hundert Türmen, die wie Silber im Sonnenschein glänzten, vor sich sahen. Mitten in der Stadt war ein prächtiges, aus Marmor erbautes und mit schimmerndem Golde gedecktes Schloss und darin wohnte der König. Johannes und der Reisekamerad wollten indes nicht gleich in die Stadt hineingehen, sondern sie machten in einem außerhalb gelegenen Wirtshause halt, um sich zuerst besser anzuziehen und zu putzen. Denn sie wollten doch hübsch aussehen, wenn sie sich auf den Straßen zeigten. Der Wirt erzählte ihnen nun, der König sei ein lieber, guter Mann, der keinem Menschen etwas zu Leide tue. Aber seine Tochter, ach du lieber Gott, das sei eine ganz schlimme Prinzessin. An Schönheit mangle es ihr zwar nicht, im Gegenteil, niemand könne schöner und liebreizender sein als sie. Aber was nütze denn all die Schönheit? Deshalb sei sie doch eine böse Hexe und Schuld daran, dass gar viele ausgezeichnete Prinzen ihr Leben verloren hätten. Es stehe nämlich jedermann frei, sich um sie zu bewerben. Jeder könne kommen, gleich viel, ob er ein Prinz oder ein Bettler sei. Nur müsse er drei Dinge erraten, die die Prinzessin zu lösen aufgebe. Wenn er das könne, dann wolle sie ihn heiraten und nach dem Tode ihres Vaters solle er König über das ganze Land werden. Könne er jedoch die drei Dinge nicht erraten, dann lasse sie ihn hänken oder köpfen. Denn so schlimm und schlecht sei die Prinzessin. Ihr Vater, der alte König, sei auch recht betrübt darüber, könne ihr aber ihr böses Treiben nicht verbieten, weil er einmal gesagt habe, er wolle mit ihren Freiern nichts zu tun haben. Sie dürfe selbst tun, was sie gut dünke. Jedes Mal, wenn nun ein Prinz komme und raten wolle, um die Prinzessin zu gewinnen, könne er das nicht und dann werde er gehängt oder geköpft. Er sei ja bei Zeiten gewarnt worden und hätte das Freien unterlassen können, sage die Prinzessin. Der alte König sei so betrübt über all den Kummer und das Elend, dass er jedes Jahr mit all seinen Soldaten einen ganzen Tag lang auf den Knien liege und bete, dass die Prinzessin doch gut werden möge. Aber bis jetzt habe alles nichts geholfen. Das ganze Volk sei in Trauer versetzt und im ganzen Lande herrsche große Betrübnis. Die abscheuliche Prinzessin, sagte Johannes. Sie sollte wirklich Schläge bekommen, das würde ihr gut tun. Wenn ich der alte König wäre, würde ich sie schon Moores lehren. In diesem Augenblick hörten sie das Volk draußen Hurra! rufen. Die Prinzessin kam vorüber und sie war wirklich so schön, dass alle Leute vergaßen, wie böse sie war und deshalb riefen sie Hurra! Zwölf liebliche Jungfrauen, alle in weißseidenen Kleidern mit einer goldenen Tulpe in der Hand, ritten auf kohlschwarzen Rossen ihr zu Seite. Die Prinzessin aber ritt ein milchweißes Pferd, mit Diamanten und Rubinen geschmückt. Ihr Reitkleid war von lauterem Golder. Die Peitsche, die sie in der Hand hielt, glänzte wie ein Sonnenstrahl und die goldene Krone auf ihrem Haupte funkelte so hell, wie die Sterne droben am Himmelszelt. Ihr Mantel war aus mehr als tausend prächtigen Schmetterlingsflügeln zusammengesetzt und doch war sie selbst noch schöner als alle ihre Kleider. Als Johannes sie erblickte, er rötete sie bis an die Haarwurzeln und vermochte kein einziges Wort hervorzubringen. Die Prinzessin sah ja dem schönen Mädchen mit der goldenen Krone sprechend ähnlich, von der er in der Nacht, wo sein Vater gestorben war, geträumt hatte. Er fand sie so wunderschön, dass er sich sofort in sie verliebte und meinte, es sei gewiss nicht wahr, was man über sie sage, nämlich, dass sie eine böse Hexe sei, die die Leute hänken und köpfen lasse, wenn sie ihre Fragen nicht beantworten könnten. Hierauf erklärte er, »Jeder Mann hat ihr Erlaubnis, um sie zu freien, sogar der ärmste Bettler. Ich will wirklich auch nach dem Schlosse gehen. Ich kann nicht anders.« Alle Leute rieten ihn von diesem Vorhaben ab und sagten, es würde ihm gewiss wie all den anderen Freiern ergehen. Der Reisekamerad versuchte es auch, ihn von seinem Plane abzubringen, aber Johannes sagte, es werde gewiss alles gut ablaufen. Darauf bürstete er seine Schuhe und seinen Rock, kämmte sein schönes, blondes Haar glatt und ging dann ganz allein in die Stadt hinein und auf das Schloss. »Hörein!« sagte der König, als Johannes an die Tür klopfte. Johannes öffnete und der alte König in Schlafrock und gestickten Pantoffeln kam ihm entgegen. Er hatte die goldene Krone auf dem Kopfer, das Zepter in der einen und den Reisapfel in der anderen Hand. »Warte nur einen Augenblick!« sagte er und nahm zugleich den Reisapfel unter den Arm, um Johannes die Hand reichen zu können. Als er aber wahrnahm, dass Johannes ein Freier war, begann er so bitterlich zu weinen, dass sowohl Reisapfel als Zepter auf den Boden fielen und er sich die Augen mit seinem Schlafrock getrocknen musste. Der arme, alte König. »Gib dein Vorhaben auf!« sagte er. »Es geht dir gerade wie allen anderen. Du wirst es schon sehen.« Darauf führte er Johannes in den Lustgarten der Prinzessin. Da sah es allerdings grässlich aus. An jedem Baume hingen drei bis vier Königsöhne, die um die Prinzessin geworben, jedoch die Fragen, die diese an sie gestellt, nicht hatten beantworten können. Sobald der Wind sich erhob, klapperten die Totengerippe, sodass die Vöglein erschraken und sich nicht mehr in den Garten getrauten. Alle Bäume waren hier an Menschenknochen aufgebunden und in den Blumentöpfen standen Totenköpfe und grinsten den Beschauer an. Das war ein höchst sonderbarer Garten für eine Prinzessin. »Hier kannst du es selbst sehen«, sagte der alte König. »Es wird dir gerade so ergehen wie all den anderen, die du hier siehst. Gib darum dein Vorhaben lieber auf. Du machst mich wirklich unglücklich, denn es geht mir sehr zu Herzen.« Johannes küsste dem guten alten Könige die Hand, sagte jedoch, »Es werde gewiss alles gut gehen, denn er liebe die Prinzessin gar zu innig.« In diesem Augenblick kam diese selbst mit all ihren Hofdamen in den Schlosshof hereingeritten. Der König und Johannes gingen daher zu ihr hinaus, um sie zu begrüßen. Sie war in der Tat wunderschön und reichte Johannes die Hand. Da wurde dieser von einer noch heißeren Liebe ergriffen. »Nein, das konnte doch gewiss keine böse Hexe sein, wie die Leute ihr nachsagten.« Darauf gingen alle in den Saal hinein und die Edelknaben boten ihnen Eingemachtes und Pfeffernüsse an. Aber der alte König konnte vor lauter Trauer gar nichts essen und die Pfeffernüsse waren ihm auch zu hart zum Beißen. Es wurde nun verabredet, dass Johannes am nächsten Morgen wieder aufs Schloss kommen solle, wo dann die Richter und der ganze Rat versammelt sein würden, um zu hören, wie er die ihm aufgegebenen Rätsel löse. Bis jetzt hatte aber kein einziger die erste Probe bestanden und darum hatten alle ihr Leben eingebüßt. Johannes war durchaus nicht in Sorge darüber, wie es ihm ergehen werde. Er war im Gegenteil recht vergnügt, dachte nur immer an die wunderschöne Prinzessin und vertraute ganz sicher darauf, dass der liebe Gott ihm helfen werde. Wie, das wusste er freilich nicht und wollte auch lieber gar nicht daran denken. Er tanzte die Landstraße förmlich entlang, als er nach dem Wirtshause zurückkehrte, wo ihn der Reisekamerad erwartete. Johannes konnte gar nicht genug erzählen, wie freundlich die Prinzessin gegen ihn gewesen und wie wunderschön sie sei. Er sehnte sich schon unaussprechlich nach dem nächsten Tage, wo er auf dem Schlosse sein Glück im Raten versuchen sollte. Aber der Reisekamerad schüttelte den Kopf und war sehr betrübt. Ich habe dich innig lieb, sagte er. Wir hätten auch lange zusammenbleiben können und nun soll ich dich schon verlieren. Du armer lieber Johannes, ich möchte am liebsten weinen, aber ich will dir am letzten Abend, den wir vielleicht zusammen sind, das Herz nicht schwer machen. Wir wollen im Gegenteil recht lustig sein. Morgen, wenn du fort bist, kann ich mich dann ausweinen. In der Stadt hatte sich sofort die Nachricht verbreitet, dass ein neuer Freier um die Prinzessin angekommen sei und es herrschte deshalb überall große Betrübnis. Das Theater blieb geschlossen. Die Kuchenfrauen banden Trauerflor um ihre Zuckerschweinchen. In den Kirchen lagen der König und die Priester auf den Knien. Überall sah man Zeichen aufrichtiger Trauer. Denn es konnte ja Johannes, nach aller Meinung, unmöglich besser ergehen, als es all den anderen Freiern ergangen war. Gegen Abend bereitete der Reisekamerad eine große Bohle Punsch und sagte zu Johannes, dass sie nun recht lustig seien und auf das Wohl der Prinzessin trinken wollten. Als aber Johannes zwei Gläser Punsch getrunken hatte, wurde er so schläfrig, dass er die Augen nicht länger offen behalten konnte und einschlief. Der Reisekamerad hob ihn ganz leise vom Stuhl auf und legte ihn in sein Bett. Und als es dann dunkle Nacht war, nahm er die beiden großen Flügel, die er dem Schwane abgehauen hatte, und befestigte sie an seinen Schultern. Die größte der Ruten, die er von der Frau bekommen hatte, die das Bein gebrochen, steckte er in die Tasche und flog dann über die Stadt, gerade nach dem Schlosse hin, wo er sich unter dem Schlafzimmerfenster der Prinzessin in einen Winkel setzte. In der ganzen Stadt herrschte tiefe Stille. Nun schlug die Uhr drei Viertel auf zwölf. Da öffnete sich das Fenster der Prinzessin und diese selbst flog, in einen großen, weiten Mantel gehüllt und mit langen, schwarzen Flügeln an den Schultern, über die Stadt weg und hinaus nach einem großen Berge. Aber der Reisekamerad machte sich unsichtbar, sodass sie ihn nicht sehen konnte, flog hinter ihr her und peitschte sie mit seiner Rute dermaßen, dass das Blut hervorquoll. Oh, das war eine schreckliche Fahrt durch die Luft. Der Wind erfasste ihren Mantel, sodass dieser sich wie ein Segel nach allen Seiten hin ausbreitete und der Mond hindurchschimmerte. Oh, wie es hagelt, wie es schrecklich hagelt, sagte die Prinzessin bei jedem Schlage, den sie erhielt und den sie auch wohl verdient hatte. Endlich erreichte sie den Berg und klopfte an. Mit einem donnerähnlichen Gepolter öffnete sich dieser und die Prinzessin ging hinein. Der Reisekamerad folgte ihr auf dem Fuße nach, denn niemand konnte ihn sehen. Er war ja unsichtbar. Sie ging durch einen großen, langen Gang, wo die Wände in einem merkwürdigen Glänze leuchteten. Es waren mehr als tausend glühende Spinnen, die an der Wand auf- und abliefen und gerade wie Feuer leuchteten. Nun kamen sie in einen großen, von Silber und Gold erbauten Saal. Rote und blaue Blumen, so groß wie Sonnenblumen, funkelten an den Wänden. Aber niemand konnte die Blumen pflücken, denn deren Stängel waren hässliche, giftige Schlangen, und die Blumen selbst waren Flammen, die aus ihren Rachen hervorzüngelten. An der Decke flimmerten Leuchtkäfer und himmelblaue Fledermäuse, die mit den dünnen Flügeln schlugen. Das sah ganz absonderlich aus. Mitten im Saale stand ein Thron, der von vier Pferdegerippen mit Zaumzeug aus roten Feuerspinnen getragen wurde. Der Thron selbst war aus milchweißem Glaser, und die Polster darauf bestanden aus kleinen, schwarzen Mäusen, die einander in den Schwanz bissen. Darüber war ein Thronhimmel, von rosenroten Spinnengeweben, mit niedlichen grünen Fliegen besetzt, die wie Edelsteine funkelten. Mitten auf dem Throne saß ein alter Zauberer mit einer Krone auf seinem hässlichen Kopfe und einem Zepter in der Hand. Er küßte die Prinzessin auf die Stirne, ließ sie neben sich auf dem Throne Platz nehmen, und nun begann die Musik zu spielen. Große, schwarze Heuschrecken bliesen auf der Mundharmonika, und die Eule schlug sich auf den Bauch, denn eine Trommel hatte sie nicht. Es war ein possierliches Konzert. Kleinwinzige Kobolder mit einem Irrlicht auf der Mütze tanzten im Saale herum. Den Reisekameraden konnte niemand sehen. Er hatte sich hinter dem Throne aufgestellt und sah und hörte alles. Die Hofleute, die nun auch erschienen, waren äußerst geputzt und vornehm. Aber wer genau hinsah, der merkte wohl, wie es mit ihnen beschaffen war. Besenstiele waren es, mit Kohlköpfen obendrauf, nichts weiter. Der Zauberer hatte nur Leben in sie hineingehext und sie in gestickte Kleider gesteckt. Aber das war auch völlig genügend. Sie wurden ja doch nur zum Staate gebraucht. Nachdem nun eine Zeit lang getanzt worden war, erzählte die Prinzessin dem Zauberer, dass sie einen neuen Freier bekommen habe, und fragte dann, woran sie wohl am nächsten Morgen denken solle, um ihn danach zu fragen, wenn er nach dem Schlosse komme. Höre, sagte der Zauberer. Ich will dir etwas sagen. Du musst etwas ganz Leichtes wählen. Darauf kommt er gewiss nicht. Denke an deinen einen Schuh. Das errät er nicht. Lass ihm dann den Kopf abhauen. Vergiss aber nicht, mir morgen Nacht, wenn du wieder zu mir herauskommst, seine Augen mitzubringen, denn diese will ich essen. Die Prinzessin verneigte sich tief und versprach, die Augen nicht zu vergessen. Darauf öffnete der Zauberer den Berg, und sie flog wieder nach Hause. Aber der Reisekamerad folgte ihr und schlug sie mit seiner Route so nachdrücklich, dass sie über das Hagelwetter tief seufzte und sich nach Kräften beeilte, durch das Fenster wieder in ihr Schlafzimmer zu gelangen. Der Reisekamerad aber flog nach dem Wirtshaus zurück, wo Johannes noch fest schlief, band seine Flügel ab und legte sich auch zu Bett, denn er musste wahrhaftig müde sein. Es war noch ganz früh am Morgen, als Johannes erwachte. Der Reisekamerad erhob sich auch und erzählte, er habe in der Nacht einen höchst sonderbaren Traum von einer Prinzessin und einem ihrer Schuhe gehabt. Er bat Johannes deshalb, die Prinzessin doch ganz gewiss zu fragen, ob sie nicht an ihren einen Schuh gedacht habe. Denn das hatte er ja im Berge von dem Zauberer gehört. Doch wollte er Johannes davon nichts mitteilen und sagte daher auch nichts weiter. Ja, ich kann ebenso gut danach wie nach etwas anderem fragen, sagte Johannes. Vielleicht hast du gerade das Richtige geträumt, denn ich habe das feste Vertrauen, dass mir der liebe Gott helfen wird. Aber ich will dir doch für alle Fälle Lebewohl sagen. Wenn ich falsch rate, werde ich dich ja nicht wiedersehen. Sie küßten einander und darauf ging Johannes in die Stadt hinein aufs Schloss. Der ganze Saal wimmelte von Menschen. Die Richter saßen in ihren Lehnstühlen und hatten Kissen von Eiderdaunen hinter dem Kopfe, denn sie hatten gar viel zu denken. Der alte König erhob sich und trocknete sich die Augen mit einem weißen Taschentuch. Nun trat die Prinzessin herein. Sie sah noch viel schöner als gestern aus und grüßte alle Anwesenden auf das Freundlichste. Johannes aber reichte sie die Hand und sagte, guten Morgen, mein Freund. Nun sollte Johannes erraten, woran sie gedacht habe. Lieber Gott, wie freundlich sah sie ihn an. Kaum jedoch hatte sie ihn das Wort Schuh aussprechen hören, als sie kreideweiß im Gesicht wurde und ein Zittern durch ihren ganzen Körper ging. Aber sie konnte nichts machen. Er hatte richtig geraten. Potztausend, wie vergnügt wurde da der alte König. Er schlug einen Purzelbaum vor lauter Wonne und alle Anwesenden klatschten ihm und Johannes, der die erste Frage richtig beantwortet hatte, lauten Beifall zu. Der Reisekamerad strahlte vor Freude, als er hörte, wie gut es abgelaufen war. Johannes aber faltete die Hände und dankte dem lieben Gott, der ihm gewiss auch die beiden anderen Male helfen werde. Am nächsten Tage schon sollte wieder geraten werden. Der Abend verging gerade wie der gestriger. Als Johannes eingeschlafen war, flog der Reisekamerad hinter der Prinzessin her, nach dem Berger, und schlug sie noch stärker als das erste Mal, denn nun hatte er zwei Ruten mitgenommen. Niemand sah ihn, er aber hörte alles. Diesmal wollte die Prinzessin an ihren Handschuh denken, und das erzählte er Johannes wieder, als ob er es geträumt habe. Da war es für Johannes leicht richtig zu raten, und auf dem Schloss entstand großer Jubel darüber. Der ganze Hof schlug nun Purzelbäume, wie er es vom König beim ersten Mal gesehen hatte. Die Prinzessin aber lag auf dem Sofa und brachte nicht ein einziges Wort über die Lippen. Nun kam es darauf an, ob Johannes auch das dritte Mal richtig raten konnte. Gelang es ihm, dann bekam er die Prinzessin und erbte das ganze Königreich, sobald der alte König starb. Riet er aber falsch, so verlor er sein Leben, und der Zauberer aß seine schönen blauen Augen. Am Abend vorher ging Johannes früh zu Bett, sprach sein Abendgebet und schlief dann ruhig ein. Der Reisekamerad aber band seine Flügel auf den Rücken, gürtete den Säbel an seine Seite, nahm alle drei Ruten zur Hand und flog nach dem Schlosser. Es war eine stockfinstere Nacht, und es stürmte, dass die Ziegel von den Dächern flogen und im Garten die Bäume, an denen die Gerippe hingen, sich bei jedem Windstoße wie Schilfbogen. Es blitzte unaufhörlich, und der Donner rollte die ganze Nacht hindurch, als ob es nur ein einziger Schlag wäre. Nun öffnete sich das Fenster, und die Prinzessin flog heraus. Sie war todesblass, aber sie lachte über das Unwetter, das ihr noch gar nicht wild und stürmisch genug vorkam. Ihr weißer Mantel wogte wie ein großes Segel um sie her. Aber der Reisekamerad peitschte sie mit seinen drei Ruten der Gestalt, dass das Blut auf die Erde tröpfelte und sie zuletzt kaum mehr weiterfliegen konnte. Endlich erreichte sie den Berg. Es hagelt und stürmt entsetzlich, sagte sie. In meinem ganzen Leben bin ich noch nie in solch einem Wetter im Freien gewesen. Man kann auch des Guten zu viel bekommen, sagte der Zauberer. Darauf erzählte die Prinzessin, dass Johannes auch das zweite Mal richtig geraten habe. Wenn es ihm nun morgen wieder gelinge, dann habe er gewonnen, und sie könne dann nie wieder zu dem Zauberer in den Berg hinauskommen und auch nicht, wie bisher, Zauberkünste ausführen. Deshalb sei sie sehr betrübt. Er soll es nicht erraten können, sagte der Zauberer. Es wird mir schon etwas einfallen, worauf er niemals kommt. Er müsste denn ein noch größerer Zauberer als ich sein. Aber nun wollen wir lustig sein. Damit fasste er die Prinzessin an beiden Händen, und sie tanzten mit all den im Saale anwesenden Kobolden und Irbischen im Kreise herum. Die roten Spinnen sprangen ebenso lustig an den Wänden auf und nieder, dass es wie funkelnde Feuerblumen aussah. Die Eulen trommelten, die Grillen zirpten, und die schwarzen Heuschrecken bliesen auf der Mundharmonika. Das war ein lustiger Ball. Als sie nun lange genug getanzt hatten, musste die Prinzessin an die Heimkehr denken, sonst konnte sie im Schlosse vermisst werden. Der Zauberer sagte, er wolle sie begleiten, damit sie noch so lange als möglich beisammen seien. Dann brachen sie trotz des Gewitters auf, und der Reisekamerad zerschlug seine drei Ruten auf beider Rücken. Noch nie war der Zauberer in einem solchen Hagelwetter auswärts gewesen. Vor dem Schlosse verabschiedete er sich von der Prinzessin und flüsterte ihr dabei zu, »Denke an meinen Kopf!« Aber der Reisekamerad hatte es doch gehört, und in demselben Augenblicke, wo die Prinzessin durch das Fenster in ihr Schlafzimmer schlüpfte und der Zauberer seinen Rückweg antreten wollte, ergriff er diesen an seinem langen schwarzen Barte und hieb ihn mit dem Säbel seinen garstigen Zauberkopf dicht an den Schultern ab, sodass ihn der Zauberer selbst nicht einmal zu sehen bekam. Den Rumpf warf er ins Meer den Fischen vor, den Kopf aber tauchte er nur ins Wasser und band ihn darauf in sein seidenes Taschentuch, nahm ihn mit nach seiner Herberge und legte sich dann schlafen. Am nächsten Morgen gab er Johannes das Taschentuch, sagte aber, er dürfe es nicht eher aufknüpfen, als bis die Prinzessin nach dem Gegenstande, an den sie gedacht habe, frage. Diesmal waren so viele Menschen im Saale des Schlosses versammelt, dass sie so dicht wie Radieschen in einem Büschel nebeneinander standen. Die Richter saßen in ihren Stühlen mit den weichen Kopfkissen und der alte König hatte neue Kleider an. Die goldene Krone und das Zepter waren blank geputzt, was außerordentlich prächtig aussah. Aber die Prinzessin war schrecklich bleich und trug ein kohlschwarzes Gewand, als sollte sie einem Begräbnisse beiwohnen. Woran habe ich gedacht? sagte sie zu Johannes. Sogleich knüpft dieser sein Taschentuch auf und erschrak selbst aufs Heftigste, als er den abscheulichen Zauberkopf erblickte. Alle Anwesenden wurden von Entsetzen ergriffen. Aber die Prinzessin saß wie versteinert da und konnte kein Wort hervorbringen. Endlich erhob sie sich und reichte Johannes die Hand, denn er hatte ja richtig geraten. Sie sah weder ihn noch einen anderen an, sondern sagte mit einem tiefen Seufzer, Nun bist du mein Herr, heute Abend wollen wir Hochzeit halten. Das gefällt mir, sagte der alte König. So soll es sein. Alle Leute riefen, Hurra! Die Wachparade ließ ihre Weisen auf der Straße ertönen. Die Glocken läuteten und die Kuchenweiber nahmen den Trauflor von ihren Zuckerschweinchen ab. Denn nun herrschte überall Glück und Freude. Drei ganze gebratene Ochsen mit Enten und Hühnern gefüllt, wurden mitten auf dem Markt aufgetragen und jeder konnte sich nach Belieben ein Stück davon abschneiden. Aus den Springbrunnen sprang der köstlichste Wein und wer sich beim Bäcker eine Dreierbrezel kaufte, der bekam als Zugabe sechs große Wecken und sogar mit Rosinen gespickt. Am Abend wurde die ganze Stadt illuminiert. Die Soldaten schossen mit Kanonen und die Knaben mit Knallerbsen. Und oben auf dem Schlosse wurde gegessen und getrunken, angestoßen und gesprungen. All die vornehmen Herren und schönen Fräulein tanzten miteinander und weithin erschallte ihr Gesang. Die schönsten der Mädchen in fröhlichem Rhein, zum Tanzen bereit schon sie stehen. Jetzt schlagen die Pauken lustig da rein, die Paare gar zierlich sich drehen. Ja tanzet und stampfet nur zu, bis die Sohle durch ist am Schuh. Allein die Prinzessin war ja immer noch eine Hexe und hatte Johannes gar nicht lieb. Das wusste der Reisekamerad und deshalb gab er Johannes drei Federn aus den Schwanenflügeln sowie ein Fläschchen, das nur wenige Tropfen enthielt. Zugleich riet er ihm, er solle ein großes, mit Wasser gefülltes Gefäß vor das Bett der Prinzessin setzen lassen und ihr, wenn sie am Abend ins Bette steigen wolle, einen kleinen Stoß versetzen, sodass sie ins Wasser hineinfalle. Dann solle er sie dreimal untertauchen, nachdem er vorher die Federn und die Tropfen hineingetan habe. Als dann werde der Zauber von ihr weichen und sie ihn von Herzen lieb gewinnen. Johannes tat, wie ihm der Reisekamerad angeraten hatte. Die Prinzessin schrie laut auf, als er sie unter das Wasser tauchte und wand sich als ein großer, schwarzer Schwan mit funkelnden Augen unter seinen Händen. Als sie zum zweiten Mal über dem Wasser auftauchte, war der Schwan bis auf einen schwarzen Ring um den Hals ganz weiß. Johannes betete zu Gott und ließ zum dritten Mal das Wasser über dem Vogel zusammenschlagen und in demselben Augenblick verwandelte sich der Schwan in die schönste Prinzessin. Sie war jetzt noch viel schöner als vorher und dankte ihm mit Tränen in ihren prachtvollen Augen, dass er sie von ihrem bösen Zauber erlöst habe. Am nächsten Morgen kam der alte König mit seinem ganzen Hofstaater und da wollte das Glückwünschen kein Ende nehmen. Zu allerletzt kam auch der Reisekamerad. Er hatte seinen Stock in der Hand und den Ranzen auf dem Rücken. Johannes küsste ihn vielmals und sagte, er dürfe nicht fortreisen, sondern müsse immer bei ihm bleiben, denn er sei ja die Ursache seines ganzen Glückes. Aber der Reisekamerad schüttelte den Kopf und sagte gar mild und freundlich, Nein, nun ist meine Zeit um. Ich habe nur meine Schuld bezahlt. Erinnerst du dich des toten Mannes, dem die bösen Menschen Übles zufügen wollten? Du gabst alles, was du besaßest, damit er im Grabe Ruhe finden könne. Der Tote bin ich. In demselben Augenblick war er verschwunden. Die Hochzeitsfeier dauerte einen ganzen Monat. Johannes und die Prinzessin hatten einander innig lieb. Der alte König erlebte noch viel frohe Tage und ließ seine niedlichen kleinen Enkelkinder auf seinen Knien reiten und mit seinem Zepter spielen. Johannes aber wurde König über das ganze Reich.